Das Rasenfunk Tribünengespräch und mittlerweile die Führung auch verdient. Die Entscheidung in einer tollen Zweitliga-Partie, dann Sekunden vor dem Abpfiff. Ralf Gunesch auf und davon, der Tunnel gegen Ötchan, St. Pauli Hoffenheim 3 zu 1. Natürlich, das Ganze direkt im Keimer stecken, dass das überhaupt keine Mode macht, dass das nicht salonfähig wird oder dass das abgetan wird, das kann ja mal passieren. Oder dass man da weghört, weil dann wird es immer mehr und das will, denke ich, keiner. Dass man aufgrund seiner Hautfarbe oder sexuelle Orientierung oder sonst was diskriminiert und aufs Übelste beschimpft wird. Ich habe schon noch richtig Bock, ich fühle mich mit 32 auch noch nicht so alt, aber es ist halt heutzutage mit 32 und dann mit 31 diese schwere Verletzung gehabt. Es ist nicht leicht und mir geht es nicht darum, irgendwie die Karriere ausklingen zu lassen, sondern wenn, dann will ich was machen, worauf ich richtig Bock habe und also das Fußballspielen. Und nicht, um irgendwie noch ein Auslaufen zu finden, sondern ambitioniert. Aber nochmal, es ist schwierig, mit der Hintergrundgeschichte Alter und Verletzung da was Adäquates zu finden. Deswegen muss ich mich natürlich auch auf die Eventualität vorbereiten, dass es halt nicht mehr weitergeht am aktiven, bezahlten Profifußball. Eddie, bei allem Respekt, aber du fährst nach Frankfurt, die ja momentan in keinem guten Zustand sind. Du wirst keinen Zwang an. Ich sehe. Ja, Zwänge habe ich sowieso nicht. Sogar der Hosenzwang ist heute aufgehoben. Du hast es ja echt gemacht. Das ist so schlecht. Was ist denn? Ja, komm mal gleich zu. Das überlasse ich dann dir, Ralf. Das nimmst du dann in die Hand bitte. Dienstag. Was ich heute alles in die Hand nehmen darf. Tobi. Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk-Tribünen-Gespräch. Ihr habt es schon gehört in einem langen Intro. Heute wollen wir uns mit einem Mann beschäftigen, den ihr sicherlich schon kennt. Und jetzt aber hoffentlich noch besser kennenlernen werdet. Nämlich Ralf Gunnisch. Ex-Profispieler. Mann mit klarer Meinung. Und inzwischen TV-Experte. Will er gar nicht genannt werden. Er redet während Fußballspielen. Nicht so wie wir nach Fußballspielen. Ralf, sehr schön, dass das mal geklappt hat. Herzlich willkommen. Moin, hallo. Ja, ich freue mich auch, dass es tatsächlich mal geklappt hat. Wir haben ja schon länger Zeit drüber gesprochen. Und jetzt sitzen wir endlich hier. Sehr, sehr gut. Und du hast deine Hose an. Selbstverständlich. Das ist, glaube ich, eine wichtige Info für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Außerdem mit dabei, da werden viele Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer jubeln. Der liebe Frank. Servus, Frank. Servus, Max. Servus, Ralf. Hallo. Wir sprechen heute über deine Karriere, wie du so in den Fußball reingekommen bist und was du uns sonst so alles zu erzählen hast. Ich freue mich schon sehr darauf. Bin gespannt, bei wie vielen Stunden wir landen. Aber wir sind da ganz gut versorgt hier. Ja, sind wir. Und vielleicht direkt am Anfang mal zu diesem Part mit der Hose. Nicht, dass jetzt da, weil nicht alle kennen die Rocket Beans, nicht alle kennen Bundesliga und jetzt sitzen die da und denken, oh mein Gott, warum muss das jetzt extra betont werden? Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber ich habe mit Tobi mal die Plätze getauscht und stand hinter diesem Pult. Also Tobias Escher. Tobias Escher, genau. Praktik-Experte. Stand hinter einem Pult, das reicht locker bis zum Bauchnabel, also alles gut und der Chat hat immer behauptet, also es läuft parallel im Chat, es ist ein TV-Sender, beziehungsweise Internet-TV-Sender, Online-Sender und der Chat hat immer behauptet, Tobias Escher trägt gar keine Hose. Und das war so ein bisschen der Running-Gag über all die Monate und irgendwann, als ich dann dahinter stand, habe ich gedacht, so, ist da was, jetzt bekommt ihr mal euren Experten in Anführungsstrichen mal ohne Hose. Man hat natürlich nichts gesehen, da ich hinter dem Pult, hinter dem Tisch stand, aber die Hose lag dann tatsächlich auf dem Pult und Nils und Tobias und auch Etienne, die drei Moderatoren dieser Show, waren kurz sprachlos. Ja, und der Chat ist explodiert. Ich weiß nicht, ich habe es damals live gesehen, das war sehr lustig, das war ein goldener Moment, deswegen musste er ins Intro rein. Ja, aber nur das als Aufklärung, nicht, dass die Leute sich in irgendeiner Form da Gedanken machen. Ja, wobei man jetzt wahrscheinlich, vielleicht können wir das als Running-Gag etablieren, dass du jetzt immer ohne Hose bei der Zone sitzt. Man sieht uns ja eh nicht. Man weiß es, genau. Deswegen müssten wir nochmal Uli Hebel fragen aus dem letzten Tribünen-Gespräch oder einen von deinen anderen Mit-Kommentatoren. Also lass uns über deine Karriere sprechen, beziehungsweise überhaupt über so deinen Werdegang, wie du in den Profifußball reingekommen bist und wenn man ganz früh anfängt, du wurdest am 2. September 1983 geboren und zwar in Rumänien. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht ganz den Namen auszusprechen der Stadt. Also der deutsche Name ist Schäßburg, das ist nicht so schwer und der rumänische Name ist Siggischwara. Ja, okay, das hätte ich so nicht hinbekommen. Du bist in Rumänien geboren und als Kind dann nach Deutschland gekommen. Ja. Wie kam das und wie war es denn dann, sich in Deutschland einzugewöhnen? Also wie das kam, dass ich geboren wurde, ich denke, da sind wir uns alle im Klaren darüber, wie das passiert ist. Kurz vielleicht noch so ein bisschen die historische Einordnung. Es gab in Rumänien oder das Gebiet Siebenbürgen gibt es immer noch. Es sind irgendwann 14. bis 15. Jahrhundert ganz, ganz viele deutschstämmige Menschen wirklich aus dem deutschsprachigen Raum dahin gezogen aufgrund wirtschaftlicher Interessen, Handelsstraße und 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 sind da immer präsent geblieben über all die Jahre und Jahrhunderte und deswegen gab es da in der Ecke sehr, sehr viele deutschstämmige. Deutsch war mit fast eine zweite Amtssprache, du konntest dich mit Deutsch wirklich frei bewegen und nach Ende der Diktatur 89 sind natürlich dann sehr, sehr viele wieder weg davon. Der größte Teil nach Deutschland, ein Teil nach Kanada und meine Eltern wollten halt auch nach Deutschland, weil ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Ich habe da nur bis kurz vorm sechsten Geburtstag da gelebt, aber es war halt wirklich eine Diktatur und Ceausescu hat in Saus und Braus mit goldenen Wasserhähnen im wahrsten Sinne des Wortes gelebt und sein Volk verhungern lassen und dementsprechend nachvollziehbar für mich, dass meine Eltern unzen sich selber, weil sie waren halt auch erst Anfang Mitte 30 und natürlich uns auch ein besseres Leben ermöglichen wollten. Mein Onkel, der Vater, der Bruder väterlicherseits, war schon in Deutschland seit 84, glaube ich. Und da sind wir dann erst mal untergekommen. Das war in Aachen, beziehungsweise im Vorort von Aachen in Alsdorf ein paar Wochen gelebt, bis mein Vater dann einen Job in der Firma meines Onkels bekommen hat. Ja, und dann sind wir erst mal nach Basweiler gezogen. Das ist auch da ganz in der Nähe. Und da habe ich dann auch das erste Mal im Verein Fußball gespielt. Heißt denn, weil du sagst Deutsch eigentlich fast zweite Amtssprache, bist du auch deutschsprachig aufgewachsen dann schon in Rumänien? Also wir haben zu Hause nur Deutsch gesprochen. Beide Eltern sind deutschstämmig. Im Stammbaum ist tatsächlich nur mein Opa mütterlicherseits hat rumänische Wurzeln, alle anderen wirklich deutsche Wurzeln. Und ich war auch in einem deutschen Kindergarten, habe mein erstes Schuljahr auch in einer deutschen Schule gemacht. Da müsste man wahrscheinlich eher umgekehrt fragen, sprichst du überhaupt Rumänisch? Ich konnte es rudimentär. Also ich konnte es wirklich, es hat gereicht, um sich so ein bisschen zu unterhalten. Aber spätestens dann, als wir in Deutschland waren, habe ich kein Wort mehr gesprochen, weil, wie schon gesagt, zu Hause nur Deutsch gesprochen wurde. Ich verstehe es minimal ein bisschen heute noch, aber sprechen wird schwierig. Entsprechend leicht war aber dann, um an die Frage von Max anzuknüpfen, wie das mit der Eingewöhnung in Deutschland geklappt hat, wahrscheinlich dann, weil es kein sprachliches Hindernis gab. Gar nicht, gar nicht. Da konnte ich mich ganz normal frei bewegen und unterhalten. Und war der Fußball da dann auch wichtig, da reinzukommen? Also mit sechs, sieben Jahren, glaube ich, geht es mit der Integration ja noch ganz gut, weil Kinder sind da ja nicht so. Ich glaube, später wäre es ein bisschen heftiger für dich geworden. Später wäre es sicherlich schwieriger geworden. Der Fußball hat insofern geholfen, dass du natürlich schnell Kontakt zu Gleichaltrigen geknüpft hast, was aber auch schon über die Schule relativ zügig ging. Ich weiß noch, dass es darum ging, okay, kommt er jetzt in die erste oder die zweite Klasse, weil ich das erste Schuljahr schon in Rumänien gemacht hatte. Und die damalige Lehrerin, Frau Rose, die ich heute noch irgendwann mal gern wiedersehen würde, über Facebook und Co. war nichts zu finden. Hatte sich mit meinen Eltern quasi geeinigt, wir packen ihn in die zweite Klasse und sehen ja dann, ob es funktioniert oder nicht. Und zumindest in der zweiten, dritten, vierten Klasse war das mit den Noten alles noch hervorragend. Also die Entscheidung war die richtige. Und auch da natürlich den Kontakt oder sich sehr, sehr schnell integriert, weil es eben diese sprachliche Barriere nicht gab. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie fremd zu sein. Fußball hat aber erst in Deutschland angefangen für dich. Im Verein, ja, ja. Das war vorher. Also es gibt Bilder, da kann ich gerade gehen und sitze schon auf dem Ball und treibe ihn durch den Garten. Und ich weiß nicht, wie viele Rosenblumen und Gemüse. Ich im Garten meiner Oma damals, die wirklich noch auf dem Land wohnte in Rumänien mit Bauernhof und so, was ich da alles kaputt gemacht habe und zerschossen habe. Und also das werde ich hier nie alles ersetzen können. Aber im Verein dann wirklich erst in Deutschland, in Basweiler. War das mal ein Thema, ob du auch Handball spielst? Denn deine Mutter hat ja zweite Liga Handball gespielt. Meine Mutter war sehr erfolgreiche Handballspielerin in Rumänien. Das ist richtig. Aber da gab es, glaube ich, nie die Diskussion, dass diese Handballschiene hat meine Schwester so ein bisschen übernommen. Okay. Und wie ist Aachen so? Ich war da nur einmal kurz, ehrlich gesagt. Naja, es ist eine Kaiserstadt. Die Kaiser Karl wurde in Aachen gekrönt. Da ist der Dom natürlich, ja, gerade kulturhistorisch sehr, sehr interessant. Ansonsten, du bist halt relativ schnell in Holland und in Belgien, beziehungsweise in den Niederlanden und in Belgien. Ich weiß noch, dass wir sehr gerne immer in den Niederlanden dann am Markt samstags einkaufen waren. Also die, aus der Ecke fährt man sehr gerne nach, in die Niederlande einkaufen. Ich weiß noch, dass ich mit 18 sehr gerne rübergefahren bin nach Belgien. Das waren tatsächlich nur acht bis zehn Kilometer, weil da das Tanken 50 Cent billiger war als in Deutschland. 55 Cent ist aber eine Nummer, ja. Ne, das war wirklich, also wenn du in Deutschland, also beziehungsweise Pfennig, eine Mark 70 oder so bezahlt hast, bist du rübergefahren und irgendwas zwischen. War gerade die Umstellungszeit, ne? 83 bist du geboren, 18, 2001, also gerade die Mark Euro Umstellung. Ja. Und da konntest du in Belgien dann auch für 1,10, 1,15, 1,20 tanken. Das hat sich dann halt, gefühlt hat sich das gelohnt, müsste man mal ausrechnen, ob das mit dem Hin und herfahren und so. Aber über sowas denkt man in dem Moment ja nicht nach. Nein, Aachen ist, finde ich, eine schöne Stadt. Die Altstadt, wie schon gesagt, gerade rund um den Dom, das hat natürlich, kulturhistorisch hat das schon eine gewisse Bedeutung. Aber es ist wie so häufig, wenn du da halt lebst, hat das halt nicht diese Besonderheit, als wenn du von außen da hinkommst und dir das mal anschaut. So für mich war das völlig normal mit dem Rathaus und alles, das war halt Alltag. Zehn Jahre Hamburg und dann ist der Fischmarkt und der Hafen ist halt auch einfach nur Teil des Ganzen. Und für jeden, der halt irgendwie mal da hinkommt, das must see. Ich habe über dich gelesen, ich zitiere jetzt aus einem Artikel, wenig später nach dem Umzug nach Deutschland sieht er Heribert Fassbender in der Sportschau und beschließt, Fußballprofi zu werden. Weil er aber gerade sieben Jahre alt ist, wird er erstmal Fan. Er trägt ein Bayern-Trikot und findet Mehmet Scholl toll. Jahre später wird er ihn nach einem Pokalspiel mit dem FC St. Pauli ansprechen, wie ein schüchterner Schüler sein Rektor. Herr Scholl, ich möchte nur kurz stören und Ihnen meine Hochachtung aussprechen. Das ist korrekt, ja. Ich weiß sogar, aus welchem Artikel das kommt. Das ist richtig. Ich war in meiner Kindheit und Jugend und das ging tatsächlich in der Saison 1992 los, die für den FC Bayern damals nicht gut war. Ich glaube, am Ende Elfter oder irgendwas in dem Bereich. Und sicherlich auch durch meinen Vater ein bisschen getrieben. Dein Vater ist Bayern-Fan? Ja, sympathisant, ja. Ich denke, da muss man natürlich auch wieder das im großen Kontext sehen. Wenn du in Rumänien Fußball wahrgenommen hast, internationalen Fußball, dann waren es halt, okay, in den 80ern auch der HSV, aber einfach über lange Zeit war es natürlich der FC Bayern, der da einfach am präsentesten oder mit am präsentesten war. Wie sich deine Karriere hätte verändern können, wenn dein Vater HSV-Fan gewesen wäre. Oh Gott. Da will man gar nicht drüber nachdenken. So, und von der Seite kam das auch so ein bisschen hingeführt. Und es war wirklich diese nicht gute Saison, wo ich dann so ein bisschen meine Affinität für den FC Bayern zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, entdeckt habe und bin dann wirklich als kleiner Steppke. Und das sind Momente, an die ich einfach sehr, sehr gerne zurückdenke, weil es auch viele Momente des Glücks sind, überall hingefahren, wo der FC Bayern in der Nähe spielte. Damals gab es noch Bayer Oeding in der ersten Liga. Wir hatten Fortuna Düsseldorf im Rheinstadion. Wir hatten den Bökelberg in Gladbach übrigens das Stadion, wo ich mich wirklich am allermeisten ärgere, dass ich es nie geschafft habe, dort zu spielen in Deutschland, weil da natürlich auch viele Jugenderinnerungen dranhängen. Bayer Leverkusen damals noch ohne Tribüne hinter dem einen Tor, als noch dieser Erdwall einfach nur da war. Ich weiß nicht, ob ihr euch... Das kenne ich nur noch aus Erzählungen, so ehrlich gesagt. Und das kenne ich noch live. Da war halt keine Tribüne. Du guckst erste Liga und dann ist da wirklich so ein Erdwall. Also das war schon sehr interessant. Was war da noch in der Ecke? Klar, Köln noch. Die anderen habe ich jetzt, glaube ich, aufgezählt. So die Grotenburg-Kampfbahn, das weiß ich noch. Das war ein Pokalspiel oder ein Meister, weiß ich gar nicht mehr. 5-0 für den FC Bayern. Thomas Strunz aus 20 Metern in den Winkel und ich stehe halt wirklich so in der Schusslinie dahinter und sehe ihn einfach nur einschlagen und ganz, ganz viele tolle Momente. Plus, als ich dann nach Setterich gezogen bin 1994, das ist ein Stadtteil von Basweiler. Unser Nachbar war großer Gladbach-Fan und der ist wirklich jedes Heimspiel zum Bökelberg gefahren. Und ich bin in 75 Prozent aller Fälle mit dahin gefahren und ich will jetzt nicht sagen, dass ich Fan war, aber schon, ich fand das da alles sympathisch. Ich fand das toll, wie das in Gladbach war. Es war die Zeit mit Karl-Heinz Flipsen, Martin Dahlin, Patrick Andersson, Stefan Effenberg, dann Kastenmeier, Jörg Neuen, Uwe Kamps im Tor. Ich glaube, der einzige Torhüter, der bei Paraden, der es schafft, dass seine Beine höher sind als der Rest des Körpers und einfach großartig und dann halt der Bökelberg. Und da habe ich sehr, sehr viele Spiele, Nachmittage, Abende verbracht und viel auf der Gegengraden gestanden oder Gegentribüne. Die Gladbacher bitte jetzt nicht meckern, ich weiß nicht genau, wie man das am Bökelberg nannte. Ich stand auch mal in der Nord, klar, der Gästebereich, da stand ich halt, wenn der FC Bayern da gespielt hat, stand ich in der Süd. Und bei einem großen Spiel sahen sich auf der Haupttribüne, haltet euch fest, 45 D-Mark plus Topspielzuschlag. Das heißt, die Karte hat 50 D-Mark gekostet auf der Haupttribüne, Oberrang. Mal gucken, wo man für das Geld heute noch. Ja, gut, okay. Aber es war damals auch eine Menge Geld, oder? Das war damals 50 D-Mark. Für eine Karte war schon ganz schön viel Holz gegen den FC Bayern. Und Haupttribüne und es war die für mich wahrgenommene Geburtsstunde von Heiko Herrlich. Das 2 zu 0. Er ist eingewechselt worden und schießt in der 82. und 88. Also in den letzten Minuten schießt er zwei Buden und der Bökelberg. Es war ein Abendspiel, explodiert halt komplett. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Das war einfach so ein ganz besonderer Abend für mich als eigentlicher Bayern-Fan. Natürlich doofer Heiko Herrlich. Aber es war trotzdem einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie ekstatisch das in so einem Fußballstadion ablaufen kann. Ich meine, ihr könnt euch das vorstellen. Ich meine, das Duell Gladbach-Bayern, das war früher, das ist heute jetzt so langsam auch wieder ein ganz besonderes Duell. Und dann schießt der Spieler, der irgendwie bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, relativ wenig gespielt hat oder nur unregelmäßige Einsätze hatte. Wird eingewechselt und schießt in den letzten Minuten dann zwei Tore. Die Nordkurve natürlich, ja, komplett steil gegangen. Manolo, glaube ich, vom Zaun gefallen. Manolo ist natürlich auch so eine Geschichte, die man damit natürlich verbindet. Lange Zeit, ja, ich weiß nicht, gibt's, fällt euch irgendwas ein? Gibt's so was Vergleichbares bei anderen Vereinen? Mit so einem Trommler. Die Bayern hatten ihren Trompeter zum Beispiel, der ganz lange sehr wichtig war, auch für die Stimmung in der Kurve. Aber nicht so ganz nach außen hin sichtbar wie Manolo, oder? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich die Aussicht haben. Und die Schalter nicht auch so Trompeter gehabt oder haben? Ja, ich glaube auch. Dann gibt's natürlich den Spanien, den heißt ja nicht sogar auch Manolo, den spanischen, also von der von der spanischen Nationalmannschaft, der quasi immer mitfährt. Genauso wie den einen Franzosen, der immer den Hahn mit reinschmuggelt, wann immer es geht. Aber ich glaube, nach außen sichtbar, wie es Manolo zu der Zeit war. Und gefühlt durfte der auch alles. Ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals ein Ticket besaß, weil der war halt da. Und ich, der ist auch im Innenraum dann zwischen den Tribünen hin und her und hat dann auch mal die, auf der Gegenseite die Leute angefeuert und so. Das wird's ja heute in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben. Da brauchst du ja einen kompletten Sicherheits-Backup-Check. Müsste ja halt so ein Zebra- oder ein Fohlenkostüm anziehen heutzutage, um das zu machen. Nein, also das sind so die stärksten Erinnerungen, die ich einfach an die Zeit habe. Da ist der Bökelberg wirklich unheimlich präsent. Unheimlich präsent am Düsseldorfer Rheinstadion. Ich erinnere mich an ein Pokalspiel des FC Bayern in Düsseldorf, das verloren wurde. Irgendwann 93, 94, ein 0 zu 2, glaube ich war das. Das 5-1 gegen Öding habe ich oder 5-0 habe ich angesprochen. Aber mein erstes Bundesligaspiel, wenn wir schon ein bisschen bei dem Thema sind. Ich sage es ja wirklich ungern, weil ich später halt nicht die besten Erfahrungen mit diesem Verein gesammelt habe. Aber das war die deutsche Meisterschaft des ersten FC Kaiserslautern in Müngersdorf. Mit einem Platzsturm, der damals nicht als großer Skandal, glaube ich, wahrgenommen wurde. Die Lauterer am Ende 6-2 gegen Köln. Also in Köln. Welche Saison war das? 92. War das die 92er? Ach so, klar, mit Eintracht Frankfurt und Hanse Rostock. Einzige Mal als der Meister geworden. Ja. Plus die Aufsteiger-Meisterschaft, ja. Ja. Das darfst du, glaube ich, weil den Lauterer nicht hinten runterfallen lassen. Und ich weiß noch, wie in den letzten Minuten alle aus dem Lauternblock halt über die Zäune sind und irgendwann die Tore geöffnet. Und dann standen sie wirklich, so wie man es eigentlich noch aus den 70ern eher kennt, dass die Zuschauer quasi am Spielfeldrand stehen und das Spiel trotzdem irgendwie noch läuft. Und bei jedem Pfiff so die ersten Schritte schon auf den Platz gelaufen wurden. Und ich als kleiner Steppke das von außen beobachtet habe, das war meine allererste Erfahrung in einem Bundesliga-Stadion. Und ja, das sind einfach die Erinnerungen, die bei mir so präsent sind. Dann noch ein paar andere kleine Dinge, aber dazu kommen wir dann vielleicht später noch. Ich habe es übrigens gerade verhauen. 92 war ja Rostock, Frankfurt, Stuttgart wurde da Meister. Wann war das? Das war 91. Okay, ja. Wer hat dir das denn, oder wie hast du dir das alles finanziert? Waren da deine Eltern immer unterstützend? Also bei mir zum Beispiel war es ein Riesenthema, dass ich nicht ins Stadion durfte, weil auch München so weit weg war. Wie war das bei dir? Also da hatte ich die Unterstützung durch meinen Vater oder durch meine Eltern. Mein Vater war häufig mit. Cool. Also die Besuche habe ich, gerade die Bayern-Besuche habe ich immer mit meinem Vater zusammen gemacht, plus noch mit einem. Es ging ja dann auch schon früh los. Du hast ja gesagt, Kaiserslautern, das war ja acht Jahre oder neun Jahre alt. Da war ich acht Jahre alt, ja. 91 oder kurz vorm achten. Ja, und dann sind wir halt dadurch, dass in der Ecke halt wirklich relativ häufig irgendwie was war. In Gladbach konntest du dann Bundesliga-Fußball gucken und zu den Bayern-Spielen bin ich dann mit meinem Vater, plus noch einem Mitspieler und dessen Vater, der in einem Fan-Club drin war und völlig, also wirklich völlig Bayern-verrückt war. Das ist unglaublich. Das ist, Herr Seifert hieß er, glaube ich, war Schornsteinfeger von Beruf und der ist aber auch quer durch Europa mit dem Bus oder mit dem Auto und ist den Bayern hinterher. Also wirklich ganz, ganz extrem so. Und da bin ich in Anführungsstrichen mitgeschleppt worden oder haben wir uns mitschleppen lassen, weil die dann auch im Akkarten über den Fan-Club und so. Das war ja früher dann doch etwas komplizierter, als es heute der Fall ist. Und ja, Gott sei Dank habe ich da die Unterstützung von meinem Vater gehabt, um ja, all das erleben zu dürfen. Aus Fansicht. Cool. Und es hilft mir oder es half mir, glaube ich, auch, dass ich halt diese Seite, diese Fan-Seite wirklich auch ganz intensiv kenne. So, dass ich als kleiner Junge auch geweint habe nach Niederlagen im Fan-Blog. So, es ist halt nur ein verlorenes Spiel. Aber jetzt bist du mal im Stadion und jetzt verlieren deine Helden. Das ist doof. Und du weißt halt, wie es ist, wenn man das so durch die Woche durchträgt, oder? Das war natürlich in der Schule war das ja ganz extrem. Da war, wir hatten natürlich den Gladbach-Blog, der einfach sehr präsent war bei uns in der Schule, wirklich gerade in den älteren Stufen viele Kuttenträger. Der Klassiker, eine Jeansjacke hinten drauf, dann der große Aufnäher, Nordkurve Gladbach und die ganzen Aufnäher, für die man für 50 Prozent dessen würdest du heute ganz viel Ärger bekommen. Also die klassischen Kuttenträger hatten wir bei uns in der Schule. Und dann in meiner Klasse habe ich das mit dem FC Bayern natürlich auch nach außen getragen. Also ich glaube, ich habe auch, Karl-Heinz Rummenigge würde sich freuen. Ich glaube, ich habe alle Trikots von 92 bis 2000. Müsste ich eigentlich von jeder Saison haben. Geil. Habe ich mittlerweile übrigens alle von Thomas Linke mal unterschreiben lassen. Ja. Da kommen wir natürlich noch. Und auch sonst Bettwäsche. Ich habe noch, ich habe letztens einen Ordner gefunden. Ich war ein sehr begeisterter Bravo-Sportleser. Deswegen auch Mehmet Scholl als Idol? Nee, nee, das war was anderes. Aber dazu kommen wir ja bestimmt später. Und habe alle Poster gesammelt. Und ich habe in meinem Zimmer, ich hatte keine freie weiße Stelle und das war alles voll mit Bayern-Postern. Und die habe ich noch, wie schon gesagt, in diesem Ordner gefunden. Ich habe irgendeine Hausarbeit über den FC Bayern 1995 geschrieben, wo ich über einen gewissen Zeitraum. Wir hatten, die Schule hatte eine Kooperation mit den Aachener Nachrichten. Und dann gab es, haben wir immer die Zeitung jeden Morgen bekommen und mussten halt über einen, ich glaube, einen Zeitraum von zwei oder drei Wochen irgendwas in dem Bereich, mussten wir uns ein Thema raussuchen und alles, was in der Zeitung war, quasi dokumentieren und auswerten. Und mein Thema war halt der FC Bayern in diesem Zeitraum. Und habe meine Hausarbeit über den FC Bayern und die sportliche Entwicklung in diesen Wochen geschrieben. Ich habe den Ordner tatsächlich noch zu Hause. Also es ging halt tatsächlich, ich habe mich wirklich sehr, sehr intensiv mit Fußball beschäftigt. Und Sportschau war natürlich Pflicht. Für Premiere war zu dem Zeitpunkt dann leider kein Geld da. Dann saß ich halt 15.30 Uhr da. Papa, Papa, Bundesliga läuft. Ja. Und nach 20 Sekunden war es verschlüsselt. Ach so. Der Klassiker. Und dann aufs Radio umgesprungen. Und dann aufs Radio umgesprungen. Die WDR 2 Fußballkonferenz. Die musste ich dann aber in meinem Zimmer hören, weil mein Vater wollte es nicht wissen. Ach so. Er wollte die Sportschau. Die Spannung für die Sportschau. Das war immer das Thema. Stimmt, das war bei uns in der Familie auch immer so. Mein Vater hat sich irgendwann angewöhnt, dass er uns vor 1945 hatte uns gar nicht so wirklich angesprochen, weil er immer nicht wusste, wer. Ich habe ja drei Brüder. Wer von den Brüdern hat es jetzt schon mitbekommen, wie die Bayern gespielt haben? Wer wollte es mitbekommen? Wer wollte nicht gespoilert werden? Sehr cool. Ja. Und er wollte es halt nicht, sondern er wollte bis 18 Uhr warten, wenn die Sportschau startet und da dann quasi den Überraschungseffekt haben. Wo hat denn der Gladbach-Schal seinen Platz gefunden in all diesen Bayern-Devotionalien? Ich habe hier in unseren Notizen stehen, dein erster Schal war ein Gladbach-Schal. Ja. Der kam halt vom Nachbarn. Ja. Den habe ich einfach im Zimmer gehabt. Also der war dann im Schrank. Ich gehörte nicht zu denen, die dann quasi den Schal anzogen, die Farben wechselten und damit ins Stadion. Genau. Also ich will jetzt ich glaube, ich würde mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ich war nicht einmal ohne Schal im Stadion. Das glaube ich nicht. Aber nicht viel, nicht regelmäßig. Dafür war dann meine Verbundenheit in Anführungsstrichen zu dem Zeitpunkt zum FC Bayern einfach zu intensiv. Das war schon damals nicht so, dass ich, ich glaube, keiner macht einem 7, 8, 9, 10-Jährigen da einen Vorwurf, wenn er mal mit zwei Schals nacheinander rumläuft. Aber das habe ich nicht in der Intensität verfolgt, beziehungsweise da mitgelitten, wie ich es mit dem FC Bayern damals getan habe. Wann hat denn das aufgehört? Weil jetzt bist du ja nicht mehr als der Bayern-Ultra bekannt. Oder hat das gar nicht aufgehört? Na doch. Also das Intensive hat schon aufgehört. Spätestens dann so mit 16, 17, als ich selber so Richtung Profi, dann wird das automatisch weniger. Eine gewisse Sympathie ist immer noch vorhanden, aber die ist auch für mehrere Vereine da. Klar, wenn es rein ums Sportliche geht, für andere Vereine wird sie nie da sein. Aber als Fan würde ich mich nicht bezeichnen. Ich war jetzt am Anfang des Jahres international ein bisschen unterwegs und habe mir auch Leverkusen in Madrid angeschaut. Okay, persönliche Beziehung vielleicht zu Danny Da Costa und Ramazan Ötchan zu dem Zeitpunkt. Aber ich war auch mit dem BVB in Monaco und in Lissabon. Also jetzt nicht so, dass ich nur dem FC Bayern hinterher reise. Ja, stimmt. Da braucht man denen auf Facebook zu folgen. Bitte hör übrigens auf, diese 360-Grad-Fotos zu machen. Warum? Ja, weil das einen neidisch macht. Aber es sind schöne Momente und ich bin wirklich unfassbar froh, die Erfahrung oder im letzten Spiel im Calderon, Europapokalspiel im Vicente Calderon bei Atletico gewesen zu sein. Es war immer, was heißt immer, aber in den letzten Jahren ist das immer mehr so ein Wunsch gewesen, im Calderon zu sein, weil die Stimmung schon eine besondere sein soll. Das war ja das, was ich nur wahrgenommen habe. Und dann war ich gegen Leverkusen da und das war ja schon im Prinzip nach dem Hinspiel entschieden. Ich glaube, 4-1 war das Hinspiel in Leverkusen und das war halt, sportlich war das durch. Also klar, Leverkusen hatte seine Chancen, aber Atletico hat halt auch, ja, von der Intensität her war das ein besseres Trainingsspiel. Also wenn sie gemusst hätten, hätte, keine Ahnung, Torres oder Gamero oder so, die hätten da nochmal zwei gemacht, wenn es nötig gewesen wäre. Und selbst da, bei einer durchwachsenen Stimmung, sage ich schon, das war, im Mittel war das in Ordnung. Und dann kam der Moment, als Fernando Torres aufgestanden ist zum Warmmachen. Was ist denn hier los? Dass Torres natürlich eine große Nummer bei Atletico ist, das wissen wir. Der hat sie mit 17 damals hochgeschossen und großes Idol. Aber zunächst mal vor dem Stadion gefühlt 75 Prozent Torres-Trikots. Und dann steht der auf, läuft Richtung, auch noch zu seiner Kurve, weil da war halt das Tor, wo die sich warmmachen mussten. Und in dem Stadion brach auf einmal eine Euphorie los, eine Lautstärke, wo ich denke, haben die jetzt gerade zwei Tore in zehn Sekunden geschossen oder was ist hier los? Das war brutal und hab dann so, wie muss das hier erst sein, wenn es halt um was geht? Also wirklich ein Spiel, wo es, ne? Wenn die Hütte brennt, ja. Wenn die Hütte brennt. Und hatte dann natürlich das große Vergnügen, das Glück beim Rückspiel Atletico gegen Real Champions League Halbfinale dabei zu sein, hatte die Karten oder hatte die Karten dann auf der Gegenseite bekommen. Und als Atletico dann 2-0 führte, also vor dem Spiel war es schon eine ganz eigene Stimmung, also ich wurde nicht enttäuscht, war dann auch mittendrin, das ist dann nochmal irgendwie geil. Und als Atletico dann 2-0 führte, das Stadion stand Kopf, das war Wahnsinn, das war einfach nur laut, obwohl kein Dach da ist. Bei Atletico nur die Haupttribüne überdacht und wenn das auch noch, wenn da noch das Dach drauf wäre, dann wäre das noch schlimmer, schlimmer in Anführungsstrichen natürlich. Und ja, im Prinzip hat Benzema dann den Stecker gezogen mit seinem, ja mit seiner Vorarbeit zum 2-1. Ich sag dir eins, kurzsportlich, wenn da nicht drei Leute bei ihm stehen, außen an der Ecke. Sondern weniger, dann kriegen sie es verteidigt. Nur einer, dann verteidigt er konsequent. Aber in dem Moment, wo da drei stehen, ja du hast ihn, du hast ihn, wenn alle drei sagen, du hast ihn. Udo Lattic hat da immer gesagt, nimm du ihn, ich geh Brot holen. Genau. Und ja, Atletico, großartig, wie sind wir da hingekommen? Genau, ich reise nicht nur dem FC Bayern hinterher, die ich dann aber auch in Madrid und bei Arsenal gesehen habe, sondern auch den anderen Mannschaften. Und das ist dann, wie hast du so schön gesagt, als ich kurz davor war oder als es dann Richtung Profifußball ging, ist diese ganz extreme Hingabe und diese ganz extreme Bindung einfach verloren gegangen. Und auch heute noch kann ich wunderbar trennen zwischen der Mannschaft und dem Rest des Vereins. Ja, das müssen alle Bayern-Fans irgendwann lernen, sonst wird das alles schwierig. Ja, lass mal über deinen Einstieg in den Profifußball sprechen. Wie ging das denn los mit deiner Karriere? Also, in Basweiler gespielt, dann bei SV 07 Setterich, das sind so zwei kleine Dorfvereine. Da wollte ich vorhin schon noch drauf kommen. 90 in Basweiler angefangen mit 7 und 94 mit 11 zum nächsten Verein gewechselt. War das schon so ein, also ich sag mal bei uns. Wir sind einfach umgezogen. Okay, okay. Wurde es nicht abgeworfen. Tatsächlich, in meiner Fußballjugend war es so, ich habe mit einem späteren Bayern-Spieler in der Jugend zusammengespielt und der ist halt dann, ich glaube, in der D-Jugend zum FC Augsburg, vom FC Augsburg abgeworben worden und von da aus zum FC Bayern. Darum war jetzt die Frage gewesen, war das da schon so ein Zwischenschritt? Nee, das trifft auf den nächsten Wechsel. Auf Teverin. Auf Teverin, genau. Also, wie eben schon gesagt, wir sind dann 94 nach Setterich gezogen und dann habe ich einfach den Verein gewechselt und Basweiler und Setterich waren zu dem Zeitpunkt, das waren so die zwei Vereine, die nicht die beste Jugendarbeit hatten, aber die so die besten Jahrgänge hatten. Das waren immer die knappsten Spiele. Alles andere war immer relativ deutlich, aber außer gegen Brachelin, die hatten auch zwei gute Jungs und Übach-Palenberg, die hatten Knoll, aber das alles Kindheitsgeschichten, damit könnt ihr nichts anfangen, waren das immer die knappsten Spiele so und dann sind wir nach Setterich gezogen und die hatten sich gefreut, dass ich dann in Setterich gespielt habe und dann kam tatsächlich der erste Wechsel, der, ich sag mal, eine neue Stufe war, das war der Wechsel zu Germania Teverin. Zu dem Zeitpunkt spielten die in der Regionalliga. Die hatten einen, ich weiß gar nicht, was der für ein Unternehmen hat im Hintergrund, der hatte damals ein bisschen Geld investiert und das war schon sehr ordentlich, was da auf die Beine gestellt wurde, ist auch nur ein ganz kleines Dorf, aber die haben damals Regionalliga gespielt, Basweiler zu dem Zeitpunkt Oberliga und da wurde dann auch ein bisschen in die Jugendarbeit investiert. Und da hatten wir in der höchsten Spielklasse dann gespielt, da war ich zwei Jahre und dann hatten, schrieben wir das Jahr 1999. Für die Bayern-Fans natürlich kein schönes Jahr, aber dieser Abend war für mich, für die spätere Karriere, einer der wichtigsten Abende, weil an dem Abend kam der Jugendleiter von Alemannia Aachen zu uns nach Hause und da habe ich meinen Vertrag bei Alemannia Aachen unterschrieben. Das war dann der nächste Schritt. Also tatsächlich kurz vorm Anstoß des Champions-League-Finals gegen United habe ich dann meinen Vertrag bei Alemannia Aachen unterschrieben. Ich weiß noch, dass wir es gerade geschafft haben und dann ist er los und dann war Anstoß und dann haben wir uns nach elf Minuten alle gefreut, weil Mario Basler das Tor erzielt hat. Wir wissen alle, wie es dann weitergeht. Und vor allem, wo wir in diesem Abend waren, das ist jetzt eben das Coole, wenn du sagst, da habe ich meinen ersten Vertrag oder den Wechsel zu Aachen unterschrieben und irgendwie weiß jeder, was habe ich da zu dem Zeitpunkt gemacht. Genau, ich versuche jetzt die Erinnerung an 1999 damit zu überlagen, dass ich mir jetzt immer denke, ach Wahnsinn, da hat es der Ralf geschafft. Für Ralf war es ein richtig schöner Abend. Ja, für mich war das wirklich auch ein ganz toller Abend, weil das war auch die Saison, in der Alemannia Aachen aufstieg. Es war eine sehr, sehr tragische Saison, sehr, sehr tragischer Aufstieg. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch an den Tod von Werner Fuchs, der Trainer damals, der wenige Wochen vor Ende der Saison bei einem Waldlauf einem Herzinfarkt erlitt. Da war natürlich rund um den Tivoli, ja, Werner Fuchs war da wirklich eine Ikone. Er war wirklich sehr, sehr beliebt bei allen und man hat gemerkt, was da rund um den Tivoli passiert, dass das ein großes Loch in das Ganze eigentlich riss. Aber das war die Zeit, in der ich zu dem Verein gewechselt bin. Das war die Zeit, in der ich das erste Mal Viererkette trainiert habe. 1999. Ja, 1999 ging es los, dann wurde Eugen Hach, wurde Trainer und hat gesagt, pass auf, wir spielen Viererkette und ich will auch, dass meine zweite Mannschaft das spielt, dass die A-Jugend, dass die B-Jugend und, und, und. Und dann weiß ich, dass wir mit Seilen links und rechts auf dem Platz standen, einfach um die Linie zu halten, um die Abstände zum Nebenmann zu halten. Und dann, die Vorbereitung war null anstrengend, weil wir sehr, sehr wenig im läuferischen Bereich gemacht haben, aber wahnsinnig intensiv für den Kopf, weil du Taktik ganz extrem trainiert hast zu dem Zeitpunkt. Und ich war sogar noch manchmal Mittelfeldspieler. Also eher so Sechser, Zehner, zum Teil rechter Mittelfeldspieler. Und irgendwann kam dann der Wechsel in die Innenverteidigung. Das war dann aber ja eigentlich so ein Ticken zeitlich gesehen vor dem, ich sage jetzt mal, Umbruch im deutschen Fußball. Das war vorher, ja, ja, das war vorher. Den zweiten Umbruch, den habe ich dann später quasi mitgemacht, auf anderer Ebene. Okay. Wie warst du damals so konstituiert? Also heute bist du, du bist ja sehr groß gewachsen. Kleiner. Also war es damals noch nicht so absehbar, dass du so lang aufziehst? Weil wenn du jetzt sagst zum Beispiel Mittelfeldaußen, das würde man jetzt heute nicht mehr erwarten, würde ich sagen. Nein. Also angefangen habe ich Basel-Weiler-Setterich tatsächlich als Rechtsaußen, als Stürmer. Genau, das. Der übliche Weg und dann ging es immer wieder einen Schritt zurück. Das habe ich auch schon gelesen, ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Fandst du das gut? Weil eigentlich würden wir ja nur Tore schießen, wenn man jünger ist. Ja, habe ich ja dann auch, aber später, für mich war immer, ich war immer auf den Mannschaftserfolg bedacht. Vielleicht manchmal zu extrem, vielleicht habe ich mich selbst manchmal zu sehr zurückgenommen. Aber für mich ging es immer darum, dass die Mannschaft Erfolg hat. Ganz schönes Klischee. Ja, das mag sein, aber das steht ja manchmal wirklich selbst im Weg. Ich erinnere mich ja an Situationen, wo es vielleicht förderlicher gewesen wäre, ein Stück weit Egoismus an den Tag zu bringen. Aber ich bin halt nie einer gewesen, der öffentlich meckert oder der irgendwie versucht, Druck aufzubauen oder der Theater macht oder sowas, weil das immer auch ein Stück weit den Mannschaftsfrieden stören kann und dem wollte ich mich nie aussetzen oder ich wollte nie, dass ich auch nur ansatzweise irgendwas mache, womit der Mannschaftserfolg gefährdet ist. Und auch das mit den Positionen war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so wichtig. Ich ging dann in meine erste A-Jugendsaison als Sechser, Mittelfeldspieler und dann kam Theo Gries, dem ich unheimlich viel zu verdanken habe, kam zu mir, mein damaliger A-Jugendtrainer, und sagte, Ralf, ich sehe dich als Innenverteidiger. Ich will dich da hinten drin haben. Das war aber auch die Zeit, da bin ich in einem Jahr 10, 12 Zentimeter gewachsen. Also es ging sehr, sehr schnell. Also mit 16, ja, sowas um den Dreh, 16, 17 und da habe ich halt einen großen Sprung gemacht, was mir natürlich dann auf der Position unheimlich geholfen hat. Also Kopfballspiel war zu dem Zeitpunkt, ja, da gab es gar keine Diskussion, wer das Kopfballduell gewinnt. Und dann haben wir mit Aachen halt in der B-Jugend, damals Regionalliga, das war zu dem Zeitpunkt die höchste Spielklasse, da hast du dich halt mit ganz anderen Vereinen gemessen, mit Köln, mit Leverkusen, mit Dortmund, mit Schalke, was hatten wir, Oerding, Wattenscheid, die Altintop-Brüder, meinen Jahrgang, immer gegen die Altintops gespielt und immer musste ich einen der beiden decken. Das war so, in jedem Mann, in jedem Verein, in jeder Mannschaft gab es dann immer diesen einen Spieler, um den ich mich, wo klar war, Ralf, du kümmerst dich um den. So, das war einer der Altintops, das war bei Köln, war es damals Jonas Wendt, ein Fußballer mit unheimlich viel Potenzial, aber der es halt nie zum Profi geschafft hat, aus einigen anderen Gründen, aber er hat mal vier Tore gegen mich geschossen. Ich habe mit, zu Jonas heute noch Kontakt. Und das ist auch der Grund, einer der Gründe, warum er nicht Profispeller wurde. Nein, wirklich zu dem, also Jonas war, das war ein ganz auffälliger Typ, weil auch blonde, lange Haare, bei Köln damals, er war, ich will nicht sagen menschlich schwierig, aber er war schon so ein Dickkopf, der sein Ding macht und eigentlich haben alle gesagt, der, wenn keiner, wenn einer Profi wird, dann der, weil der schießt, er hat ja pro Saison 30, 35 Tore geschossen. Aber da sind wir ja eigentlich an einem interessanten Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe selber in der Jugend mit jemandem zusammengespielt, der dann später bei den Bayern war und der dann auch Profi war, aber es aus damaliger Sicht und auch dann später immer dachte man, ja eigentlich mit dem Potenzial, das er hatte, hätte er weiterkommen müssen und da weiß ich auch, dass so ein bisschen die Persönlichkeit im Weg stand, da sind dir ja mit Sicherheit einige begegnet in deiner Jugend oder in der Übergangsphase dann zum Profi und da in die Richtung kommen wir ja jetzt auch, was, was würde ich denn sagen, was macht denn dann so, was trennt denn da die Spreu vom Weizen? Ist es da so die Disziplin, die Persönlichkeit, die stimmen muss, um dann den Schritt zu schaffen oder? Also grundsätzlich ja, ich habe sehr, sehr viele auch Mitspieler gehabt, die deutlich besser waren als ich in der Jugend, die es aber eben nicht zum Profi geschafft haben aus verschiedensten Gründen und da kommt mit 16, 17 kommt da unheimlich viel dazu, das ist die Disziplin, das ist die Einstellung zum Sport, die Prioritäten verschieben sich, das Wachstum möglicherweise spielt einigen dann Streich, weil es halt nicht mehr weiter geht mit 16 und dann bleiben sie bei 1,65, was halt schwierig ist, also da musst du schon Ausnahme sein, um dich dann durchzusetzen. Das sind ganz, Verletzungen kommen dazu, da hatte ich toi 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 zu dem Zeitpunkt wirklich Glück, also da relativ wenig Verletzungen, erst recht keine schweren, das ist ein Mix aus ganz vielen Dingen und nochmal, ich war nicht immer der Beste, nur dann so Richtung späte B-Jugend, A-Jugend, dann hab ich halt für mich den großen Sprung körperlich und auch leistungstechnisch gemacht, weil dann bin ich, war ich aufgefallen, also das weiß ich jetzt auch im Nachhinein mit Gesprächen von damaligen Trainern, dass da so die Zeit war, wo dann im richtigen Moment, weil es hilft nichts, wenn du in der C-Jugend auffällig bist, weil in den C-Jugend ziehst du ja nicht hoch und bei mir war es dann in der B- und A-Jugend und deswegen relativ früh eigentlich der Einstieg in den Profifußball und da spielen auch wieder mehrere Dinge einfach, ja, haben da reingespielt, wenn mich jetzt einer fragt, was war der Moment, der entscheidende Moment dafür, dass du Profi wurdest, dann gibt es so ein, zwei Dinge, das war einmal so ein, der Länderpokal in Duisburg, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Duisburg-Wedau findet immer für U17 und U19 der Länderpokal statt, wo dann halt die Auswahlmannschaften, Mittelrheinauswahl, Niederrhein, Westfalen, Bayern, genau, es muss, heute muss das wirklich ein Schaulaufen sein, das war früher noch nicht ganz so extrem, halt ein Turnier ausspielen, das geht von Montag, also damals von Montag bis Freitag, ich weiß nicht, wie der Modus heute ist und da habe ich anscheinend eine relativ ordentliche Figur hinterlassen, das weiß ich, weil Harald Gärtner, der aktuelle Sportchef oder Geschäftsführer Sport des FC Ingolstadt, hat mich 2001 zum, äh 2003 zum FC St. Pauli geholt, er war Co-Trainer von Franz Gerber und er sagte, haben wir uns dann Jahre später irgendwann halt drüber unterhalten, erzählte mir, ich habe dich damals in Duisburg 2000 oder so schon gesehen und da war halt auffällig, dass du alles ohne Foul gelöst hast, so das war halt schon damals eine Stärke von mir, wenn ich das so sagen kann, quasi das Geschick zu lösen, nicht einfach nur den Ball ins Aus zu spielen, sondern wirklich Ballgewinne zu haben, sprich den Ball in die eigene Mannschaft zu holen, damit du was damit anfangen kannst und das ist mir damals schon aufgefallen und ich habe dich dann immer noch so weiter beobachtet und dann halt 2003 hat er mich dann zu St. Pauli geholt, so das war, dieses Turnier war so eine Sache und aufgrund dieses Turniers wurde ich auch zu einem DFB-Sichtungslehrgang eingeladen, nur der Kader für die U17-Nationalmannschaft stand eigentlich schon, aber ja, diese Sichtungslehrer gab es halt trotzdem, weil da kann sich ja immer mal, es kann sich ja einer gerade jetzt neu entwickeln oder weiterentwickeln, was halt in dem Alter wirklich schnell gehen kann, und da weiß ich noch, da bin ich als Innenverteidiger hingefahren, ich weiß nicht mehr, wo es war, es waren vier Tage und bei diesem Lehrgang hat es bei mir Klick gemacht. Ich weiß nicht warum, also ich habe nicht groß irgendwie ein ewiges Gespräch mit meinem Vater gehabt, dass der jetzt sagt, so jetzt das und die Chance und bla, sondern das war so ein innerer Antrieb in dem Moment, DFB-Lehrgang für die Nationalmannschaft, jetzt, jetzt gilt es, jetzt gilt es, so und habe, das weiß ich noch, ich habe in den Trainingseinheiten so viel gequatscht, also mit quatschen meine ich jetzt nicht dummes Zeug reden, sondern wirklich auf dem Platz Kommandos dirigieren und, wie glaube ich, vorher nicht mehr und nachher erst irgendwann spät im Profifußball, also wirklich durchgehend meine Mitspieler dirigiert als Innenverteidiger, ist das eigentlich die Aufgabe, weil du hast einen super Überblick aufs Spiel. Hat man da denn im DFB auch schon mit Viererkette gespielt? Nee, oder? Echt? 2000 schon? Weil das war ja die ganz dunkle Zeit. Doch, doch, also Uli Stielicke hat damals mit Viererkette gespielt und, also Uli Stielicke war Trainer und hat mir auch im Nachgang erzählt, dass ich genau das zu dem Zeitpunkt einfach so beeindruckt hatte, dass ich da schon relativ weit in der Entwicklung bin, dass ich nicht nur mein Spiel spiele, sondern auch meine Mitspieler coache und unterstütze und das ist ja nichts, das ist nichts Oberlehrerhaftes, sondern du brauchst das einfach auf dem Feld. Es ist eine Führungsqualität, was man so als solche bezeichnet. So und das war der Moment, glaube ich jetzt im Nachhinein, der einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss auf den späteren Verlauf meiner Karriere hatte, weil aufgrund dessen wurde ich dann in den erweiterten Kader für das Länderspiel in Finnland berufen und wie das Schicksal dann so spielt, vier Tage vorher vor Abflug dann auch wirklich angerufen, du, da hat sich einer verletzt, du bist nachnominiert. Und da war, das war der Auslöser für das Ganze. Das war auch ganz lustig, weil es war morgens um 9.40 Uhr, Schulpause und das Handy klingelt und ich denke, gehst du jetzt ran, gehst du ran, gehst du nicht ran, gehst du ran, ach komm, scheiß drauf, geh ran. Ja, hallo, hier ist Elena Dimitrio vom DFB, das war die damalige Betreuerin, Assistentin. Ja, da hat sich einer verletzt und du bist nachnominiert für die Länderspielreise in der kommenden Woche und ich schicke dir alles per Post zu. Okay, gut, aufgelegt und ich habe innerlich natürlich gefeiert. Der Schultag war gelaufen. Gefeiert, gar mehr interessiert. Zu dem Zeitpunkt sowieso nicht, aber so und dann habe ich, ach nee, scheiße, warte mal, nächste Woche ist ja Abi-Klausuren, also vor Abi-Klausuren. Ich war so, puh, was machst du denn jetzt, wenn du deinen Eltern sagst, was in der Schule ansteht, die lassen dich niemals zum DFB. Wenn du zum Lehrer gehst oder wenn du zur Schule gehst und nach Freigabe fragst, die lassen dich niemals fahren, weil das waren irgendwelche entscheidenden Vor-Abi-Klausuren, die wirklich auch wichtig waren für mit Punkt, ich, keine Ahnung, wie das System damals war, das hat mich irgendwann wirklich nicht mehr interessiert. Liebe Kinder, macht das bitte ganz anders, Schule ist ganz wichtig und Abschluss, ich habe für mich einen anderen Weg gewählt. So und war dann, das war wirklich ein Gewissenskonflikt und ich habe wirklich überlegt, scheiße, was machst du denn jetzt und habe mich aber entschlossen, niemandem was zu sagen und zur Nationalmannschaft zu fahren. Das heißt, du warst dann einfach weg? Richtig. In der Schule krank? Richtig. Ich bin am Sonntag mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und dann sind wir von Frankfurt nach Helsinki geflogen, ich glaube, es war Helsinki und habe dann zwei Länderspiele gespielt, Dienstag und Donnerstag und meine Eltern, also meine Eltern wussten es, also klar, die Eltern wussten es und meine Lehrer, nein, nein, nein. Aber die wussten nicht, dass du die Abitur... Genau, genau. Und meine Lehrer haben aus der Zeitung erfahren, wo ich bin. Stark, weil du hast doch dann ein Tor geschossen, oder? Genau, erstes Länderspiel gegen Finnland und nach, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Minuten erste Ecke, Ball wird so halb geklärt, zweiter Ball und ich ziehe einfach ab und er geht in die lange Ecke rein. Tja, das steht in der Zeitung. Es war natürlich ein Wahnsinns-Einstand für mich. Das war, ja, das erste Länderspiel, du machst ein Tor, es waren jetzt nur so Testspiele quasi, sie hatten keine wirkliche Bedeutung jetzt für irgendeine Quali oder sowas, aber Dienstag und Donnerstag jeweils ein Länderspiel, am Donnerstag dann nur zweite Halbzeit gespielt, kam Uli Stielicke vorm Spiel zu mir und sagte, du, pass auf, gutes Spiel gemacht am Dienstag, fängst heute mal an, machst es ordentlich und dann zweite Halbzeit bleibst du dann draußen, du musst ja am Wochenende wieder ran, die Saison lief ja noch und ja, die Lehrer haben das dann alles aus der Zeitung erfahren, wo ich denn, wo ich denn bin, wo ich denn war und bekomme dann am Donnerstag Abend den Anruf von meinem A-Jugendtrainer, ich war damals noch jüngerer Jahrgang A-Jugend, es war im Mai, also die Saison ging gerade zu Ende, bekam einen Anruf von meinem A-Jugendtrainer, Theo Gries, ja, Ralf, Glückwunsch und ich habe auch mit Uli Stielicke telefoniert, das ist ja ganz, läuft ja ganz gut und bla, Eugen Hach hat mich angerufen, das war der damalige Trainer der Zweitligamannschaft, er würde dich als Belohnung am Sonntag gerne mit zum Bundesligaspiel nehmen und ich so, wow, 17 Jahre alt, jüngerer Jahrgang A-Jugend und du sollst im Zweitliga-Kader sein, ich so, ja, okay, gut, aber das war damals für mich ein Film von Montag oder von Sonntag an, wenn du beim DFB ankommst, du bekommst die große Adidas-Tasche mit den Ausgehklamotten, mit den Schuhen, mit den Fußballschuhen, mit dem Trainingsanzug, mit dem DFB-Logo drauf und das, wovon du als Kind wirklich träumst und auf einmal stehst du da und hast diese Klamotten an, also es war halt, mach das erste Spiel, mach ein Tor, wir haben jetzt im Nachhinein, klingt das dann immer ein bisschen albern, aber glaub mir, wenn du in der Situation bist und du ziehst das, nun zeichst nur das Ausgehkert an, dass den Stern drauf, also den Mercedes-Stern, das war ja damals, heute auch noch ein paar Tage, der Sponsor und dann steht hier Deutscher Fußballbund und das ist schon geil, das ist ein überragendes Gefühl einfach und ja, machst dann die Spiele mit dem Trikot der Nationalmannschaft und ja, es ist einfach was, was sehr, sehr Besonderes gewesen und dann heißt es auch noch, ja und jetzt sollst du bei den Profis mitspielen und ich so, oh, das war sehr viel so und bin dann Freitag zurückgeflogen und hab dann Samstag bei den Profis das Abschlusstraining mitgemacht, es war die, die Situation damals war halt so, dass die zweite Mannschaft kurz vor dem Aufstieg von der Verbandsliga in die Oberliga stand, Oberliga war damals die vierte Liga und dementsprechend einige Profis, Jüngere, die so immer dazwischen pendelten, haben natürlich dann bei der Oberliga mitgespielt und bei der Profimannschaft ging es eigentlich um nichts mehr. Dadurch war Platz für so eine Aktion. Genau, für so eine Aktion. Es ging halt insofern noch um etwas, dass man die Möglichkeit hatte auf einen einstelligen Tabellenplatz und das gab irgendwie mehr Prämie. Das hat Willi Landgraf relativ früh durchklingen lassen, das weiß ich noch. War das dann auch dein erstes Training mit den Profis? Ja, das war mein erstes. Gleich im Abschlusstraining zum ersten Mal dabei. Ja, wir hatten vorher, gab es sowas wie die Nachwuchsrunde, da haben wir mit B-Jugendlichen, A-Jugend, Amateure und Profis, sind wir montags oder dienstags rüber in die Niederlande und haben irgendwie gegen Roda oder gegen Sittat oder sowas Nachwuchsrunde gespielt. Das war in den Niederlanden anscheinend Gang und Gebe, dass die solche Spiele gespielt haben und Aachen hat das dann auch irgendwann gemacht. Da geht es einfach darum und das finde ich richtig gut und ich glaube, das würde vielen Jugendspielern heute auch helfen, dass du schon mit 15, 16 mal so einen ersten Eindruck bekommst, was heißt Herrenfußball? Weil das ist was komplett anderes. Das ist schneller, das ist wesentlich intensiver und es ist körperlich auch wesentlich härter und je früher du in Berührung damit kommst, desto schneller gewinnst du dich dran und desto schneller fällt dir auch die Umstellung oder der Schritt in den Herrenfußball, weil das ist sehr häufig das, was die ganz jungen Spieler noch lernen müssen, dass das dann im bezahlten Herrenfußball nochmal ganz anders zur Sache geht oder also im Erwachsenenfußball und das war, das waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Ganzen, aber ja, Training rein mit den Profis, das war das allererste Mal und ich weiß noch, wir haben dann im Stadion trainiert am Tivoli, der gute alte Tivoli und sind dann am nächsten Tag nach Aalen gefahren, aber das Aalen mit A.H. So, Trainer Peter Neurohrer und Peter hatte in den Wochen vorher rausgehauen, weil sie hätten theoretisch aufsteigen können, aber mussten irgendwie mit sechs, sieben Toren oder sowas Unterschied gewinnen und Peter hat rausgehauen, das packen wir noch, ganz optimistisch auf seine eigene Art und Weise, Endstand 2-1 für alle Maniaren, aber dann saß ich da auf der Bank, hatte kein Trikot mit Namen, klar, also das ging dann alles zu schnell, aber ich hatte ein Bundesliga-Trikot auf meinem Platz sitzen, also liegen und frag mich nicht mehr, wie das, wie das Gefühl war, nochmal Film, das war wirklich alles Film und habe dann auf der Bank gesessen und dann kriegen wir nach, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten, müssten wir jetzt nachschauen, die rote Karte, das war es dann wohl mit der Einwechslung heute, aber Eugen Hach hat das konsequent durchgezogen, so und dann stand es 1-1 und dann zeigt er an, wechseln, guckst du, meinst du mich? Ja, wechseln, ich mit Lars Müller zusammen, Lars Müller dann auch noch beim 1. FC Nürnberg gewesen irgendwann und dann sind wir zusammen reingekommen und wie schon gesagt, es stand 1 und mein Gegend 1-1 und am Ende stand 2-1, Lars Müller hatte das Tor erzählt und ich bin als linker Abwehrspieler, ich glaube in der 68. Vielleicht, du hast den Laptop offen, könntest du mal nachschauen. Ja, das kriege ich hin. Rote Karte 38. Genau, Baba Edi. Und ja, das Tor zum 2-1 in der 71. Das heißt natürlich nach deiner Einwechslung, da wirst du wahrscheinlich hin. In der 68. bin ich, glaube ich, reingekommen und dann, genau, und der Herr da, der das 1-1 geschossen hat, Bella. Bella. 2 Meter groß, 2 Meter breit und dann steht Ralf da mit seinen 1,90 aber zu dem Zeitpunkt noch unter 80 Kilo. Puh, ich habe gedacht, food up, das wird, das wird eine schöne Aufgabe, aber insgesamt, ähm, also Bella war so ein, so ein richtiger Sturmtank, so ein Brecher. Ähm, aber auch dieses Spiel lief, äh, ja, ich weiß nicht, das, das lief einfach. So, und auf einmal stand ich auf dem Platz und habe 2. Liga gespielt. Geil. Ja, für mich war, das war, das war unglaublich. Das war wirklich unglaublich und dann gewinnen wir das Ding auch noch und dann musste ich mein erstes Interview geben, weil da war Thomas Fuchs, damals Radioreporter bei Antenne AC, kannte ich über meine Mutter, weil er der Trainer meiner, der Handballtrainer meiner Mutter war. Ach. Und er hat mich zum Interview geschnappt und ich habe dieses Interview gegeben und ich habe keine Ahnung, was ich erzählt habe. Ich weiß nur, dass ich auch die Stimmung gelobt habe, wo ich mir so denke, die Stimmung in Ahlen. Bei einem Auswärtsspiel. Bei allem Respekt, aber ja, als 17-Jähriger. Man sagt halt, was man so kennt, was viele so sagen. Ja, genau. Ja, vielmehr war das tatsächlich nicht, aber es war ein toller Nachmittag für mich. Das war schon, es war cool und dann ja, stehst du auf einmal neben Frank Schmidt, heute Trainer in Heidenheim, Willi Landgraf im Tor, André Lenz, Klirin Baschi in der Innenverteidigung, Henry Heeren, also alle, die es mit Aachen halten, denen werden die Namen sicherlich sehr, sehr viel sagen, weil sie für eine doch sehr positive Zeit standen. Und ja, spielst du auf einmal mit denen? So, ich weiß noch, völlig Banane, ich müsste mich eigentlich mal bei André dafür entschuldigen, André Lenz, ja, Bundesliga-Torhüter, wechselte danach zu, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo der hingewechselt ist. Irgendwann war er dann bei Wolfsburg, aber ich weiß nicht, wohin er dann von, oder wohin er wechselte, das war seine letzte Saison in Aachen, weil danach war Christian Schmidt kurz im Tor und dann kam Stefan Straub und dann schossen wir das Tor und ich drehe mich so zu ihm um und feuer ihn an und sage so, auf geht's André, weiter und denke mir nur so, ey, warte mal, du bist 17 und der ist 28 und Profi und alles und du machst hier einen Off-Motivator, jetzt reiß dich mal zusammen, ist mir erst später klar geworden, aber Da hat er sich gedacht, das ist mir so doof, da wechsle ich zu Cottbus. Ah genau, Cottbus war's. Cottbus 60 und dann noch Wolfsburg am Schluss. Cottbus war's. Aber ich war halt so in diesem in diesem Tunnel Bundesliga, also nein, anders, ich war so in dieser Zone Bundesliga-Fußball oder zweite Liga, dass ich da, keine Ahnung, ich war so voller Adrenalin, ich hätte glaube ich durchgehend sprinten können, ich hätte es nicht gespürt. Und dann kommst du halt auch mal auf die Idee, den gestandenen Bundesliga-Torhüter einfach mal anzufeuern. Wie war denn das so, wie wurdest du denn in der Mannschaft aufgenommen? Ich meine, danach warst du denn ja jetzt dann häufiger im Kader, das war ja so dein Durchtreten der Tür. Wie ist da so ein Willi Landgraf mit einem umgegangen? Dann ging's tatsächlich los, also es war das letzte Saisonspiel und dann hab ich noch die A-Jugendsaison zu Ende gespielt und dann kam Theo Gries, der A-Jugend-Trainer, zu mir und sagte, Ralf, Abi hast du auch noch gemacht, oder? Nein, nein, nein. Hast du denn gelassen? Nee, das kam dann, hab ich dann parallel auslaufen lassen. Ach. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, okay. Und kam dann und sagte, du sollst die Vorbereitung bei den Profis mitmachen. Also ich hätte noch ein Jahr A-Jugend spielen können. Ich wollte gerade sagen, es war ja nach dem ersten A-Jugendjahr. Genau, also im zweiten A-Jugendjahr, du sollst die Vorbereitung bei den Profis spielen. So, okay, gut, cool. Hatte fünf Tage Sommerpause, weil die A-Jugendsaison halt länger ging. Pause gehabt und dann am, ich bin nicht ins normale Training eingestiegen, sondern ich musste erst zum Trainingslager, das waren aber auch nur drei oder vier Tage, das erste Mal dahin und ich weiß noch, dass ich meine Tasche, mit der Tasche, die ich gepackt habe, hätte ich, zwei Wochen irgendwo verbringen können. Naja, ich habe halt, okay, das sind zwei Trainingseinheiten am Tag, dann brauchst du so und so und so viele Trainingsklamotten. Wir mussten uns die Trainingsklamotten halt selber besorgen damals. So, und dann kommst du da hin und wir haben vor Abfahrt nochmal in Aachen trainiert. Naja, musst du nicht, weil da steht da Zeugwart und du hast Größe L-Ralle, ja, Größe L und dann habe ich alles in L bekommen und dann lag da alles. Ich sage, ist das im Trainingslager auch so? So ganz vorsichtig gefragt. Ja, klar, du hast auch Klamotten von uns. Und ich dann meinen Papa angerufen und ich sage, kannst du mal bitte die Tasche abholen, weil ich glaube, die brauche ich nicht. Erstmal alle Sachen aus der Tasche rausgeräumt, außer halt so das, was man so persönlich braucht. Ja. Und ich denke, oh, Profifußball, so ist das also. Man muss sich nicht zumindest um die Sachen kümmern. Also, ich war wirklich ganz naiv da mit dieser riesen Tasche angereist, die ich gar nicht gebraucht habe. Eigentlich hätte ich nur so ein bisschen persönliches Zeug, das reicht. Alles andere, was du zum Trainieren brauchst, das bekommst du ja. Ja, und dann sind wir nach, ich glaube, es war Waldbreitbach gefahren und es war so hart. Also körperlich so hart, also für mich halt. Es war so intensiv. Ich habe zwar alles mitmachen können, aber es war, es war einfach hart. Und aufgenommen von den Leuten, ich meine, du kannst dir ja auch mal den Kader parallel anschauen. Also Willi Landgraf war ja damals schon eine Zweitliga-Ikone. Dann hast du, Ivo Grilic kam in dem Jahr. Dann kam, Frank Schmidt war da, Marc Spanier. Dann hatten wir mit Rudan einen Australier, der einen genialen rechten Fuß hatte. War so ein schlampiges Genie. Josef Ivanovic, Jupp Ivanovic, ein überragender Typ. Der hat, ich glaube, was sag ich, der hat von der ersten bis zur achten Liga, in jeder Liga, glaube ich, gespielt. Oder von der zweiten bis zur achten in jeder auch ein Tor geschossen. So ein ganz bulliger Stürmer, Linksfuß, hatte vorher, glaube ich, in Magdeburg gespielt. Stefan Lämmermann, die große Alemannia-Ikone, der, ja, der Publikumsheld eigentlich. Also der Fabian Boll von Alemannia Aachen. Was hatten wir noch? Wer waren denn so die Bezugspersonen für dich? Hält man sich da an den anderen jungen Spieler, die auch eher noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind oder nimmt einen da jemand unter die Fittiche oder ist man komplett auf sich allein gestellt? Zu dem Zeitpunkt bin ich, also Willi war immer so ein Zwischending zwischen ich hau dir auf die Fresse und ich, ich nehme dich ein bisschen an die Hand. Frank, du lachst, aber es war tatsächlich die Verbindung oder die Beziehung zwischen älteren und jungen Spielern war eine ganz andere, als das heute ist. Da, da bist du halt in die Kabine gekommen und hast die Fresse gehalten. So und dann, ähm, erzähle ich euch gleich eine lustige Anekdote. Da, das war anders. aber Willi war trotzdem aber auch jemand, der dich mal zur Seite genommen hat und gesagt, pass auf, jung, das und das und so und mach mal dies und dann kam Frank Schmidt, das weiß ich noch, kam Frank Schmidt am ersten Abend des Trainingslagers und dann finden sich und dann finden sich ja die Plätze, wo man dann sitzt und das ist dann meistens der fixe Tisch fürs Trainingslager und dann kommt Frank zu mir und sagt Ralle, du darfst bei uns am Tisch sitzen, Frank war Kapitän, Frank, Sascha Hildmann, Willi Landgraf, Marc Spanier, das waren auch so die, die immer gespielt haben, das waren die älteren Spieler, also wirklich die großen Nummern, was du so wahrgenommen hast als Jugendspieler, du darfst bei uns am Tisch sitzen unter der Voraussetzung oder mit der Bedingung, dass du 10 Minuten vorher am Tisch bist und einen Korb mit Brot und Butter an den Tisch bringst, weil die waren halt am Buffet. Ich war nicht 10 Minuten da, ich war 20 Minuten vorher da und hab nicht einen Brotkorb, sondern hab zwei Brotkorbe hingestellt und halt einen Teller mit Butter fertig gemacht, weil die gerne vor dem Essen dann nochmal, weißt du, einfach so ein bisschen ein kleines Stückchen Brot mit ein bisschen Butter vorweg gegessen haben und dann hab ich das gemacht. Hackordnung, Hackordnung. Ja, natürlich Hackordnung, dann hast du dich dem untergeordnet, auf dem Platz gab's das nicht, aber neben dem Platz, wenn ich nicht mit beiden Händen voll vom Platz runter bin, mit Hütchen, Leibchen, Bällen und noch irgendwas auf dem Kopf balancieren, bisschen übertrieben formuliert, dann gab's einen Anpfiff. So viel anders klingt doch das, was Basti Schweinsteiger über Olli Kahn berichtet hat, Basti ist ein Jahr jünger, also wir waren zusammen im Trainingslager mit der Arzneimannschaft, also das ist genau die Zeit gewesen. Ja. Und wie hast du da dann reingefunden? Also klar, du warst jetzt der Brötchenholer. Der Brötchen- und Butterholer, ja, Herr Schmidt. Besser als Wasserträger. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Also da wurde ich angenommen, weil ich auch keiner war, der jetzt geglaubt hat, dass er nur, weil er jetzt im Trainingslager mit ist, dass mir jetzt die Welt offen steht. Dass er was Besonderes ist. Ja, nein, das Gott sei Dank gar nicht, da bin ich von zu Hause so erzogen worden, dass ich, dass mir das eben nicht passiert ist und auf dem Platz einfach versucht, Gas zu geben. So, und dann als Innenverteidiger jein, viel Außenverteidiger gespielt, weil das immer noch so eine Position ist, da kannst du auch mal einen hinschieben und es war gut, es hat Spaß gemacht, aber es war so intensiv, dass ich Ende der Vorbereitung völlig durch war. Völlig durch den Wind und dann kam meine Mutter und sagte, hier so und so, irgendeine Freundin hat dir erzählt, Eugen Hach hätte mich kritisiert. Hä? Wie jetzt? Und dann stand halt einfach nur in der Zeitung, Eugen Hach, diese klassischen Interviews nach der Vorbereitung vor dem, vor dem Punktspielstart, ähm, gute Vorbereitung, aber ich kriege den Wortlaut nicht mehr hin, aber so sinngemäß, der ist, äh, ziemlich kaputt und wir müssen da ein bisschen dosieren, so, was nichts, die Sache an sich ist nicht ungewöhnlich, aber dann stand zum ersten Mal was in der Zeitung über dich und da stand jetzt nicht drin, dass er jetzt durchstartet und die Alemannia in die erste Liga schießt, also war es Kritik. Also so wurde es wagen. Ja, ja, natürlich. War ich dann so, ey, ganz ehrlich, also damit kannst du mich wirklich in Ruhe lassen. Und wenn Muttern mit den Damen das dann bespricht, dann kommt da halt was anderes raus. Genau, aber da stand halt wirklich nur drin, dass ich, ähm, körperlich aktuell ein bisschen im, im Tief bin und sie mich da jetzt halt rausnehmen und dann, äh, ist auch alles wieder gut. Es war auch nichts anderes, also es war wirklich nur, dass, dass ich dann das Training für, für zehn Tage, glaube ich, etwas dosiert oder etwas dosiert wurde und dann war auch Nach dem Trainingslager, Nach dem Trainingslager, in der Vorbereitung. Genau, ja. Und wie ging dann? Nee, nee, kurz vor, also die Woche vor Saisonstart. Ich war jetzt, bei dem ersten Spiel war ich, glaube ich, nicht im Kader. Das war gegen Hannover 0-2 oder sowas. Und, ähm. Und, und, und wie war die Saison dann? Also, wie? Leider nicht gut. Leider nicht gut, weil wir einen bescheidenen Start erwischt haben. Mhm. Mit einem, ich bin mir ziemlich sicher, ein 0-2 in Hannover und es ging dann weiter bitte schau nach und korrigier mich. Äh, es ging weiter mit Niederlagen und dann wurde Eugen Hach entlassen. So, dann wurde Eugen Hach entlassen und dann kam Jörg Berger. Ähm, was für mich zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt nicht gut war, wie sich das dann entwickelt hat, war eine andere Geschichte, aber zu dem Zeitpunkt war es halt einfach nicht gut. Zum einen war die Situation nicht so dafür da, ähm, viel auf junge Spieler zu setzen und dann war Jörg Berger halt auch, man soll über Verstorbene nicht schlecht reden. Ich versuch, ich versuch das ganz sachlich zu beschreiben. Er war nicht unbedingt jemand, der sehr viel und intensiv mit jungen Leuten zusammengearbeitet hat. Das heißt, für mich begann zu dem Zeitpunkt keine gute Zeit bei Alemannia Aachen und, ähm, ich hab dann noch ein Spiel von Anfang an gemacht in Duisburg als Linksverteidiger. Alemannia Aachen zu dem Zeitpunkt auswärts, äh, völlig egal wo, eigentlich hättest du gar nicht hinfahren müssen, weil es gab regelmäßig zwischen drei und sechs Stück. Also auswärts hat nicht funktioniert bei uns. Es ging nicht. Da war dieses Spiel keine Ausnahme. Da war dieses Spiel keine Ausnahme, richtig. Wir sind nach Duisburg gefahren, Pierre Liparski damals Trainer, äh, Givinischik in der Mannschaft, ähm, Marius Ebbers vorne im Sturm und ich als Linksverteidiger und vor mir Oli Kajas. Olivier Kajas, ein guter Fußballer, hat auch seine Schwächen und das war halt die Rückwärtsbewegung. Neben zwei, drei anderen Dingen. Das musst du ja jetzt sagen. Olivier wird heute wahrscheinlich protestieren, aber ich bleib dabei, ich wurde sehr oft sehr alleine gelassen. Ja, und dann gab's halt fünf Stück in Duisburg und, ähm, da hab dann danach auch nicht mehr so oft gespielt, also eigentlich gar nicht mehr, also bei den Profis. Und, um das jetzt noch, noch ein bisschen die Zeit noch mal kurz zu erklären, ähm, ich hab bei den Profis trainiert, weiterhin, hab bei den Amateuren und bei der A-Jugend gespielt. Also, ich hatte wirklich Wochenenden, Freitagabend, Profi-Kader, Samstag Amateure, Sonntag A-Jugend. Krass. Spiel. Oder zum Teil auch zwei Spiele am Tag, dass ich morgens um 10 bei der A-Jugend trainiert hab, äh, gespielt hab und hab nachmittags um 14 Uhr bei den Amateuren auf der Bank gesessen und hab nochmal 45 Minuten gespielt. Also, das war nicht ungewöhnlich. Aber das waren halt die Tage, wo die Profis frei hatten und die sind am Montag wieder eingestiegen. Das heißt, am Montag bin ich dann auch wieder bei den Profis beim Training gewesen. Und dann bin ich irgendwann zu Jörg Schmattke, der war, wurde dann Sportdirektor in Aachen und sag, Herr Schmattke, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich will, also, du willst da ja nicht meckern. Du willst ja auch keine Ansprüche stellen. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe momentan keine freien Tage. Wie? Ich sag, ja, da im Kader, dann bist du die halbe Nacht auf dem Rückweg unterwegs, dann Samstag U19 oder halt A-Jugend, äh, Entschuldigung, Amateure und Sonntag dann jeweils die andere Mannschaft oder auch zum Teil zwei Tage, zwei Spieler an einem Tag. Dann sagt der, ja, das ist uns gar nicht so bewusst gewesen. Ich sag, okay, ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass wir das vielleicht ein bisschen steuern, weil das macht, also voll das ist, das macht keinen Sinn. Das, das macht dich kaputt, das hältst du auch mit 18 nicht lange durch. So, und dann haben wir da dann so ein paar Regelungen gefunden und dann hat das dann besser funktioniert, dass ich dann auch mal irgendwie nach dem Spiel zumindest mal einen freien Tag hatte und zu der Geschichte eine oder zu dem Part eine sehr, sehr lustige Anekdote. Kennt ihr den Brauch des Maibaums? Ja. Ich meine nicht den, nein, nicht den Maibaum, den man im Dorfzentrum aufstellt, sondern den, den man am Haus seines Schwarms befestigt. Das kennt ihr. Nee, Max guckt, nee, mir muss es erklären. Ist es so, dass du in der Nacht vor dem 1. Mai, also auf den, hat der April 39 oder 31 Tage? 30. Auf den 30. Ich meine zum persönlichen. nein, 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 Birken, genau. Gehst irgendwo in den Wald oder so, es gibt auch, die kannst du auch regulär kaufen, aber eigentlich, ne, man fährt irgendwo hin und ja, ist halt mit mehreren Jungs und macht das dann, schmückt den mit Krepppapier, schön bunt, klärt das im Optimalfall vorher mit dem Vater deines Schwarms, so nach dem Motto, du pass auf, wir tauchen in der Nacht zum 1. Mai, tauchen wir irgendwann mal bei dir auf und dann mit Kabelbindern wird der dann am, an der Hauswand am, an der Regenrinne festgemacht oder an der Dachrinne. Und hast du es geklärt? Ja, vorab hatte ich es geklärt, das Ding war nur folgendes, wir haben am 1. Mai in, in Wattenscheid gespielt und das war für die A-Jugend damals ein extrem wichtiges Spiel, weil sie standen, waren mit dem Rücken, standen mit dem Rücken zur Wand, waren letzter und Jörg Schmadtke kam zu mir, Ralf, du spielst jetzt überwiegend A-Jugend, weil die Jungs müssen drinbleiben. Das war A-Jugend Regionalliga, also zu dem Zeitpunkt die höchste Spielklasse, die Jungs müssen drinbleiben. Und ich so, scheiße, das war ein Sonntag und ich denke so, boah ey, aber Mai-Baum und was machen wir denn jetzt? Und das war das einzige Mal, Frank, weil ich das eben sagte, so mit 16, 17, Entschuldigung, entscheidet sich das, es war das einzige Mal, dass ich mich komplett unprofessionell, aber mega unprofessionell auf so ein Spiel vorbereitet habe. es war extrem wichtig, wie schon gesagt, wenn wir das verloren hätten, dann hättest du keine Chance mehr gehabt, wir mussten aus den letzten acht Spielen mussten wir gefühlt sieben gewinnen, also nach hinten raus haben wir es auch geschafft, aber es war wirklich ganz, ganz eng. Und ich bin mit meinen Jungs halt die ganze Nacht unterwegs gewesen, ich habe keine Sekunde geschlafen. So, und dann waren wir halt unterwegs und haben halt diesen Mai-Baum aufgestellt und wachgehalten mit, mit Energy-Doings und zwar sechs, sieben Stück die, die Nacht über, auch komplett Banane, komplett dumm damals gewesen, wir hatten keinen Trecker. Normalerweise schaffst du es dann vielleicht irgendwie, irgendeiner hat dann schon mal mit 16 kannst du ja so eine gewisse Größe schon mal fahren. Ja. Das Jahr davor hatten wir es, hatte ein Kumpel von uns, hatte halt so einen Trecker mit Anhänger und dann konnten wir alles draufladen und sind damit über die Dörfer und das hatten wir in dem, in dem Jahr nicht. Was haben wir Holzköpfe gemacht? Der Opel Astra meiner Mutter hatte eine, ähm, Schiebedach? Hatte ein Schiebedach. Ja, sehr gut. Baum rein. Nicht rein, sondern aufs Dach und durchs Schiebedach festgehalten und dann irgendwie mit 30 über die Dörfer, weißt du, und dann immer Baum geholt dahin gefahren, zurück zur Station, Baum geholt, völlig dumm, also wirklich komplett Banane und hab halt wirklich keine Sekunde geschlafen und bin dann morgens zum 9, halb 10 zum Treffpunkt. Ich war tot. Ich war wirklich tot und es war halt ein verdammt wichtiges Spiel. Ja, und dann, äh, Spiel mal gegen Wattenscheid. Wie schon gesagt, die Herren Altin-Tops, ne? Schon damals überragende Fußballer gewesen und wir haben das Spiel tatsächlich 2-1 gewonnen. Ich hab mich so beschissen gefühlt. Ich war wirklich, es ging, es ging einfach nichts mehr danach. Geh in die Kabine und schlaf auf der Physio-Liga ein, aber wirklich in Sekundenschnelle. Ich war halt schon über 24 Stunden wach, plus ein Fußballspiel und schlaf halt sofort ein und dann kommt der Co-Trainer und rüttelt an mir und sagt, Ralf, bist kaputt. Ich sag, ja, Spiel war anstrengend. Ja, dusch dich, du fährst jetzt mit mir zurück nach Aachen, du bist bei der U23 noch auf der Bank. Ja, geil. Boah. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Und bin halt, hab dann auf der Rückfahrt geschlafen, die anderthalb, 1,45, wie man von Wattenschein nach Aachen fährt, war dann bei der U23 tatsächlich auf der Bank und bin da auch nochmal eingewechselt worden für eine halbe Stunde. Aber auf der Bank nicht nochmal eingeschlafen? Nein, ich, nee, hab dann in Aachen angekommene Bratwurst gegessen, mit Bratwurst in der Hand wirklich rüber, hoch zum Kunstrasen und hab mich auf die Bank gesetzt. Aber die wichtigste, hab ich einmal gemacht, nie mehr. Die wichtigste Frage ist ja, hat's mit dem Schwarm geholfen? Es war halt, zu dem Zeitpunkt, war, wer war? Carina war's, genau. Ja, das war meine Freundin damals. Und es hat, also sie war ja schon meine Freundin und sie war es wert. Und ja, aber das war halt eine sehr, sehr unprofessionelle Vorbereitung. Okay. Du warst ja in der Zeit in allen Jugendnationalmannschaften. U17 bis U20 war das, ja. bis zum Nachhinein enttäuscht, dass da der Sprung nicht so wirklich gelungen ist in den Nationalmannschaften. Das ist ja schon doof, wenn man mit diesen Jungs mitläuft. Also du hast ja schon Schweinsteiger zum Beispiel erwähnt, da waren ja noch ganz andere dabei. Philipp Lahm war bei uns und hat zu dem Zeitpunkt, war er jemand, der immer nur reingekommen ist. Und war aber ja auch die Zeit, wenn wir jetzt vorhin bei 2000 waren, bis zur U20, 2004, das heißt, nee, also jetzt sind wir bei 2.1 bis 2.3, genau. 2.1 bis 2.3, U17 bis U20, ja. War aber die Zeit vor eben 2004 der EM, also in diesem, naja, Umbruch im deutschen Fußball sozusagen. Hat dann deine Entwicklung in der Zeit, wie passt das da zusammen? Zu dem Zeitpunkt ein bisschen stagniert und das hatte ein paar Gründe. Zum einen, ich hatte es angesprochen, dass natürlich die Förderung dann ganz bei den Profis nicht mehr so gegeben war unter Jörg Berger, weil einfach der Fokus ein anderer war. Dann musste ich zur Bundeswehr und das war für mich persönlich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht und die Bundeswehr war für mich insofern die sinnvollere Alternative, dass ich über die Sportförderkompanie quasi weiter normal Fußball spielen konnte. Zivildienst wäre in dem Maße nicht möglich gewesen, das so intensiv weiter zu verfolgen und ich musste die Grundausbildung ganz normal, zehn Wochen, oder was heißt ganz normal, aber zehn Wochen habe ich die Grundausbildung gemacht. Ich war dann auch in der Kaserne direkt in Eschweiler stationiert, das sind 15 Kilometer von Aachen weg, weil der Co-Trainer der B-Jugend war da irgendwas, irgendein Offizier, hat da ein bisschen geschoben, dass ich da meine Grundausbildung machen konnte und danach war ich in der Sportförderkompanie in Köln und das war das Positive, da musste ich nur einmal die Woche montags hin und den Rest der Woche schickst du quasi deinen Trainingsplan dahin, dass die einfach wissen, wo du bist und kannst ganz normal deinem Sport nachgehen. Ist gerade für andere Sportarten, für kleinere Sportarten extrem, also für die einzelnen Sportler war das war das sehr gut, weil sie halt, du hast eine gewisse Grundverpflegung, du hast eine gewisse finanzielle Unterstützung, der finanzielle Part war jetzt zu dem Zeitpunkt bei mir nicht das Wichtigste, mir ging es darum, dass ich einfach Sport machen konnte, dass ich tagtäglich trainieren konnte, aber trotzdem waren diese knapp drei Monate mit der Grundausbildung keine einfache Zeit und drei Monate sind in der Phase extrem viel und ich konnte kaum trainieren, also unser Dienst ging auch bis 17, 30, 18 Uhr und dann habe ich es halt nicht zum Training geschafft und da ist meine Entwicklung so ein bisschen stehen geblieben und Hast du es damals auch schon so wahrgenommen oder ist es jetzt so die Rückschau? Ist die Rückschau. Zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich gemerkt, dass es jetzt nicht so vorwärts geht, wie es die Wochen und Monate vorher der Fall war, aber es war keine einfache Zeit, in der ich aber wusste, okay, das geht nur noch einen gewissen Zeitraum und dann kann ich mich wieder voll und ganz auf Fußball konzentrieren. So in den Auswahlmannschaften war ich trotzdem, dann habe ich zum Teil sogar in der Mittelrheinauswahl bei dem älteren Jahrgang mitgespielt, bei dem 82er Jahrgang sind wir auch in Duisburg Länderpokalsieger geworden und der DFB schickt dann quasi den Länderpokalsieger immer irgendwo in die Weltgeschichte hin und dann bist du als offizielle Vertretung des DFBs da und hast dann eine Länderspielreise und die erste war nach Spanien und dann haben wir erstmal gegen eine Katalanenauswahl ein Spiel gespielt, das ist 2-2 ausgegangen auf taktisch extrem hohem Niveau, das weiß ich noch und dann haben wir auf einem Nebenplatz des Camp Nou gegen die damalige A-Jugend des FC Barcelona gespielt und haben als deutscher Meister 6 Stück kassiert, die haben uns zerlegt, die haben uns ich würde zu gerne einfach nochmal die Mannschaft sehen, weil irgendeiner von den Jungs die heute da hat da hundertprozentig mitgespielt, das war die haben uns zerstört, nochmal du fährst als deutscher Meister hin und kriegst 6 Stück, das war halt die Barca A-Jugend, die konnten schon ein bisschen Fußball spielen, müsste ich mir, ich habe es immer mal versucht, also im Internet findest du nichts, ich muss mal über den Mittelrhein-Verband gehen, vielleicht haben die noch Aufzeichnungen, weil es mich einfacher interessieren würde, welche Spieler da beim FC Barcelona auf dem Platz standen, es war halt so, dass die hatten einen 18er-Kader und irgendwie 14 hatten schon Verträge für die 1. und 2. Liga, also das war ein ganz guter Fußballer. Wie war es so in der Nationalmannschaft? Ich stelle mir das, also gerade in der Phase ist es ja eh immer, wenn viele Jungs untereinander sind, sehr besonders, sage ich jetzt mal, da bilden sich schnell auch Hierarchien und dann ja noch mal Nationalmannschaft, wo alle auch ja schon das deutliche Ziel Profifußball vor Augen haben, es zum Teil schon geschafft haben oder auf dem Sprung sind. Ist das eher so ein Ellbogen-mäßig oder wie ging es dazu? Nein, also da ging es sehr, sehr kollegial zu, finde ich. Es war sehr interessant, was Sebastian Kneißel und Moritz Volz natürlich erzählt haben, die zu dem Zeitpunkt die, nicht die allerersten, ich glaube der allererste war Eugen Bob, aber Sebastian war der Erste, der zum großen Verein gewechselt wurde, gewechselt hat. Basti ist damals zu Chelsea, Volz sie kurz danach zu Arsenal. Ja, das waren so die großen Namen, die dann nach England gewechselt sind. Halt auch die dann getroffen, Matthias Lehmann, Philipp Lahm mit Bastian Schweinsteiger als 84er dann in Spanien, weil wir gemeinsam im Trainingslager waren, Truchowski, müsste jetzt durchgehen, Rundio, Malik Fatih, also David O'Donker war glaube ich auch noch mit dabei. Na, David war 84er, ja, richtig, ja. David war übrigens all die Jahre der eine Spieler, gegen den ich spielen musste bei Borussia Dortmund. Es war immer David O'Donker und bei Schalke 04 war es Mike Hanke. Wie oft hast du ihn nur von hinten gesehen? Du wirst lachen, ich habe David zum Teil in der Jugend eingeholt. Ach. Ja. Was ist da passiert? Beim beiden? Na, also Schnelligkeit war jetzt keine Schwäche von mir, vielleicht war es auch nur Glück und David hat es nicht 100% gelaufen, aber nee, ich wusste natürlich, dass er schnell ist, aber da habe ich die wenig, also nicht viele Probleme gehabt, gegen ihn zu bestehen, aber die ganze Truppe von Dortmund war halt nicht schlecht, deswegen war das gegen die immer ein schweres Spiel. Aber dann hast du ja in der Nationalmannschaft mit diesen größeren Namen zusammengespielt und vor allem hast du ja mitbekommen, wie andere Leute in deinem Alter bei anderen Vereinen Karriere machen und bei dir lief es bei Aachen nicht so richtig. Also die Fokussierung und auch die Ausbildung bei den großen Vereinen war halt schon eine ganz andere als in Aachen, weil der Fokus in Aachen halt woanders lag. Und hast du da dann drüber nachgedacht, da irgendwie was dran zu ändern oder hast du da auch Schritte unternommen? Das muss ja sehr frustrierend gewesen sein, auch immer diese zwei verschiedenen Welten. Einmal spielst du bei den Amateuren oder bei der bei der U19 und dann läufst du wieder in der Nationalmannschaft neben Philipp Lahm, der nur eingewechselt wird, auf. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir da gar keine großen Gedanken, da war so Wechselthema und so war irgendwie gar nicht, war nicht präsent bei mir. Das war einfach, ich habe einfach Fußball gespielt. Wenig darüber nachgedacht, sondern einfach Fußball gespielt. Also auch wenig überhaupt, nicht nur über Wechseln, sondern überhaupt über das Thema, wie entwickelt sich jetzt meine Karriere. Da wollte ich vorher, da will ich noch mein kleines Stück zurück, da wollte ich vorher noch ansetzen. Du hast gesagt, so diese eine Woche da mit Einladung und Flug nach Finnland und dann dem Bundesligaspiel, das war so für dich der Zünder. War denn die Überlegung oder dass es konkret wurde, ich will, dieses Profifußballer-Ding steht mir tatsächlich bevor und das wird auch was. War das da zuvor schon ein Thema oder ist das dann halt einfach so passiert? Ja, mit 16, wenn du dann halt bei so einem Verein wie Alemannia Aachen spielst, dann merkst du, dass es zum Greifen nahe ist. Also du musst jetzt liefern, aber jetzt ist die große Chance da. Okay. Und für mich war das einfach das große Ziel, aber auch jetzt im Nachhinein sage ich, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, sondern habe wirklich einfach nur versucht, jeden Tag das Beste abzuliefern. Okay. Und wo es dann hinführt, werden wir sehen. Aber wenn du nebenher das Abi noch hast, auslaufen lassen? Ja, das kam dann, weil kurz nach dem 18. kam Jörg Schmattke zu mir und sagte, Ralf, wir würden dir gerne einen Profivertrag geben. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass sie einfach noch mal einen jungen deutschen Spieler brauchten, der aus der Jugend kommt mit Profivertrag. Da gab es ja auch so, ich weiß nicht, zwölf deutsche Profis oder irgendwie sowas. Und ich war halt derjenige, der die Quote dann erfüllt und das war mir dann egal. und dann, dann war aber der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt musst du dich entscheiden. Setz du auf die Karte Profifußball oder auf die Karte Schule, weil diese Kooperation und so, wie es das heute gibt, das gab es nicht. Also mein Direktor damals, Entweder oder. Ja, genau so hat es mein Direktor gesagt. Und auch, ich weiß nicht, du schaffst das sowieso nicht. Wir hatten einen Lehrer, der hat es halt damals in Anführungsstrichen nur bis zur Oberliga geschafft. Und dem kam halt nur, der schafft das sowieso nicht. Vielleicht, weil er es selber nicht geschafft hat, aber. Ja, und dann hatte ich fast symbolisch links den Profivertrag, das Angebot und rechts die Abiturklausur. Meine Eltern waren nicht begeistert, als ich mich für den Profivertrag unterschrieben habe. Ich habe die Schule komplett, also wirklich, ich habe sie ab 12.2 komplett sausen lassen. Ich war theoretisch noch in 13.1 angemeldet, 289 Fehlstunden, 287 unentschuldigt. Was war bei den zwei Entschuldigten gegangen? Weiß ich nicht. Habe, habe wirklich Vor-Abi-Klausuren, das weiß ich noch, die gehen dann irgendwie vier, fünf, sechs Stunden, sitzt dann da und guckt so aufs Blatt, französisch war es, glaube ich, schreibt meinen Namen drauf, schreibt das Thema, das Datum und gib ab. Und da ist die Regelung ja so, ich weiß nicht, ob das heute noch auch noch so ist, wenn der Erste fertig ist und abgegeben hat, dürfen die anderen nicht mehr auf Toilette. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob das heute aufgrund der Smartphones sowieso hinfällig ist, aber ich glaube, jetzt ist es noch krasser. Aber es war halt so und dann gebe ich ab und dann sagt sie, ja, aber du weißt schon, dass ich jetzt keinen mehr auf Toilette gehen lassen darf und es war halt nach fünf Minuten und die Klausur ging noch vier Stunden. Ich sage, ja, aber können Sie ruhig, weil ich fahre jetzt sowieso nach Aachen zum Training, ich bin jetzt hier eh nicht mehr vor Ort. Dann guckt sie mich an, und dann war für die anderen eine normale Klausur. Und da steht ja eh nichts drin, also was soll ich den anderen auf der Toilette Gutes tun? Wenn ich irgendwas wüsste, hätte ich es draufgeschrieben. So und so habe ich das dann bei mehreren Klausuren gemacht. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein. Aber das heißt, du hast es nicht mal probiert. Man hätte ja gucken können, ob da noch irgendwas geht. Ich meine Französisch ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich kann mich in vielen Bereichen da schon ganz gut einschätzen. Ah, okay. Also hättest es, weil ich hätte jetzt gesagt, klar, irgendwie hat er nicht mehr die Prio, aber dann versucht man irgendwie die vier zu kriegen, die man braucht. Oder halt die, keine Ahnung, fünf Punkte, die es dann sind, oder sechs Punkte. Nee, es hätte nicht funktioniert, weil es null Abstimmung gibt. Heute ist das aufeinander abgestimmt, aber es ist, wie man gesagt hat, es ist entweder oder. Okay. Und für mich hat sich zu keiner Sekunde die Frage gestellt. Für mich war klar, wohin, in welche Richtung es geht. Ich weiß natürlich auch, dass das ein Risiko war. Und liebe Kinder und liebe Eltern, gebt das an eure Kinder weiter. Macht das ja zu Ende, das ist gut. Aber für mich, sonst landet ihr im Rasenfunk und das kann niemand machen. Aber für mich war es halt, sage ich im Nachhinein, die richtige Entscheidung. Und ich persönlich, ich, Ralf, würde es immer so machen, aber ich würde es nicht als allgemeine Empfehlung raushauen. Das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. War das denn damals so, dass es überhaupt noch nirgendwo diese Verbindung gab? Kannst du dir das sagen? Weil ich meine, dass ich vor ein paar Sagen gelesen habe, dass das Bayern-Jugendhaus jetzt 20 Jahre alt wurde. ging los. Und ich glaube, die haben damit ja so ein bisschen angefangen, oder? Kölner und die Leverkusen, also ich kann natürlich nur aus meiner Region, die hatten, glaube ich, schon Jugendinternat. Aber es kam nie Angebote aus der Ecke. Das war nie Thema, dass ich nach Köln oder nach Leverkusen oder sowas. Und ich bin, das muss ich auch sagen, im Nachhinein auch froh, dass ich meine Kindheit und Jugend zu Hause verbringen durfte. Dass ich da noch sowas wie auch ein geregeltes Leben hatte, auch wenn, also geregelt meine ich jetzt ein Leben im eigenen sozialen Umfeld, sprich Familie und Freunde. Auch wenn ich auf wahnsinnig viele Dinge verzichtet habe, das musst du. Also Profifußball nicht nur in der aktiven Zeit, sondern auch davor bedeutet unheimlich viel Disziplin und Verzicht. Also ich, wenn die anderen halt auf Party waren, war ich um 22, ich habe um 22 Uhr geschlafen, wenn ich am Sonntag gespielt habe. Lag auch daran, dass ich samstags immer morgens um 5 aufgestanden bin, bin mit meinem Vater mitgefahren und habe bei ihm in der Firma gearbeitet und in den Ferien auch jeden Tag von 6 bis 16, 17, 18 Uhr bei ihm quasi mitgearbeitet. Was hast du da gemacht? Er arbeitet in der Metallverarbeitung, ist CNC-Dreher und ich habe quasi, die haben die Programme fertig geschrieben und wenn es dann halt so kleine Aufträge waren, habe ich wirklich nur die Metallteile ausgetauscht, habe gewartet, bis das Programm durchgelaufen ist, die Halle gefegt, bin mit dem Gabelstapler übers Gelände geheizt, weil ich dann hinten dran sind, so Auffangbecken für die Späne, die müssen ja dann regelmäßig geleert werden, das habe ich dann mit dem Gabelstapler gemacht, da habe ich auch meine Liebe für die Autos, glaube ich, entdeckt. Also so kleine Arbeiten, die den normalen Arbeitsablauf etwas unterbrechen oder verzögern, die habe ich quasi übernommen und so habe ich mir das Geld für meinen Führerschein mit 16 finanziert, so habe ich mein Motorrad mit 16, ich war der erste Jahrgang, der 125er fahren durfte, finanziert. Insofern kenne ich auch zumindest in Teilen das normale Arbeitsleben, wie es ist, morgens um 5 aufzustehen und dann 10 Stunden, 12 Stunden an der Maschine zu stehen. das habe ich über Monate halt samstags gemacht und immer in den Ferien. Es gab richtig gutes Geld für mich, das war richtig gut und also für einen 16-Jährigen ist das gerade so Sommerferien, das war schon recht ordentlich und dann halt, wie gesagt, beiseite gelegt, weil mein Vater gesagt hat, wenn du den Führerschein mit 16 machen willst, den 125er, musst du selber zahlen. Musst du selber zahlen. Wenn wir schon beim Geld sind, wir haben ja jetzt über den ersten Profi-Vertrag vorhin gesprochen beziehungsweise du hast erwähnt, dass Jörg Schmadtke dir den mehr oder weniger aus logistischen Gründen vorwiegend angeboten, der legt einem dann einen Vertrag vor die Nase, da steht dann drin, keine Ahnung, x Euro, wie geht man damit um? Man freut sich. Man freut sich und nimmt das hin, wie es ist? Ja, Alter. Weil du hast ja am Anfang einer Karriere keinerlei Bezug und wahrscheinlich auch keinen Berater. Das kam ganz, ganz kurz danach und ich bin, also, nachdem ich dann häufig aber den Profis im Kader war, war es dann so, dass natürlich die ersten Berater angeklopft haben und ich weiß noch, Norbert Flippen zu dem Zeitpunkt eine ganz große Nummer in dem Geschäft. Saßen wir im Wippzelt zusammen in Aachen und der hat mir dann auch so seine Philosophie erzählt und bla und irgendwie es passte mir nicht so. Das war sehr, wie soll ich sagen, es war sehr, sehr aufgeplustert. Das war sehr, sehr, sehr groß gedacht. Für mein Empfinden damals zu groß. Deswegen habe ich das Angebot nicht wahrgenommen und hatte mich dann über Willi Landgraf mit Volker Schlappner zusammengesetzt, der Sohn von Klaus Schlappner, der den meisten sicherlich was sagen dürfte. Schlappi. Und er ist ganz anders an die Sache rangegangen. Wirklich ganz bodenständig, ganz solide und das hat mir halt gefallen und wir haben halt wirklich 15 Jahre lang da zusammengearbeitet. Zu groß gedacht, um da nochmal anzuknüpfen bezüglich Visionen für deine Karriere. Visionen und ich bring dich da hin und ich mach dies und es war mir einfach too much und deswegen dann eher für Volker Schlappner entschieden und das war fand ich so eine ganz grundsolide Planung und eine Idee die dahinter steckte. Ja und dann kam halt das Ding mit Jörg Schmadtke mit dem Vertrag das war ich meine aber noch vor vor Volker und ja was machst du? Du verfügst auf einmal über ja jetzt nicht die Beträge die heute kursieren aber schon über über eine beträchtliche Summe für einen 18-Jährigen die so halt nicht normal ist und du machst Dummheiten. Hast dir Sachen gekauft? Ja auch hab mir Sachen gekauft ich hab mir ich hab mir einen Golf 3 dann gekauft das war mein erstes eigenes Auto der Golf 3 hat ich glaube dreieinhalb viertausend Euro gekostet und ich hab ihn umgebaut für locker sechs bis siebentausend zusätzlich nochmal reingesteckt. Geil. Ja es war halt es war damals das Tuning also so Golf 3 das war gerade der Wechsel zum Golf 4 Corrado der ein oder andere könntet ihr noch kennen der gute alte Corrado G36 Ich hab einen Kollegen gehabt der hat die zehn Jahre lang noch danach gefahren und gebastelt die Polos das war dann eine Nummer kleiner die guten hatten halt einen Golf 3 VR6 das war der mit dem 176 PS Motor dann gab's noch klar der klassische 3er BMW 3er E46 das waren so die beliebten Tuning Autos ich hatte halt den Golf 3 weil das war so hat mir am besten gefallen und hab da unheimlich viel Geld reingesteckt hab halt wirklich alles umgebaut der war tief der war breit der war laut der hat eine mega Anlage drin gehabt der also das einzige Karosserietal das nicht umgebaut war war das Dach ansonsten jedes Karosserietal umgebaut Stoßstange vorne hinten ist klar die Kotflügel verbreitert vorne den 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 Lufteinlass dann hast du dir vom VW T3 die haben im Seitenblech haben die einen Lufteinlass so Luft Luftritzen drin da gibt's so ein Blech da ist das quasi schon eingearbeitet das bestellst du dir dann schneidst du in den Kotflügel schneidest du das aus schweißt es rein und lackierst es neu aber das hast du nicht selber gemacht nein das hab ich nicht selber gemacht machen lassen völlig Banane als wenn das auch nur ansatzweise was bringen würde aber es hilft halt so und dann haust du den K&N Sportluftfilter rein so und dann komplett neue Abgasanlage die Türen verändert weil der Golf hat diese Bügeltürgriffe und die vom Audi wo du so drunter greifst quasi diese Klappen die sind ja viel cooler weil die sind halt auch eben ja das heißt auch da wieder wurde ausgeschnitten eingeschweißt und lackiert das war ja sogar eine Audi 80 oder ja das waren die Audi Entschuldigung die Audi 80 Türgriffe also mein klar dunkle Scheiben der Klassiker ich wenn ich meine Bassbox voll aufgedreht hab hüpfte das Auto und hab da gebastelt und neue Spiegel vom M3 weißt du diese Sportspiegel dann mit Blinker das waren damals die allerersten da gibt es bestimmt zwei Fotos davon da gibt es gibt es tatsächlich Fotos von die sind auf meinem Handy die habe ich noch nicht veröffentlicht tief vorn und hinten eine Luma Verspoilerung den Tunern unter deinen Hörern wird das was sagen das sah schon ziemlich böse aus böser Blick Golf 4 Scheinwerfer grill ohne VW Emblem wie viele schlecht gemachte böse Blicke ich bei mir auf Schulparkplatz hatte ehrlich gesagt weil da haben die meisten noch selber geschraubt und den kannst du so versauen den bösen Blick wenn das Spaltmaß nicht ordentlich passt komplett versauen aber ich muss sagen meine Werkstatt war gut ich hatte zuerst natürlich der Klassiker ist du steigst mit so einer die nur drunter geklebt drunter geschraubt wird und später habe ich dann haben sie die Motorhaube verlängert wirklich Metallstück entsprechend zugeschnitten und dann drangeschweißt das sah auch gut aus Gold 4 Scheinwerfer Grill ohne Emblem ja erstes MP3 Radio damals von Sony waren die allerersten und das Gute daran war du konntest die Farbe des Displays verändern das kenne ich sogar ja das war stark das hatte glaube ich mein Bruder später ich hatte ja immer so ein Panasonic Radio ja sehr gut dann habe ich das geholt und natürlich Sportsitze oder nee ich hatte die also die Sitze waren dann Serie ich hatte einen 1,8 Liter mit 75 PS ich rede mir ein dass durch die Auspuffanlage und den Sportluftfilter mindestens 80 PS und die Displayfarbe war natürlich blau oder weil das war ja Golf blau macht glücklich die Delfinwerbung genau nee die war mit vier grün im vierer war sie blau im vierer war sie grün beim dreier war es grün aber ich hatte halt ich hatte ein mp3 Radio ja wo auf einer CD ich weiß nicht 180 Liter oder sowas drauf passen weil damals war Napster ja noch legal also zumindest nicht illegal ich war noch nicht offiziell illegal ich möchte den naja gut ach Gott das war wir wurden noch nicht bestraft für Napster nee das stimmt das ähm rechtsfreier Raum nannte man das zu dem Zeitpunkt ja also okay du hast auch manches von deinem Geld dann äh weniger gewinnbringend nur lustgewinnbringend investiert in Autos ja also der Golf 3 war nicht gewinnbringend aber ich hab's einfach gemacht ähm aber das war ja auch dahingehend nur der Anfang allen Übels quasi oder das war das war der Anfang allen Übels ich bin dann irgendwann hingegangen und hab mir ein Audi das war dann mein erster Audi ein Audi A3 bestellt Neufahrzeug damals ich muss aber sagen den hab ich immer noch das ist immer noch das Auto mit dem ich jeden Tag rumfahre der hat jetzt über 400.000 Kilometer also das war eine Investition die sich heute tatsächlich auch noch lohnt toi 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 dass der noch ein bisschen hält ähm weil das war damals natürlich mit 19 dann kurz vorm 20. März 2003 hat der Erstzulassung ähm das war jetzt noch 32.000 Euro gekostet ähm das war dann schon geiles also für 19-Jährigen war das ein überragendes Auto also Audi gab's in der Gegend dann gar nicht also für Leute in dem Alter das war ganz kurz vor dem Modellwechsel zu dem neuen A3 damals für die Kenner unter uns der Wechsel vom 8L zum 8P Modell war das nicht sogar einer der ersten A3 damals doch das war also das Facelift vom ersten A3 der erste kam 96 bis 2.1 oder 98 bis 2.1 und von 2.1 bis 2.3 war dann die PA also ähm jetzt fange ich auch schon an wie so mit Konzernmitarbeiter PA heißt Produktaufwertung Facelift im im normalen Sprachen also quasi so ein so eine Modellpflege und 2.3 kam dann der ganz neue war dann der erste so der ein bisschen eckiger war war das der erste den es mit Sportback gab genau das war dann äh der aber ich hab noch den alten genommen weil beim neuen gab's noch keine Ausstattung damals war's halt noch so dass du bei Modelleinführung quasi genau du hattest keine Lederausstattung nicht mal die Hälfte gar nicht also da war so und ich hatte wirklich dann meine Recaro Sportsitze drin aus dem Audi S3 ich hatte damals noch ähm TV und Navi und ich weiß noch willst du ein Licht und Regensensor was ich heute ich find das wahnsinnig praktisch natürlich kann ich das auch selber aber es ist halt praktisch wenn du es einmal benutzt hast und ich weiß noch wie ich zu Patrick damals sagte dem Verkäufer ich sag ach Quatsch Licht und Regen kann ich auch selber steuern und das ist so das einzige wo ich mich was dir heute fehlt wo ich sag ja was heißt fehlt also das ist natürlich ne so wie damals keinen elektrischen Scheibenheber oder so zu haben so selbstverständlich ist es heute fast die hatte ich dann aber schon aber wenn du wirklich mal mit sowas unterwegs bist und das über Jahre kennst dann ist es schon praktisch aber das nur als kleine Randnotizia und dann ist halt dann war wirklich kam halt mein erster eigener Audi im März 2003 und dann sind wir nach Kasachstan geflogen um jetzt mal den sportlichen Turn zu kriegen dann sind wir im Mai Mai Juni nach Kasachstan geflogen mit der mit der Mittelrheinauswahl weil wir den Länderpokal gewonnen haben und da habe ich mich das erste Mal schwerer verletzt habe ich in Kasachstan zwei Spiele gespielt übrigens toll dass ich mal da war privat wäre ich da wahrscheinlich nie hingekommen und habe mir das Innenband im rechten Knie gerissen und das war für mich zu dem Zeitpunkt ein Untergang weil es war scheiße war einfach scheiße die erste schwere Verletzung in einer in jungen Jahren und wir haben drüber gesprochen nicht ganz einfachen Zeit und ich wollte dann mit der neuen Saison sollte alles besser werden und dann startet das so und dann gab es ein bisschen Knatsch mit Jörg Berger zu dem Zeitpunkt und dann war halt das Ding okay wir leihen ihn aus und dann rief mein Berater an und sagte du pass auf ich habe du sollst nach ich organisiere dir mal zwei drei Probetrainings und dann schauen wir wie es weitergeht und mein erstes Probetraining nachdem ich dann wieder fit war war bei SV Wehen damals nur Wehen die waren in die Regionalliga aufgestiegen und mittrainiert aber Trainer waren nicht so wirklich überzeugt dann bin ich zu Schalke 04 gefahren habe ein Probetraining also bei der U23 von Schalke 04 gemacht Mike Büskins war von oben mit dabei der hat dann so spielender Co-Trainer oder sowas gemacht da habe ich Mike das erste Mal kennengelernt Kleppinger war glaube ich Trainer und da habe ich dann eigentlich überzeugt die Schalker sagten ja das gefällt uns weißt du noch wir haben da auf so einem Nebenplatz zwischen glaube jetzt im Nachhinein meine ich das ist der Trainingsplatz der Profis so zwischen der Volkspark sag ich schon Parkstadion und Felddienst Arena ist so ein Nebenplatz halt und haben dann da drauf trainiert und das lief sehr ordentlich und die wollten mich dann halt mitnehmen ins Trainingslager und dann kam aber noch der Anruf von Harald Gärtner jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis oder da öffnete er sich ich soll doch auch nach Hamburg die waren gerade von der ersten in die zweite und von der zweiten in die dritte Liga durchgereicht worden damals war die dritte Liga die Regionalliga Nord war zweigeteilt Regionalliga Nord und Süd waren durchgereicht worden für alle die es nicht wissen sollten wir dazu sagen es geht um St. Pauli ja also ja Harald Gärtner Co-Trainer von Franz Gerber beim FC St. Pauli waren durchgereicht worden in die damalige Regionalliga Nord zweieinhalb Millionen Schulden wir kennen alle mit Retter und bla und hier genau und bin dann nach Hamburg gefahren und hab dann da meine meine drei vier Einheiten gemacht noch in der Saisonvorbereitung und Harald sagte ja machen wir und nochmal okay gehst du jetzt zum FC St. Pauli oder gehst du zu Schalke 04 das war jetzt meine also die Überlegung die ich hatte mit meinem Vater und meinem Berater ich muss gestehen und das hab ich aber schon den St. Pauli Fans offenbart zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung wer St. Pauli ist also ich wusste dass es ein Fußballverein ist ich hab zwei Jahre vorher tierisch über sie geschimpft weil sie die Bayern besiegt haben aber wusste nichts um das was den Verein und drumherum einfach auszeichnet und ausmacht davon hatte ich halt keine Ahnung weil ich keine Berührungspunkte mit dem hohen Norden hatte ich wusste dass Hamburg eine schöne Stadt ist ich weiß noch als ich das Probetraining da gemacht habe da rief ich meinen besten Kumpel an der ein paar Wochen vorher das erste Mal in Hamburg war und rufe ihn an und so total verrucht boah ich bin auf der Reeperbahn ich laufe hier gerade rum hier sind ganz viele Frauen so völlig völlig du kommst halt vom Dorf Aachen ist also ich komme ja nicht aus Aachen das sind 15 Kilometer von Aachen Basweiler hat Basweiler hat 25.000 Einwohner und Setterich wo ich danach gewohnt habe ist halt ein Stadtteil der hat weiß ich nicht 6.000, 7.000, 8.000 und dann kommst du nach Hamburg und läufst über die Reeperbahn und bist mal ganz wagemutig und gehst durch die Herbertstraße krasser Typ ich habe mich ganz verrucht gefühlt und hatte ihn halt angerufen boah ich bin ja auf der Reeperbahn ja war ich auch und warst du da und boah hier und Sexshop hihi kannte man ja nicht vom Dorf und habe dann überlegt okay was machst du insofern ich konnte das halt in der Dimension nicht einschätzen habe mich dann aber für St. Pauli entschieden das waren jetzt aber nicht gerade auch die Gründe warum du dich für St. Pauli entschieden hast nein es war einfach so dass St. Pauli sicherer war in Form von bei Schalke hätte ich nochmal ins Trainingslager mitgemusst und dann quasi die finale Entscheidung so und bei St. Pauli war klar machen wir ja dann ging es halt nur noch um die Modalitäten ich hatte noch zwei Jahre Vertrag in Aachen St. Pauli sagte lass uns mal bis zum 30.8. warten weil die hatten halt wirklich kein Geld aber der Ursprung der Ursprungsgedanke war eine Laie oder war da schon von Aachen aus eine Laie okay Jörg Berger war es völlig egal der sagte einfach nur guck dass wir den loswerden kann ja nichts mit anfangen und Jörg Schmattke hat immer drauf bestanden und das rechne ich ihm habe ich ihm immer hoch angerechnet hat immer gesagt nein ich will den Jungen nur ausleihen der hat Potenzial er wollte immer die Option haben mich zurückzuholen nur da hat dann war St. Pauli nicht mit glücklich und mein Berater hat ihm dann anscheinend auch klar gemacht so nachdem du pass auf euer Trainer will den nicht lass ihn gehen so und da hat Jörg Berger dann in meinem Sinne entschieden Jörg Schmattke und nochmal da danke ich ihm auch heute für hat er in meinem Sinne entschieden alles klar machen wir keine Ablösesumme geflossen Vertrag ganz normal klassisch aufgelöst dann den Vertrag bei St. Pauli unterschrieben und da bin ich halt auch dem Verein und auch Harald Gärtner froh weil das was wir zuerst dann im Vertrag fixiert hatten an Gehalt puh das war schon war sehr dürftig so und dann haben sie von sich aus ja pass auf übrigens wir haben nochmal 500 Euro draufgelegt so das war es war weniger als das was ich in Aachen hatte wir haben nochmal 500 Euro draufgelegt was dann ja es war dann okay sagen wir es mal so es war okay es war nicht viel weil das hat der Verein das hat es einfach nicht hergegeben in der Situation aber es war okay und das war für mich dann gefühlt eigentlich so der Schritt in den okay jetzt bist du im Profifußball jetzt musst du weil ich dann ich war weg von zu Hause neue Stadt neuer Verein du bist jetzt nicht nur dieser Nachwuchsspieler sondern kommst du jetzt mit dem Profivertrag genau kennt dich keiner genau du musst dir auch sofort helfen war ja nicht so dass das rosige Zeiten da waren genau in allen Hinsichten absolut nicht und dann haben wir halt den August noch gewartet weil dann mussten sie mich im August nicht bezahlen lief halt den August noch als Probespieler und den Transfer dann am 30.8. quasi offiziell bekannt gegeben fixiert und dann war ich ab 1.9. war ich Spieler des FC St. Pauli am 2.9. wurde ich 20 Jahre alt und dann ging es eigentlich los mit ja mit der Saison erstmal auf der Bank aber hab dann relativ schnell mir da einen Platz erspielt erkämpft damals noch mit Libero und da Franz Gerber der ja noch mit Libero und Mannnecker spielte die meiste Zeit Mannnecker aber und so hab ich auch Libero gespielt und erst dann mit dem Wechsel zu Andreas Bergmann im Januar Februar 2004 nach einer Niederlagenserie als Gerber und Gärtner dann entlassen wurden dann auf Viererkette umgestellt in Verteidiger dann gespielt und dann liefen zwei drei Jahre ganz ordentlich Ja so kurz kommen wir über St. Pauli nicht rum Ja das glaube ich Du hast jetzt im Millern-Ton da warst du ja jetzt erst vor wenigen Tagen zu Gast kann ich auch sehr empfehlen die Saison Vorschau Folge wurde auch eben über deine Zeit nochmal kurz gesprochen da hast du gesagt das mit den Schulden hast du angesprochen und dass ihr damals nicht mehr hättet als irgendwie ein paar Bälle und irgendwie 14 Spieler Ja Ja wie war denn da die Anfangszeit und wann hast du denn zum ersten Mal auch verstanden dass St. Pauli ein etwas anderer Verein ist Sportlich war es schwierig insofern dass es nicht immer klar war wie es natürlich weitergeht klar gab es die Retter Kampagne und dann war ja das Schlimmste irgendwie abgewendet aber trotzdem die Geschäftsstelle waren irgendwie drei Container so übereinander gestellt das Stadion in keinem guten Zustand aber trotzdem immer voll die Bedingungen waren nicht unbedingt immer optimal aber wir haben halt schnell gelernt zu improvisieren und mit den Gegebenheiten einfach umzugehen und da hat Holger Stanislavski damals schon einen ganz großen Einfluss gehabt der offiziell noch Spieler war aber aufgrund eines Innenbandrisses nicht aktiv teilnehmen konnte am Training aus der gesamten Mannschaft war auch nur noch Gruschka aus der Zweitligamannschaft der dann auch bei den in der Regionalligamannschaft noch da war und durch ihn habe ich eigentlich gemerkt was in diesem Verein möglich ist so in den ersten Wochen und Monaten weil immer wenn Grusche auf dem Platz stand sind die Leute komplett durchgedreht die haben ihn gefeiert wie ein Volkshelden und ich bin ehrlich ich habe mir gewünscht das auch zu schaffen dass wenn ich auf den Platz gehe dass die Leute genauso abgehen wie sie es bei ihm tun und das haben wir uns alle als Vorbild genommen weil das einfach sehr beeindruckend war und wir natürlich auch an der Resonanz gemerkt haben dass die Leute am Anfang schon skeptisch waren aber wir und da hat der Verein finde ich auch ein bisschen Glück gehabt in der Zusammenstellung der Spieler sehr schnell gemerkt haben worauf es ankommt also wir haben beileibe keinen großen Fußball gespielt wenn wir wenn du die Leute fragst die damals im Stadion waren das war zum Teil gruselig aber man konnte uns in den seltensten Fällen vorwerfen dass wir nicht wollten dass wir es nicht zumindest versucht und gemacht haben und und uns gewährt haben und das erste Jahr dann den Klassenerhalt relativ frühzeitig mit dem schlechtesten Spiel meiner Karriere klar gemacht in Neumünster gar nicht mal so sehr was meine eigene Leistung angeht sondern dieses Spiel war einfach nur es war einfach nur gruselig es war so schlecht ich würde also wenn wenn ihr Menschen quälen wollt dann zwingt sie dieses Spiel zu gucken ich glaube davon gibt es gar keine Aufzeichnung das ist so ein selbstlöschendes Tape das geht das kann gar nicht gebrannt werden auf CD das funktioniert nicht das war einfach furchtbar und wir haben 1-0 in Neumünster gewonnen das Tor ich habe einen langen Ball Freistoß von der Mittellinie hoch und weit in 16er und Fabian Boll im Liegen mit dem Kopf der Schulter der Hüfte und dem Knie Patrick Borger auf die Hüfte der bei Neumünster im Tor stand und der Ball trudelte ins Tor und das waren gefühlt 6 Grad und der Regen kam quer runter und es war kalt und es waren Neumünster hatte damals eine kleine Links-Rechts-Schwäche das war natürlich auch für unsere Fans dann sehr schön also in Anführungsstrichen natürlich schön also das ganze Spiel war auf Scheiße aufgebaut und das ja so war es auch aber wir haben es halt gewonnen und dieses den ersten Draht dann eingehend auf die Frage wann ich gemerkt habe dass da mehr hinter steckt war dann so ganz intensiv im Januar dann nach also nach 4-5 Monaten ich hatte eine rote Karte im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Wattenscheid Herr Wittecek hat sich fallen lassen ich bleib dabei auf jeden Fall hat Guido Winkmann mir damals rot gegeben und dementsprechend war ich gesperrt und es hieß Ralf dann fahr doch mal mit den Fans im Sonderzug nach Münster Preußen Münster ich so ja okay mach ich einfach mal und saß halt da so ganz unbedarft im Zugabteil und kaum einer kannte mich und wer hat das gesagt Vereinsführung das kam von von Christoph Hafer kam damals dem Pressesprecher Teammanager das damals war ja alles eine Position also das war nicht so extrem aufgeteilt vom Personal her wie es heute ist und dann bin ich nach Münster mitgefahren und da sind wir dann auch wieder an dem Punkt was wir eben hatten wo ich unheimlich froh über meine Zeit als Fan in der Kurve bin dass ich genau weiß auch wie Fans fühlen und was sie zum Teil auf sich nehmen und was sie was sie empfinden und was sie eigentlich wollen ich kenne auch die andere Seite und ich saß dann da im Zugabteil etwas schüchtern wie Mike jetzt im Nachhinein erzählen würde und zufällig wie es du wie es halt so läuft sitzt der Übersteiger neben mir ähm und der Fanclub die feuchten Biber die ja ihr lacht das ist der elitärste beste und tollste Fanclub des FC St. Pauli Kosmos liegt auch daran dass ich da Mitglied bin aber das ist ein anderes Thema nein die hatten mich dann angesprochen dann war Sandra noch die jetzt im Aufsichtsrat sitzt beim FC St. Pauli ähm der Herr Hollywood ich weiß jetzt nicht ob es die alle möchten dass ich die Klarnamen nenne und hab halt zu denen den ersten Kontakt gehabt so bin halt mit denen dann die nach Münster gefahren gelabert und dies und das und ähm aus dem Kontakt ist eigentlich tatsächlich dann ein größerer Kontakt in die Fanszene an sich entstanden und da immer mehr so den das Gefühl gehabt das ist mehr als wir schauen uns 90 Minuten Fußball an klatschen ein bisschen und fahren dann wieder nach Hause was aber auch dem entspricht wie ich ähm einfach auch erzogen wurde und was man mir dann mitgegeben hat ich hab meine Lieblingsanekdote ist das ist ein Spiel in ich weiß gar nicht ob es Öding war oder es müsste Öding gewesen sein und ich stand am Zaun und wollte Autogramme noch als Kind Jugendlicher und hab gerufen und keiner kam und der einzige der sich umgedreht hat war Thorsten Fink Thorsten Fink ist dann den Weg das war nur ein paar Meter vom bevor er in den Bus gestiegen ist an den Zaun gekommen und hat mein Trikot unterschrieben und äh allein dieser Weg den er auf sich genommen hat hat mich als kleinen Jung einfach so unglaublich glücklich gemacht dass ich jetzt ein Autogramm von meinem von meinem großen Idol habe ähm dass ich mir immer gesagt habe und mir mein Vater das auch immer mitgegeben hat denk an den Moment wie du dich gefühlt hast und solltest du mal in der Situation sein ähm ja denk einfach nur dran zurück und dann weißt du schon wie du wie du handeln musst was du tun musst und das sind so Momente die mich dann für später einfach sehr geprägt haben und ich finde es mir hat es dann sehr gefallen wie viel du eigentlich als Spieler auch neben dem Platz zurückgeben kannst und das gerade bei einem Verein wie St. Pauli wo das Sportliche nicht immer das Wichtigste ist mhm und ähm ja da sind anscheinend zwei Dinge dann zusammengekommen die zueinander gepasst haben und deswegen habe ich mich auch in ganz vielen anderen Bereichen immer sehr interessiert gezeigt ähm engagiert gezeigt und äh fand es immer toll ähm ja was auch immer tun zu können mhm hab die Gespräche gesucht ich erinnere mich an ein Spiel gegen Kiel dass wir 2-1 verloren haben und wir hatten 4-5 Niederlage in Folge und die Stimmung im Stadion war komplett beschissen also das war also danach mhm und es passiert selten dass beim FC St. Pauli gefiffen wird aber die Zuschauer hatten wirklich die Schnauze voll natürlich auch wieder im Kontext was ist 2 Jahre vorher passiert und wieder die Angst rutschen wir jetzt wieder ganz unten rein und 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 ähm hab mich danach ich weiß nicht ob ich es heute wieder tun würde in dem Alter aber ich hab mich dann mit mit 20 ich war gerade ein paar Wochen da hab mich auf den Zaun gestellt das war die alte Meckerecke da stand USP früher das war auf der Gegengeraden wenn du von von Platzseite aus guckst ganz rechts mhm also der Durchgang war ja so so halb da musste man immer vorbei ne genau genau und da bin ich dann hin ähm und hab versucht den Leuten klar zu machen oder hab sie versucht wieder ins Boot zu holen das war jetzt nur weiß nicht ein paar Dutzend die dann halt nach dem Spiel noch da standen aber ich hab sie versucht hab versucht sie ins Boot zu holen weil ähm das ist so meine Philosophie des Ganzen ähm am Ende des Tages auch wenn es heutzutage Gott sei Dank keine Zäune mehr gibt aber auf beiden Seiten des Zauns arbeiten wir in die gleiche Richtung so wir wollen ja im Prinzip beide nur das Beste für den für den Verein für die Mannschaft für den Verein und natürlich haben wir auf dem Platz einen wesentlich größeren Einfluss darauf ob das Spiel gewonnen wird oder nicht aber ich hab versucht den Leuten einfach klar zu machen dass dass man uns die Aufgabe viel viel leichter macht und dass man uns viel mehr unterstützt wenn man uns unterstützt und wenn man uns nicht auspfeift und ähm ich bleibe dabei das ist äh das vertrete ich auch weiterhin dass in den 90 Minuten die Mannschaft unterstützt gehört und man kann sich immer danach noch hinsetzen heutzutage ist es leider etwas schwieriger an die Spieler ranzukommen aber den Dialog suchen und denen klar machen dass das so und so ne bitte nicht aber in den 90 Minuten und das wollte ich einfach ähm da nochmal transportieren ich weiß nicht ob das überhaupt wirklich viel erreicht hat aber ich hab schon auch die Jahre danach so ein bisschen Rückmeldung auf dieses Gespräch bekommen mir ging's darum klar zu machen dass wir von der Mannschaft aus gewillt sind alles dafür zu tun dass der Verein nicht nochmal absteigt dass wir den maximalen Erfolg haben das war zu dem Zeitpunkt nicht viel aber das was wir rausholen können wir euch oder die Fans halt brauchen und ähm das waren alles so zwei, drei, vier, fünf Erlebnisse Momente in denen ich gemerkt habe zum einen was für Möglichkeiten du als Spieler über die 90 Minuten hinaus hast zum anderen fühle ich mich aber auch verpflichtet einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrung weil ich weiß wie es ist wie man nur mit kleinen Dingen Entschuldigung Menschen glücklich machen kann ihnen ihnen ein neues Fünkchen Glauben an die Sache geben kann wie man wie man sich vielleicht in in ganz beschissenen Momenten noch abholen kann und sagen ey pass auf aber ich kann dir versprechen wenn ich nächste Woche hier auf dem Platz stehe dann laufen wir wieder und das war glaube ich eine Wechselwirkung von Fans schrägstrich Fanszene und meinem Verhalten dass ich da wie ich finde schon eine ordentliche Beziehung aufgebaut hat Ja du saßt ja auch definitiv bei den richtigen Leuten im Zug also an alle die vorhin bei Mike nicht gleich wussten wer gemeint ist Ed der Übersteiger der ja unter anderem den Millerton Podcast macht was mich aber noch interessieren würde das ist ja so ein Nebenaspekt noch du hast es vorhin nur ganz kurz angerissen zum ersten Mal von zu Hause weg in Hamburg in der eigenen Stadt wo hast du denn gewohnt und wie hast du es denn geschafft dich in der Stadt zurechtzufinden Ich bin also nicht ganz alleine meine damalige Freundin ist mitgekommen nach Hamburg und ich bin froh dass sie es also im Nachhinein jetzt bin ich froh dass sie das klingt jetzt auch doof im Nachhinein bin ich froh damals war ich auch froh weil sie mir geholfen hat mal zu leben also wenn ich alleine eine Wohnung hätte schmeißen müssen das hätte niemals funktioniert ich hab's noch niemal geschafft in meinem Zimmer wie soll ich's dann mit einer Wohnung inklusive Behördengänge und alles was dazugehört also es war halt auch so ein Schritt ins Erwachsenwerden ich bin in der Zeit auch persönlich unheimlich gereift wo haben wir gewohnt ja wenn ich das jetzt sage dann werden alle St. Pauli Fans die Hände beim Kopf zusammenschlagen und das passt halt mal wieder gar nicht aber ich hab in Blankenese gewohnt sie wollte damals in den Hamburger Westen was ich aber auch mitgetragen hab verstanden hab weil es ist finde ich es ist schön grün es ist es ist ruhig ich brauch diese Action zum Beispiel der Schanze oder sowas oder Eimsbüttel das brauch ich nicht es ist es ist schön da hinzufahren aber wohnen möchte ich lieber ruhig das hab ich war bis jetzt in allen Städten so dass ich immer nicht direkt im Zentrum gewohnt hab sondern minimal außerhalb und über die Elbschossi bist du ja in 15-20 Minuten warst du dann sowieso in der Stadt also haben wir da eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt 50-55 Quadratmeter und da hatte ich eine ganz ganz große Unterstützung was die Einrichtung angeht Einkaufen also wirklich so die ganz trivialen Dinge des Alltags natürlich hätte ich das auch irgendwann selbst alleine gelernt aber es war trotzdem gut diese Unterstützung zu haben also ich hab da wirklich so ein Soft-Opening ins Erwachsenwerden von Elternhaus zu mit Freundinnen zusammen und dann erst alleine gewohnt also wir haben uns dann nach weiß ich nicht anderthalb Jahren oder sowas in Hamburg haben wir uns getrennt sie ist dann zurück nach Aachen zu ihrer Familie und dann hab ich halt das erste Mal dann auch alleine gewohnt und das Sportliche du hast ja schon angerissen wie die Ausgangssituation war und das alles nicht ganz so einfach war und wie das alles in der ersten Saison zu Ende ging mit einem auf Scheiße gebauten Spiel ging ja nicht nur so weiter nein also das zweite Jahr war ein relativ durchwachsenes Jahr für mich persönlich ein gutes Jahr aber jetzt was den Mannschaftserfolg angeht ein durchwachsenes Jahr das dritte Jahr wurde dann spannend also das zweite können wir wirklich relativ schnell skippen da gibt es nur ein zwei erwähnenswerte Dinge wie das Spiel gegen Chemnitz also auf einmal der Chemnitz Block so Block also nicht Blockfahren aber so Doppelhalter ausrollte mit in rot rotes Viereck mit einem weißen Kreis drauf es fehlte halt nur noch das verfassungswidrige Symbol und dann wäre das komplett gewesen und da ist das Stadion halt komplett steil gegangen also es war in Hamburg es war in Hamburg im Gästeblock dann haben Sven Brucks der damalige Sicherheitsbeauftragte und ich glaube Heiko Schlesselmann vom Fanladen die haben dann den Block räumen lassen und dann gab es halt nach dem Spiel auf der Budapester vor dem Milan-Tor standen halt links zwei Wasserwerfer rechts zwei Wasserwerfer eingekesselt die Chemnitzer St. Pauli Fans wollten natürlich an die ran und ich bin beim rausfahren denke ich mir was ist denn hier los weil das hatten wir halt nicht mehr richtig im Stadion das hatten wir natürlich mitbekommen aber das hatten wir nicht mehr richtig mitbekommen und parkte mein Auto an der Seite und stelle mich in die erste Reihe stehe vor dem Wasserwerfer gucke hoch und sehe meinen Präsidenten da drin im Wasserwerfer Conny Littmann sitzt im Wasserwerfer und das Ding zeigt halt auf mich ich so warte mal das ist doch mein Präsident was ist denn hier los das war von mir keine PR-Aktion das ist bei den Fans richtig gut angekommen also das das hat dann schon es gab Resonanz aber das war für mich kein oh jetzt kannst du mal was für deinen Ruf tun sondern ich wollte wirklich wissen was ist denn da los und wieso stehen hier Wasserwerfer und mich mal bei den Fans erkundigen was hier gerade Phase ist und auf einmal stand ich halt mittendrin mittendrin so aber es ist dann hab nichts abbekommen weil es dann doch relativ ruhig war weil die St. Pauli Fans dann von der Polizei zurückgehalten wurden und die Chemnitzer dann in Bussen abtransportiert wurden ähm es war war aber ein lustiges Erlebnis also das war schon jetzt im Nachhinein lustig in dem Moment fand ich das komisch dass mein Präsident im Polizeifahrzeug mir gegenüber steht aber wurde das später nochmal thematisiert von ihm nein ich glaube auch nicht dass er mich gesehen hat aber ich kann mir die Perspektive aus so einem Wasserwerfer nicht vorstellen ich glaube du siehst einfach nur eine Masse vor dir so und also gerade als Ungeübter Polizisten haben da eine andere Ausbildung die können dann schon auch Einzelleiten erkennen aber als Ungeübter glaube ich siehst du nur eine Gruppe vor dir und nicht zwingend den Einzelnen es wurde natürlich thematisiert warum Corny Littmann als Präsident in einem Wasserwerfer sitzt aber das war jetzt ja Corny war sowieso sehr kontrovers auch was was die Wahrnehmung in der Fanszene angeht insofern gab es da eh viele Diskussionen aber du hast es während des Spiels schon mitbekommen weil das ist ja immer so eine berühmte Frage wie viel kriegt man auf dem Platz ja doch also das kriegst du natürlich mit weil also ich diese diese Block nee nicht Blockfahren aber diese Doppelhalter und so gesehen hab also wird man da nicht wahnsinnig wütend auch auf dem Platz natürlich also du siehst ja sofort worum es da geht ne sind nicht alle auf einmal Fans von Japan und vertauschen nur die Farben oder deutsches rotes Kreuz oder sowas also ja und wie schon gesagt ich weiß nicht ob ne der Block wurde nicht geräumt es stand zur Debatte das hatte ich dann weil ich sehr aktiv auch damals im St. Pauli Fanforum unterwegs war es stand zu unter Klarnamen oder wussten unter Klarnamen die Leute wussten dass ich das bin ganz normal unter Ralf Gunesch auch da übrigens darüber sehr viel auch Strömung aus der Fanszene immer wieder mitbekommen ich weiß es ging darum dass der Block gestürmt nee nicht gestürmt geräumt werden soll haben sie nicht gemacht aber Sven Brux ist rein als Sicherheitsbeauftragter und hat zumindest die Fahnen entfernt das haben sie gemacht das so war es brauchst du auch die hat Sven und ja ansonsten ist in dem Jahr glaube ich nicht mehr so viel Spannendes passiert das ging dann erst 2.5 2.6 dann los stimmt das nee 2005 haben wir im Trainingslager auf Kuba im zweiten Jahr oh ja das war auch ganz toll das war das Winter Trainingslager habt ihr euch einen neuen Markt erschließen wollen so wie jetzt die Bayern mit China wir waren tatsächlich die erste europäische Fußballmannschaft die auf Kuba war und waren 14 Tage auf Kuba im Januar 2005 und hatten sehr viel Spaß also wir haben natürlich auch trainiert privat weiß ich nicht ob ich jemals nach Kuba gekommen wäre aber auch da wieder eine tolle persönliche Erfahrung mal ein ganz anderes Land System wie so ein Land geführt wird wie es funktionieren kann oder auch nicht das vermag jetzt bitte jeder für sich selber beurteilen aber wenn du dann halt mitbekommst dass Einheimische nicht mit dir reden dürfen oder wenn sie mit dir reden wurden sie ganz schnell von der Polizei abgeführt und so dann kriegst du halt nochmal einen ganz anderen Blick aufs Leben weil das sind ja Dinge die kann sich keiner von uns wirklich vorstellen aber sie haben uns dann am Anfang gab es dann so ein Briefing so nach dem Motto Leute passt auf hier laufen so ein paar Dinge bisschen anders als ihr das vielleicht kennt und haben es dann auch am eigenen Leib erfahren dass das Menschen die sich mit uns unterhalten haben auf der Straße ja da kamen dann zwei und haben die abgeführt also wir durften da wirklich nur mit mit quasi mit Dolmetschern unterwegs sein für uns bestand keine Gefahr aber trotzdem verstörend es ist ja es ist verstörend und auch ich erinnere mich also das ist natürlich auch und ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster wenn ich sage dass da wirklich auch auch Propaganda läuft wenn du die ganzen da gibt es keine Werbung also keine Werbetafeln im klassischen Sinne dass für irgendein Produkt geworben wird sondern auf auf allen Hauswänden auf auf am Strand die großen Werbeplakate und so voll mit Plakaten entweder Che Guevara und Fidel Castro als die großen Väter des Landes und 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 oder die USA als der als der große Feind der böse Feind also wirklich dass du du hast die ich erinnere mich an Bildern an Bilder wo du du hast die die Fahne der USA daneben ein Hakenkreuz und da drunter hast du Bilder von von Folter Szenen die wir halt alle kennen die dann so mit und mit irgendwie durchgesickert sind wo die Amerikaner in Guantanamo und was weiß ich nicht alles ihre ihre genau ihre ihre Gefangenen entsprechend behandelt haben und das wurde alles genutzt zur zur Propaganda und das kannten wir halt also das kennen wir aus Deutschland nicht diese öffentliche zur Schaustellung diese öffentliche Meinungsmache und das waren alles ganz ganz neue Eindrücke insofern bin ich froh da gewesen zu sein oder das mal gesehen zu haben um auch zu wissen wie es woanders laufen kann und nochmal es ist ja kein Politik-Podcast ich will das jetzt nicht groß bewerten aber es waren es war wirklich ein ganz neuer Einblick auf diese ganze Sache du hast so verstörend eben gesagt es ist es verändert schon dein Weltbild ja direkt zur Entwicklung bei natürlich ja absolut du siehst dass nicht alles selbstverständlich ist was man selbst immer so in dem System in dem man aufgewachsen ist mit Meinungsfreiheit und so weiter richtig also das war beeindruckend aber in ganz neutraler Form weil es ganz andere ganz andere Eindrücke sind die du sonst in deinem normalen sozialen Umfeld wahrscheinlich kaum wirklich wirklich mitbekommen damals war ja auch das war 2005 da war das Internet jetzt auch noch nicht so extrem voll mit mit sowas wie du heute ja auf Knopfdruck kannst du ja alles in jede Richtung bekommen damals befanden wir uns immer noch finde ich in den Anfangstagen das Internet fing gerade so an mit Inhalten gefüllt zu werden also das hatte noch nicht jeder für sich so entdeckt wie einfach man viele Menschen erreichen kann deswegen war das ja das erste Mal dass ich dass ich mit sowas in Berührung gekommen bin und wenn du es nur so kennst also wenn du nie was anderes gesehen hast dann kennst du halt nur das zum Pokal haben sie immer ihre Zwillingsbrüder geschickt. Aber die guten Zwillinge. Will heißen, in der Liga hat es gar nicht so gut funktioniert. Die guten Zwillinge in der Liga, normales Mittelfeld, nichts besonders Großes. Aber es fing ganz gut an, aber dann kam halt der Pokal. Dann kam der Pokal mit einer bemerkenswerten B-Serie. Kriegst du noch alle Bs zusammen? Ja, natürlich. Burghausen, Bochum, Bremen, Berlin, Bremen und dann die Bayern. Und dann war leider Schluss. Im Halbfinale, ja. Also zunächst mal überhaupt geil, Halbfinale, ist cool. Ich war dann tatsächlich auch beim Finale in Berlin und da, also die Enttäuschung am Abend des Spiels war schon groß, aber als ich dann in Berlin auf der Tribüne saß und habe mir gedacht, dieses eine Spiel noch verdammt nochmal und du würdest jetzt da unten rumlaufen. Das war schon, es war schon hart. Also das war wirklich hart, weil ich wusste, dass diese Chance wahrscheinlich war. War das das Finale von Bayern gegen Eintracht Frankfurt dann? Oder war das ein anderes? Keine Ahnung. Ja, gegen Frankfurt, ja. Ja, Wahnsinn, wo Olli Kahn in der 86. Minute noch einen Ball aus kürzester Distanz hält. Das war mir alles völlig egal, weil ich wollte da eigentlich unten rumlaufen. Das wäre wahrscheinlich das Erlebnis meines Lebens gewesen. Aber gut, es sollte nicht sein, aber vielleicht mal die Pokalsaison ein bisschen aufgerollt in die Liga eigentlich ambitioniert rein und dann kam das Pokalspiel gegen Burghausen. Super warm, aber auch da in der Verlängerung das Ding gewonnen. Oh, cool. Weiter. Mhm. So. Und dann weiter in der Liga normal gespielt, ganz ordentlich sogar. Dann wurde Buchum zugeteilt. Tabellenführer, kein Gegentor. eigentlich der Aufstiegsfavorit der ersten, also der zweiten Liga. Und bei denen lief halt überhaupt nichts zusammen. Es passte einfach nicht. Das war ein Spiel, bei dem bei uns alles passte und bei Bruchum überhaupt nichts. Und es war einfach ein geiler Abend. 4-0. Florian Lechner mit einem schönen Tor. Flo hatte halt auch seinen Zwillingsbruder geschickt, den guten Zwillingsbruder. Wir machen da immer Witze drüber, ich darf das hier auch erzählen, aber ja, es war einfach ein geiler Abend. Und dann, ja, schauen wir mal, was jetzt kommt. So, und dann kam halt Hertha. Hertha BSC. Super. UEFA Cup-Teilnehmer damals. wir halt 5. 6. 7. der Regionalliga Nord. Kurz vor Weihnachten. Aber spielen wir einfach mal. Mal sehen, mal sehen, was da geht. Gegen Pantelic, Marcelinho, gegen Pantelic, Marcelinho, Kovac, Samba und Madlung, Fiedler im Tor. Anne Friedrich war damals noch mit dabei. Kevin Prinz-Boateng wurde eingewechselt. bei Hertha und Zecke Neuendorf. Genau. und dann steht es nach, korrigier mich bitte, 25, 30 Minuten, 32 oder sowas, steht es 2-0 für Hertha. Und wenn du dir das anschaust, ähm, wie viele ist es? Was? 40. Ja, oder, okay, Entschuldigung, dann 40. Da führt der UEFA Cup-Teilnehmer und Bundesligist, ich habe sie die Woche vorher noch im UEFA Cup im Fernsehen beobachtet, in Anführungsstrichen, ich habe sie mir angeschaut, für 2-0 beim Regionalligisten. Das Ding ist eigentlich 2-0 zur Halbzeit, äh, vielleicht ein drittes oder ein viertes in der zweiten Halbzeit und dann ist Ruhe. Und dann machen wir halt ganz kurz, im Prinzip mit dem Halbzeitpfiff durch Dinsay noch das 2-1 und dieses Tor hat uns wirklich am Leben gehalten. Wir sind dann aus der Kabine raus und ich habe mir das Spiel vor ein paar Wochen nochmal angeschaut, schön war das nicht, was wir da gespielt haben. Also das, gegen Bochum, das war spielerisch richtig gut, gegen Hertha, 22. Dezember, ähm, das war kein schöner Fußball, aber wir haben mit wahnsinnig viel Energie gespielt. Wir haben, ähm, uns nicht abschütteln lassen, auch nicht von einem 0-2 und haben wahnsinnig, ja, mit Energie ist tatsächlich die beste Formulierung, weil alle anderen würden nicht passen, weil sie würden das dann glorifizieren und zu schön machen und es war nicht schön und machen durch Felix Lutz in der 86. 86. 86. Das 2 zu 2. Kurz zur Erklärung, liebe Zuschauer, die beiden haben hier ihre Tablets offen, ich habe nichts vor mir, ich erzähle das alles. Sehr begeistert, bis auf den 22. stimmt alles, bei 21. Genau, am 22. war das fettes Brotkonzert in der Arena, so war das, wo wir dann auch alle waren. Ähm, 21. Genau, und machen dann kurz vor Schluss durch Felix Lutz mit einem schönen Kopfball das 2 zu 2, Verlängerung, die Berliner 100%ig komplett abgekotzt und das war uns natürlich egal, so und dann muss ich sagen, auch da wieder, was da in dem Stadion los war, nach dem, generell in der zweiten Halbzeit, das war ja das Schöne, du musstest den Ball nur hoch in die gegnerische Hälfte schlagen und schon war das Publikum da. Also, wenn man heute erst so ein bisschen lauter wird, wenn es im 16er ist, bei uns hat es schon gereicht, gegen den Bundesligisten in deren Hälfte zu sein, um die Zuschauer mitzunehmen. Und dann macht, ähm, Marcelinho war es mit einem Freistoß aus 30 Metern circa, macht er das 3 zu 2 relativ früh. Hundertste. Hundertste. Ich hätte jetzt 96 gesagt, okay. Hundertste. Das 3 zu 2 kriegst du den nächsten Nackenschlag, aber auch da wieder, wir haben gar nicht nachgedacht. Wir haben in dem Spiel nicht nachgedacht. Das war uns völlig egal, das war so ein, wir machen einfach unser Ding. Natürlich auch von den Zuschauern getrieben. Ist es dann aber nicht auch so der Klassiker, der Regionalligist im DFB-Pokal gegen Bundesligist, was gibt es zu verlieren? Also, ich denke schon. Und da halt von den Zuschauern entsprechend getragen, ich erinnere mich noch in der, in der Pause zwischen, zwischen den 90 Minuten und der Verlängerung, ähm, hatten wir auf einmal Cola auf dem Platz stehen. Und ich stehe halt mit einer Flasche Cola und nehme so drei Schlücke raus und Andreas Bergmann, der Trainer, guckt mich an, so nach dem Motto, weil trinkt jetzt hier mein Spieler gerade Cola auf dem Platz? Wir können über Cola diskutieren und streiten und das ist nicht gesund, aber für diesen kurzfristigen Energieschub die ersten Minuten ist das halt echt gut. Zucker halt, ne? Ja, das haut sofort rein und das hat halt wirklich geholfen. Äh, trink halt Cola und weil halt gerade kein anderer da stand, drücke ich die Bergmann in die Hand und sag, nimm mal bitte mit raus. Das war auch, den Blick werde ich auch nicht vergessen, wie er mich da angeguckt hat, aber es war halt mehr so ein, so nach dem Motto, hier in Bayern sagt man, glaube ich ja, Mai, wenn es schön macht, also, ne? Wenn es halt hilft, dann mach's halt. Dann mach's halt. Ja, dann das 3-2 für Marcelinho, äh, durch Marcelinho, für uns aber auch kein Nackenschlag, einfach, wir haben unser Ding weitergemacht und dann, ähm, ja, dann kam schon wieder der Florian. Pokallechner. Dann kam der Pokallechner und die Szene, die, ähm, die gibt's bei YouTube. Ähm, ich hab die DVD zu Hause und ich schau sie mir, ich hab sie mir wirklich sehr, sehr oft angeschaut, weil man, wenn man auf die Zuschauer in der, auf der Nord, hinterm Tor achtet, ähm, damals war's so, dass die Gäste waren, Südtribüne in der Ecke, also zur Haupttribünenseite hin und die Nord war halt voll mit, äh, voll mit, äh, mit St. Pauli-Fans. Wenn man einfach auf die Zuschauer achtet, wie, wie sie explodieren in dem Moment, wo, wo der Ball im Netz einschlägt, na, einschlägt, ist, ist übertrieben, weil ein kullert. Weil Flo hat das Ding mit Unterkrämpfen, man sieht wirklich, er spielt vorher einen Pass nach außen und ist eigentlich schon auf dem Weg nach hinten humpelnd, hält sich, hält sich den hinteren Oberschenkel. Irgendwie fällt ihm der Ball dann, ähm, wieder vor die Füße, beziehungsweise Felix, Felix Lutz legt ihm den Ball vor und er bekutzt für einen kurzen Moment, keine Ahnung, wie ein Körper das macht, für einen kurzen Moment sämtliche, äh, ähm, sämtliche Krämpfe aus seinem Körper weichen, er sich auf diesen Schuss konzentriert. Wirklich, der war nicht feste, das war so ein, so ein Holperschuss, der, äh, noch abgefälscht wird, aber für Fiedler keine Möglichkeit, den zu halten, geht in die lange Ecke rein und einfach diese, ihr seht's an meiner Gänsehaut, diese, diese Ekstase, die dann in diesem Stadion losbricht und das kommt auf der DVD, das ist halt, ähm, also eine, eine Kamera 1 DVD, nichts Geschnittenes, sondern wirklich nur mit der Führungskamera, ohne Kommentar, das kommt halt so durch, das merkst du einfach, wie, wie die, wie das alles explodiert und ich erinnere mich auch noch an die Empfindung in dem Moment, wie, wie es ewig gedauert hat, bis dieser Ball im, im Tor ist, das sind keine Sekunden, es dauert ewig, ja, Einsteins Relativitätstheorie passt, es kommt halt immer drauf an, auf welcher Seite der Toilettentür man steht, wie lang eine Minute sein kann, so, und, äh, es, die Perspektive auf dem Platz war einfach, er rollt und rollt und rollt und er ist drin und, wie so in Zeitlupe explodiert das Stadion und, wie ich jetzt dann auf der DVD gesehen habe, die Leute fallen übereinander her und die Bierbecher fliegen und eine Ekstase, das war bei uns genauso, ich, du weißt in dem Moment gar nicht wohin, ja, und dann, ähm, war es immer noch so, dass wir nicht nachgedacht haben, Frank, immer noch dieses einfach, wir machen einfach, wir spielen einfach, wir hatten kein Konzept, wir hatten keine Idee, außer hoch und weit, aber, wir machen einfach und, und wir haben geguckt, dass hinten da nichts anbrennt, ich meine, mit Pantelic hatte ich wirklich genug zu tun und dann kommt die, jetzt müsst ihr mir helfen, 100, neunte, 100 neunte, die 100 neunte Minute, ein unfassbar dummes Foulspiel an der Eckfahne, wenn es überhaupt ein Foulspiel war, anders, man könnte auch sagen, die Berührung clever mitgenommen und dann geht Robert Palikuccia zu Johnny Solentic, der den Freistoß schießt, geht hin und sagt, bring ihn auf den zweiten Pfosten und auch da erwähne ich wieder diese DVD, die ich zu Hause habe, in dem Moment, wo Johnny Solentic anläuft, hat wohl irgendeiner in der Nähe der Kamera gesagt oder in der Nähe eines Mikrofons, der ist drin, der Ball war noch nicht geschlagen, ich glaube, er hat gerade den Ball am Fuß, da sagt er, der ist drin und ich stand im 16er und sehe nur den Ball quasi so fliegen, okay, der ist zu weit für dich und sehe dann nur Robert auf dem zweiten Pfosten wirklich reinfliegen mit seinen 1,95, schädelt das Ding rein und, ja, meine Gänsehaut, ihr seht es, ist einfach, frag mich nicht, was du in solchen Momenten denkst, das ist, du weißt wirklich nicht, wohin, ich habe auch keine Ahnung, wo ich hingelaufen bin, ich glaube, ich bin sofort zu, zu Lentic gelaufen, also dem Flanken, zu Bergmann nochmal einen Schluck Cola, dem Flankengeber, ich meine auch, ich bin auch bei dem 2-2 von Felix Lutz, bin ich zuerst, bin ich nicht zu Felix, sondern zu, zu Jimmy Dinsay rausgelaufen, der die Ecke geschlagen hat, ich glaube, ich bin zu Johnny gelaufen, aber, ähm, ja, und dann hatten wir, waren es noch 10 Minuten, und dann war so eine, und diese 10 Minuten, muss ich sagen, ich habe das auch später nochmal in ein, zwei Spielen gehabt, dass ich hinten drin stand und wirklich, das mag jetzt vermessen klingen, aber in dem Moment, denkst du halt wirklich so, in dem Moment bist du in so einem Rausch drin, kommt ruhig, spielt die Bälle, ihr schießt sowieso kein Tor, so dieses, Kampfansage, Kampfansage, so Jungs, jetzt kommt mal, jetzt haut mal die langen Bälle hier rein, weil, heute köpfe ich sowieso alles raus, mir ist völlig egal, wer da kommt, da waren noch ein paar ganz heikle Geschichten mit dabei, wo ich sage, da haben wir, gut Glück gehabt, also, Respekt, ja, ähm, also, ja, es war wirklich nur noch Abwehrschlacht, das ist, war nicht schön, ich habe es, ne, angeschaut, das ist nicht schön gewesen. Um Schwimmen geht es ja nicht. Ne. Vor fast 20.000, ähm, 3 zu 2 in der Verlängerung drehen, das ist schön. Äh, das, das war nicht schön, das war einfach nur Wille pur, und dann habe ich, ja, dann war der Abpfiff, natürlich große Freude, und dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Nachrichten halt bekommen, damals hat man noch SMS bekommen, keine WhatsApp, sondern SMS, und ich erinnere mich noch an eine SMS von, von einem, von einem, ähm, einem aus der Fanszene, ein guter Freund, eigentlich ein Hühne, du sagst so, 1,90, 1,90 breit, und alles gut, und er schrieb nur, ich sitze heulend in der U-Bahn. Ich habe gerade meine Mutter angerufen, und ihr gesagt, dass ich sie liebe, aber ich sitze hier heulend in der U-Bahn, wo du dann einfach merkst, ähm, ja, wie glücklich du Menschen eigentlich machen kannst, und das sind dann, das sind wiederum, das klingt jetzt, ist ein bisschen viel Pathos, aber das sind unbezahlbare Momente, weil, ähm, das kannst du nicht simulieren, das kannst du nur mit, mit sowas halt irgendwie hinkriegen, und, ähm, ja, das war wow. Du kannst uns nicht sagen, wo du zum Jubeln hingelaufen bist, aber du kannst uns auch bestimmt sagen, wie danach gefeiert wurde, weil das war am 21. Dezember, du hast schon Fettes Brot Konzert gerade erwähnt, aber, da hat man ja jetzt nicht mehr Trainingsbetrieb vor sich, nach so einem Spiel. Ne, aber wir waren, wo dann in der Pause zu sein, ich glaube, wir waren tatsächlich abends nur noch auf der Schanze, im Olympischen Feuer, das war so damals unser Stammlokal, und am 22. waren wir von Fettes Brot tatsächlich schon im Vorlauf eingeladen, zu dem Konzert, in der damals hieß die Arena, glaube ich, also die kleine Halle nebenan, Colorline war das, glaube ich, noch, Colorline, genau, Colorline Arena, also, ne, diese Multifunktionshalle neben dem aktuell Volksparkstadion, ja, ja, du lachst, weiß man ja nicht. Traditionell AOL Arena. Ja, genau, so, und da war, da war halt das Fettes Brot Konzert, und das war auch noch mal schön, mein Vater war damals auch in Hamburg, hat das erste Mal Fettes Brot erlebt, war für ihn, glaube ich, auch eine interessante Erfahrung. Ja, allein zu Fettes Brot fallen mir halt auch wieder ein paar geile Anekdoten ein, weil ich, meine, meine großen Helden meiner Jugend quasi, jeder kennt, glaube ich, Nordisch by Nature und Jein, ja, es geht ja schon los, wann, ne, 96? Es ist 1996. Ich war 13 Jahre alt, habe damals Fettes Brot und Ärzte gehört, und irgendwann mal, ähm, meine damalige Freundin hat, saß dann neben, neben Markus, und Markus ist ein Jugendfreund von, von Boris, eigentlich von allen dreien, und, zwei davon haben ja auch eine Dauerkarte am Millantor, und irgendwann mal, ich bin nach jedem Spiel halt zu meiner, zu meiner Freundin kurz, also wir sind dann eine Runde gegangen, und die saßen dann so am Ende der Runde, am Ende der Haupttribüne, und dann sind wir halt da bei unseren Mädels gewesen, und dann habe ich Markus kennengelernt, und irgendwann steht Boris vor mir, so König Boris, und ich denke mir so, jetzt, jetzt, kann doch nicht sein. Die Brote waren aber lange Zeit so ein bisschen raus, also die haben, ich weiß nicht, ob es eine Pause war, aber sie waren nicht so medial vertreten, und das war dann, zu dem Zeitpunkt war es halt, sieben Jahre her, dass ich die wirklich, oder fünf Jahre, dass ich sie wirklich aktiv gehört habe, mit allem, mit allen Liedern damals, und irgendwann denke ich so, scheiße Mann, woher kennst du den, das kann doch nicht sein, zwei, drei Spieltage irgendwann, denke ich, hilf mir mal kurz. Ja, so und so, ich so, scheiße, das ist mir jetzt echt peinlich. Aber er hat sich nicht vorgestellt als König, Boris. Nein, das hat er. Gut. Es ist mir jetzt echt peinlich, wobei es mir bei denen, auch zu der Zeit, wo ich sie viel gehört habe, eher um die Musik ging, als um die Jungs selber. Die waren jetzt, Personenkult, waren jetzt nicht so optisch präsent, aber die Musik war sehr, sehr präsent. Ich meine, die einen kann, glaube ich, fast jeder aus der Zeit irgendwie auswendig. Und dann sagten sie, du, pass auf, wir haben jetzt hier ein Dings, unsere neuen, unsere neuen, unsere neuen, unsere neuen, unseres neuen Albums, und kommst so mit zur Release-Party auf der Cap San Diego. Das ist so ein Veranstaltungsschiff in Hamburg und ein bisschen feiern nach dem Spiel und so. Ja, und dann bin ich da hin und wie gesagt, ich habe damals auch die Ärzte gehört und, ja, ich würde dir gerne noch jemanden vorstellen. Ich so, ja, cool. Ja, das ist Bela. Und ich stehe da wie so ein kleiner Junge vor dem Bela und denke mir so, wow, jetzt, jetzt werden mir die Menschen vorgestellt und wollen mit mir Fotos und Fragen halt nach, weil die haben mich dann auch nach einer Autogrammkarte für, keine Ahnung, so ein Neffe, was weiß ich was gefragt. Ich sage so, ey, das sind die, die ich halt angehimmelt habe, wegen, wegen dieser Leute habe ich Stress mit meinen Eltern gehabt. Ärzte halt. Die Eltern damals waren nicht die größten Ärzte-Fans. Und, äh, jetzt lerne ich Bela kennen und ganz entspannt und dann, ah, hier, das ist hier von Fünf Sterne Deluxe und, oh, geil, mein Herz schlägt schneller und, wow, wo bin ich hier, ja? Und das war so diese kindliche Freude noch, dass, dass Menschen, die du früher angehimmelt hast und die für dich die Stars waren, ähm, das fast jetzt andersrum läuft und die was von dir wollen und die jetzt quasi dich supporten und, und dich anfeuern und so. Das war halt, das waren dann so die kleinen Momente, so die kleinen Seitengeschichten, Nebengeschichten, die halt total spannend und total interessant für mich waren, weil's, weil's, das war für mich einfach eine Ehre. Also da steht Bela vor mir und freut sich, sagt, ich freu mich, dich kennenzulernen. ja, das sagt er tausendmal, ist mir schon klar, aber, ähm, er, er ist immer, wenn's geht, bei den Heimspielen und das trifft auch auf, auf Boris zu und, 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 und jetzt auf einmal ist das halt auch so Wechselwirkung, wo ich dann natürlich auch gemerkt habe, sind auch alles nur ganz, ne, normale Typen und die regen sich auch auf, nachdem wir verloren haben und so, aber, ähm, als Jugendlicher siehst du diese Person ja dann doch meistens irgendwie anders und, und, ähm, ja, es war toll, die kennengelernt zu haben und über der, über die Zeit ist es dann auch, ist es dann auch, ist bei mir dann natürlich auch so ein bisschen dieser, ähm, dieser Starkult, dieser Personenkult, so ein bisschen dem, okay, wir sind, wir kennen uns auf privater Ebene, sind jetzt nicht beste Freunde, aber man hat halt Kontakt und wenn man sich sieht, freut man sich und redet und man kennt sich und, ähm, coole Leute, und das hat sich dann so ein bisschen relativiert, aber das Kennenlernen war, war oftmals so, das glaube ich, so kleiner Fanboy steht daneben und freut sich, freut sich, äh, Bela kennenzulernen. Wie sind wir da hingekommen? Vor allem war das nicht, ganz kurz, das muss ich noch kurz fragen, vor allem war das nicht, ähm, das Release, auf dem dann schwule Mädchen drauf war, das sind doch fettes Brot mit so einem richtigen, die sind da wieder so richtig zurückgekommen, ich glaube, also ja, genau, das, das war's, auch noch so eine Auf-die-Fresse-Platte, geil, ja, und, und da habe ich gesagt, irgendwann, Jungs, ganz irgendwann möchte ich mit euch zusammen auf der Bühne stehen und Jein singen. Und das war bei dem Konzert? Das war dann etwas später. Als es schon Smartphone-Kameras gab und so, ich möchte nicht darüber reden, ich möchte nicht darüber reden. Nein, ich habe mir vorhin schon notiert, dass ich mal bei der Antenne Aachen mal nachfrag, ob es da noch war. Ich habe auch gleich den Namen gegoogelt. Und jetzt können wir ja auch mal gucken, ob es da vielleicht, naja. Aber wir kamen eigentlich über das, äh, genau, die Feierei nach dem, die Feierei nach dem Hertha-Spiel, am nächsten Tag das Konzert, dann war eigentlich Winterpause und dann kam die Auslosung, Werder Bremen. Ja, easy, läuft ja. Ja, das war ja, für uns war klar, dass wir das Spiel gewinnen. War ja wieder mit B. War ja kein Gegner, wir waren denn die Bremer damals. Und ich gucke gerade, wer es eins zu eins geguckt hat, irgend so ein Miku, habe ich noch nie gehört. Weiß ich, wer das sein soll. Es war so scheiße kalt. Interessanterweise hattet ihr von all den Mannschaften die zweite Mannschaft in der Regionalliga, ne? Richtig. Das Gegner. So, und dann, äh, kommt halt das Spiel gegen Bremen. Ich sage im Nachhinein, also immer, wenn ich Felix treffe, äh, Entschuldigung, Doktor Felix Brüch, den damaligen Schiedsrichter, sage ich immer mal, Felix, also gut, dass du es angefiffen hast, aus unserer Sicht, das Ding darfst du im Leben nicht anpfeifen. Vom Platz her darfst du das im Leben nicht anpfeifen. Wir haben morgens das Abschlusstraining drauf gemacht, wir hatten ja keine Rasenheizung, muss man dazu sagen, wir hatten keine Rasenheizung, es war unfassbar kalt. Der Platz war nach dem Hertha-Spiel nicht, noch nicht mal gewalzt worden oder so, das heißt, der war, es war einfach ein Geläuf und das Ganze gefroren. Aber einen Monat später? Ja. Okay. Alter, der Platz war echt schlimm, das weiß ich auch noch. Nein, Sankt-Bauli lief, also gerade, Platzfliege. Okay. Ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht, ab und zu mal eine Herde Schafe drüber zu schicken, aber lassen wir das. Ähm, und dann haben wir morgens trainiert und ich sage dir, morgens, das ging gar nicht, also 0,0, das war eine Kraterlandschaft, eine gefrorene Kraterlandschaft, wenn du einen Ball einfach gerollt hast, der ist nach spätestens zwei Metern, ist der nur noch gehüpft und hin und her und dann gab es eine Platzbegehung. Felix Brüch mit seinen Assistenten, vielleicht war auch einer von der DFL dabei und, ähm, Klaus Allofs und Thomas Schaaf dahinter, fünf Meter dahinter. Die wollten, die wollten halt Einfluss üben, dass der das nicht anfallt. Und die gucken sich das an und der schimpft und wenn, wenn, äh, wenn sich einer verletzt und wir nicht Weltmeister werden, machen wir sie dafür verantwortlich, weil das war halt 2-6. Mhm. Äh, sind sie daran schuld und bla, und die haben ihn bepöbelt aufs Allerfeindsund. Ich glaube auch aus Prinzip hat er sich gesagt, ist da was? Hat immer. Wenn er so kommt, dann pfeifen wir an, hat irgendwie ein paar Auflagen dem Verein gegeben und die sind dann wirklich los an die Uni und haben sich da bei irgendeinem Chemiker, was weiß ich, irgendein Zeug geholt. Das haben sie dann auf den Platz gesprüht und irgendeine chemische Reaktion, frag mich nicht, waren die ersten, der erste Zentimeter war weich. Keine Ahnung, das war warm auf einmal. Weiß es nicht, die sind ja nicht mit einem Bunsenbrenner, aber der erste Zentimeter oder die ersten anderthalb waren weich und dann sind sie mit der Walze drüber. Dann hast du zumindest die Unebenheiten und die Krater und so hast du nicht mehr. Es war halt eben, aber das hat halt nicht lange gehalten, weil es war betrakalt. Plus auch noch Schnee, aber die Auflage von Brüch war halt, dass es, weil da konntest du wirklich nicht spielen, du hast null Stabilität gehabt, also hast du dir, ich weiß nicht, wie viele Bänderrisse holt, aber so war es zumindest eben. Es war glatt, es war knallhart, aber es war eben und das war halt die Auflage. Ja, und dann ging es los, was für Schuhe zieht man denn an? Wir wussten natürlich, auf dem Platz haben wir eine deutlich größere Chance, als wenn die jetzt hier anfangen können, Fußball zu spielen. Du hast eben Miku angesprochen, da war ja noch der ein oder andere, wo ich gehört habe, die sollen ganz gut Fußball spielen können. Ich meine, du kannst ja gerne mal kurz die Aufstellung durchgehen. Also geht er schon von hinten los, Reingefahren host, Ovomoyela, Naldo, Christian Schulz, Baumann, Borowski, Frings, Miku im Mittelfeld und vorne drin, Klasnitsch und Klose. Ist jetzt gerade, was nach vorne hin nicht unbedingt so ist. Nicht das Schlechteste. Nicht das Schlechteste gewesen. Und wir wussten natürlich, auf dem Platz, das geht, da geht was. Wir haben es 100% angenommen, also wir hätten auch auf, keine Ahnung, auf Holzkohle gespielt. Uns war das wirklich egal. Und was habe ich gespielt? Ich habe meine Stollenschuhe angezogen, aber habe Lederstollen drunter gezogen. Das gab es früher in den 70ern. Wir hatten aber irgendwie noch welche. Das Problem oder für mich das Glück, und das hätte der Schiedsrichter niemals sehen dürfen, das Leder um die Schraube rum war nach wenigen Minuten auch schon völlig ramponiert und zerstört. Und ich bin mehr auf den Schrauben gelaufen. Du hattest Stahlstollen effektiv. Im Prinzip, ja, aber ziemlich spitze. Also mit Stahlstollen hättest du auch keinen Halt gehabt. Aber dadurch, dass ich eigentlich eine Schraube nur hatte, ja, nochmal, Gott sei Dank, toi, 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 ist da nichts passiert. Ich habe es auch erst nach dem Spiel gemerkt. Dann quasi Spikes. Ja, ich habe es auch erst nach dem Spiel gemerkt. Ja, so sah das bei mir halt aus. Und viele haben dann mit Multinocken gespielt oder mit normalen Aluminiumstollen. Aber wir haben es ein bisschen besser angenommen und am Ende 3-1 gewonnen. Ich fand es jetzt emotional nicht so spektakulär, wie es ein Hertha-Spiel, weil bei Hertha natürlich eine ganz andere Dramaturgie hat das Spektakulär, ein anderer Verlauf. Deswegen ist für mich auch Hertha höher einzuordnen als Berlin. In meiner persönlichen Wahrnehmung. Natürlich sportlich, weiß ich nicht, könnte man das schon auf eine Stufe stellen. Ich meine, Hertha war zu dem Zeitpunkt auch eine gute. Ja, die Überraschung war schon größer. Also ich habe beide Spiele damals gesehen. Also zumindest Werder wurde auch über 90 Minuten gezeigt. Bei Hertha bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das habe ich irgendwie anders verfolgt. Aber bei Werder war es quasi, da wusste man, wenn die da anpfeifen, dann habt ihr eine Chance. Aufgrund des Platzes, ja. Genau, genau. Und dann hat sich Klos in der 42. ist auf die Schulter gefallen, musste rauskommen, rausgehen. Dafür kam dann Badess rein. Und da habt ihr schon geführt. Und deswegen war quasi die Spannungskurve ein bisschen flacher. Hinten raus ging es nochmal kurz hoch. Da hat Borowski, wir sehen, Elfmeter verschossen, glaube ich. Elfmeter verschossen. Ja, genau, Borowski war es. Da hätte es nochmal eng werden können. Aber dann, deswegen, da war halt Hertha mehr so, naja, innerhalb von ein paar Minuten dreht sich das Ding halt zweimal. Es war auch im Stadion, natürlich war die Stimmung gut und es war laut, aber es war nicht, fand ich, nicht so explosiv wie es ging. Aber es liegt halt, es liegt auch am Verlauf, am ganzen Ablauf des Spiels. Vielleicht noch ein kurzes, wenn wir jetzt auch so in das eine oder andere Detail gehen. Die Kartensituation war auch extrem lustig. Okay. Gegen, gegen Burghausen und Bochum waren es so, ich weiß nicht, gegen Burghausen waren es 10.000. Ich meine, ihr habt jetzt die, eure schlauen Dings. Ja, 9.000 irgendwas. Gegen Bochum, was hatten wir, 12? Ja, 13, sagt das Internet. Oder so. Weil da waren halt, die Stimmung war aber sehr gut. Aber es waren halt dann wirklich nur die da, die es wirklich quasi interessiert, die es wollten. Und gegen Berlin waren wir, glaube ich, voll. Und gegen Berlin habe ich noch 42 Karten bekommen. Du? Ja. Freunde und so weiter Karten verteilt. Und dann vor dem Bremen-Spiel. Und das ist das, was ich jetzt erzählen wollte. Weil das ist der Burner. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Aber gut. Begrenzte Kapazität. Millern-Tor damals ausverkauft, glaube ich, 21, 5, 22, irgendwas in dem Bereich. Für uns Spieler, wir hatten gegen Bremen, hatten wir, glaube ich, jeder Spieler 10 Karten. Also natürlich, die kaufen, aber wir hatten Zugriff auf, glaube ich, bis zu 10. Und dann kriege ich einen Anruf. Anruf von jemandem, dem ich 2003, kurz bevor ich mein A3 bekommen habe, mein Golf damals verkauft habe. Das war das Einzige, was wir miteinander zu tun hatten. Der kam irgendwo aus dem, irgendwo aus dem Bereich, irgendwas Richtung, Richtung Dortmund. 2003 das Auto verkauft. 2006 hat er immer noch meine Nummer. Die habe ich auch heute noch. Aber er hatte die Nummer noch. Und ruft mich an und fragt mich wegen Tickets. Erstmal, ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden anrufen, den ich seit drei Jahren nicht gesprochen habe. Entsprechend überrascht hast du wahrscheinlich. Ich war überrascht, ja. Und habe dann, weil natürlich die Anfragen dann spätestens bei Bremen, ich hätte auch 100 Leute versorgen können. Ich habe immer nur gesagt, ich notiere es mir und dann melde ich mich, wenn ich weiß, wie viele Karten ich bekomme. Und zu ihm habe ich dasselbe gesagt. Und dann habe ich gedacht, um wie viele Karten geht es denn? Wenn ich euch jetzt frage, was würdet ihr in seiner Situation dann antworten, wenn ihr überhaupt anrufen würdet? Ja, eine. Drei maximal. So. Und er hat den gesagt, oder? Ja, also er sagt, gut wären halt 19, im Optimalfall 35, weil dann könnte mein Bruder seine Mannschaft auch noch mitbringen. Er wollte mit seinem ganzen Team kommen. Genau. Ah. Und ich gucke, ich denke so, ernsthaft. Ernsthaft? Da hat jemand auf dicke Hose gemacht und gesagt, ich kenne den Ralf Gunnisch. Ich mache da was klar. Ja, aber was denken die Leute, dass wir, auch wenn es um Trikots oder Bälle geht, dass wir so eine Lagerhalle haben, die quasi sich von alleine auffüllt? Die Antwort ist, sie denken nicht. Und auch immer, ja, hier Trikots, ja, bei einem Verein wie im FC Bayern und so, da ist das alles völlig egal, aber wir mussten die Trikots damals selber bezahlen. Wenn ich eins hergegeben habe, wurde das von meinem Gehalt abgezogen. So jetzt, zwar der EK des Trikots, aber trotzdem, so, auch wenn wir getauscht haben, wo ich denke, ey, was denken die Leute, dass wir eine Lagerhalle haben, wo, wo, hier sind die Bälle und da die Trikots, da die T-Shirts und hier die Fahnen und dann haben wir noch ein Regal mit Eintrittskarten. Und ich habe mir auch nur gesagt, ja, ich, ich notiere es mir und dann gucke ich mal ab, was ist mit dem los? Der besoffen? Er hat aber keine 38 Karten bekommen und ich konnte aber meinen engsten Familienfreundeskreis konnte ich mit Karten für Bremen besorgen. Bayern war da natürlich noch mal schwieriger, weil hat er sich aber nicht noch mal gemeldet und dann um 80 Karten gebeten. Nee, nee, das nicht. Ja, und dann haben wir die Bremer geschlagen. Dann habt ihr die Bremer geschlagen, aber wir sind ja irgendwie schon bei den Bayern gelandet. Ich habe es, das ist eins der Zuschauerplakate, was ich mir gemerkt habe, obwohl es jetzt schon elf Jahre her ist. Burkhausen, Bochum, Berlin, Bremen, Bayern, Bokalsieg, Barcelona. Ja. Mega gutes Plakat. Ja. Kam dann aber nicht ganz so, war unwesentlich. Dann ein 0 zu 3 zu Hause. Hargreaves und zweimal Pizarro, aber erst sehr spät. In meiner Erinnerung war es so, dass die Bayern gar nicht so geil waren, dass sie sehr profitiert haben von dem frühen Tor, was auch mehr oder weniger aus dem Nichts gefallen ist und dann hinten raus den Deckel drauf gemacht haben. Wie ist deine Erinnerung an das Spiel? Ich vermute mal noch besser. Also es ging schon in der Besprechung los. Es steht Andreas Bergmann vorne und versucht uns natürlich ein bisschen den Respekt vor den großen Bayern zu nehmen und sagt, Jungs, da sind auch keine Weltmeister. Trainer? Doch. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Das war schon mal ein ganz guter Einstieg in die Besprechung. Was war da alles an Weltmeistern auf dem Platz? Zeig mal kurz. Ja, das müsste man mal gucken, weil das war ja 2006. Das waren ja amtierende Weltmeister dann nur die Brasilianer. Das heißt... Ja, wieso? Lucio 2002? Genau. Sanyol? Frankreich? Ach so. Ja, okay. Ich dachte, amtierende Weltmeister. Ja, stimmt. Ach so, nee, nee. Ja, genau. Ja, Trainer. Aber gut. Ja, Ismael noch. Genau. War halt ein guter Einstieg. Aber nein, wir wussten natürlich, was da auf uns wartet. Ich durfte in dem Spiel leider nicht auf der Innenverteidigerposition ran, weil der Trainer kam zu mir am Vormittag und sagt, Ralf, ich weiß, du möchtest lieber Innenverteidiger spielen. Aber wir hatten damals ein großes Problem auf der linken Seite. Also das war... Wir hatten da nicht wirklich jemanden und dann sagt er, ich brauche jemanden, der Saliamitit stoppen kann. Ja, okay. Ich habe an dich gedacht, du spielst heute links. Na gut, weil das war halt nur so meine Ausweichposition, nicht meine Lieblingsposition. Na ja, toll, jetzt spielt es gegen die Bayern und muss auf die linke Seite ran. Aber gut, gegen Braco zu spielen war auch... Ist auch eine schöne Aufgabe, kann ich euch sagen. Ja, und habe halt auf links gespielt. Und du hast natürlich gemerkt, dass da Fußballer auf dem Platz stehen. Also wirklich Fußballer, ne? Ein bisschen überspitzt formuliert, wir waren die Abteilung, also wir haben das gemacht, was der Ball wollte und auf der anderen Seite waren die, wo der Ball das gemacht hat, was der Spieler will. Das ist halt der Unterschied zwischen uns gewesen. Und das hatte bei uns insgesamt nicht so viel mit gepflegtem Fußball zu tun, sondern das war auch wieder nur Energie und hau ruck und gib ihm und mach ihm. Aber wenn wir mit St. Pauli als Drittligist gegen Bayern spielen, was willst du denn machen? Eben, ja. Also kannst du nicht anfangen zu glauben, dass du die jetzt an die Wand spielen kannst. Und eigentlich war das Spiel nicht schlecht von uns. Und dann kam halt dieses Ding von Hargreaves und das war halt, sage ich, wenn das später fällt, wer weiß, was... Also in einem von 20 Spielen gewinnen wir vielleicht. So, aber wer weiß, was passiert, wenn die halt nicht in der, sag's mir... 15. In der 15. schon 1-0 führen durch einen Distanzschuss von Hargreaves. Ach Achim, an guten Tagen hältst du den auch. Für die Bayern halt beruhigend. Ja, klar. Das war halt... Natürlich haben wir sie auch in der zweiten Halbzeit hinten reingedrängt. Oli Kahn hat auch, ja, das war jetzt natürlich mehr so das klassische Lob des Gegners, aber er sagte, dass er lange nicht mehr so einen Druck gespürt hat, auch von außerhalb, wie hier am Millern-Tor, alles schön und gut, aber das muss man dann auch im Nachhinein auch anerkennend sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass die Bayern nicht so nachlegen können, wenn sie wollen. Da steht halt ein Ballack vor dir auf dem Platz und dann prisst du dich in diesen Zweikampf und hast noch nicht mal das Gefühl, dass der 100 Prozent gibt. Weil, reicht auch mit 80. Also sie waren und natürlich waren sie uns qualitativ haushoch überlegen, aber trotzdem haben wir, finde ich, alles reingeworfen, was unsere beschränkten Mittel zu dem Zeitpunkt hergegeben haben. Ja, und dann kommt, Pizarro kam, glaube ich, rein und dann haben sie in der, hilf mir, 89., 92. oder sogar beides Nachspielzeit. 84. und 89. Oder so. Halt ganz spät den Sack zugemacht mit zwei Kontern. Also wir haben wirklich zweiter Halbzeit waren wir größtenteils in deren Hälfte, in der Hälfte, nicht vorm Tor, in der Hälfte. Und ja, dann kamen halt, nahmen die zwei Konter zum Schluss und Deckel drauf und natürlich haben wir uns geärgert in dem Moment, aber wir sind auch nicht so vermessen gewesen zu sagen, ja, das hätten wir auch gewinnen können. Nein, das gewinnst du in einem von, in der Situation, in einem von 15, in einem von 20 Spielen. Ansonsten nehmen die das einfach auch zu ernst. Da sind sie zu sehr Profi. Also ich glaube, diese Zeit, Festenbergs Kreuth und so damals, ich glaube nicht, dass das den Bayern heute in der heutigen Zeit noch mal passieren dürfte. Ne, deutet sich zumindest nicht an. Das war so das Highlight deines vorerst letzten Jahres bei St. Pauli, denn dann ging es ja zwischendurch mal zu Mainz. Ja, das kam auch völlig überraschend. Es war im Jahr davor war es noch so, dass ich für ein Jahr verlängert hatte, für die Saison 2-5-2-6. Das hatte ich mit Stani dann geregelt, der war zu dem Zeitpunkt Vizepräsident. Und dann kam so ab März, April eigentlich, ja, wir würden gerne verlängern und da kam dann aber mein Berater ins Spiel, der sagte, du pass mal auf, du hast jetzt hier zwei sehr, sehr ordentliche Jahre gespielt, wir gehen den Schritt in die zweite Liga. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, wahrscheinlich die drei Jahre in die drei Saisons in St. Pauli ordentlich Spielzeit gab es ja, jedes Mal so 30 Spiele plus. Genau, ja. Also das heißt, tatsächlich war das dann auch deine Fußfassung. mein Fußfassen, mein Stabilisieren im bezahlten Fußball, ja. Und dann sagte mein Berater halt, du pass auf, es wird jetzt Zeit, dir den nächsten Schritt zu gehen, ich war kurz vorm 23. Geburtstag und eigentlich war die zweite Liga das Ziel. Eugen Hach war damals Trainer in Oberhausen, das war, weil er und mein Berater kannten sich halt schon seit sehr langer Zeit, das war eine mögliche Option und dann meldete sich Energie Cottbus, die damals im Aufstiegsrennen ganz weit vorne waren, sind am Ende als zweiter oder dritter aufgestiegen, damals gab es ja noch keine Relegationen und ich war sogar dann in Cottbus, die hatten mich eingeladen, ich soll mir das Ganze mal vor Ort anschauen und haben erste Gespräche geführt und waren eigentlich relativ weit fortgeschritten und es war damals und Was heißt denn immer dieses relativ weit fortgeschritten? Dass du schon ziemlich konkret über Zahlen und Laufzeiten sprichst, also dass nicht mehr Grundsätzliches abgesprochen wird, sondern dass, dann geht es wirklich um, verdienst du jetzt Summe X oder Summe Y, sprechen wir über zwei oder drei Jahre und sonstige Klauseln wie festgeschriebene Ablöse. Um da auch vielleicht gleich mal ein bisschen so den Schwenk in die allgemeine Thema Profikarriere, ist es denn da so, also Gespräche nehmen wir an, da fängt der Berater an, da ist eine Möglichkeit, spricht der Berater mit dem Verein, an welcher Stelle kommt da in der Regel der Spieler? Sehr früh eigentlich, sehr früh, dass er sagt, pass auf, ich habe mich mit Oberhausen und mit Cottbus unterhalten und das und das ist das Stadion, was denkst du denn, wo hast du ein gutes Gefühl? Klar, das ist dann aber allerdings erst später mir bewusst geworden, natürlich wäre Cottbus auf vielen anderen Ebenen vielleicht nicht unbedingt das, was sich ein St. Pauli-Fan für seine Spieler wünscht, da gibt es ja auch die eine oder andere, oder gab es aktuell immer noch, auch wenn der Verein da sehr intensiv dran arbeitet, Problematik im Fanbereich, habe ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht so wahrgenommen und ich glaube auch, dass diese ganzen Thematiken 2, 5, 2, 6 noch nicht so präsent waren, wie sie es heute sind und falls mich jetzt ein Hörer korrigieren möchte oder ein Hörer tut das gerne, aber ich glaube, das ist dann auch viel eigene Lebensblase, dass man sich vielleicht damit schon sehr, sehr intensiv beschäftigt hat, das mag sein, aber ich glaube, in der großen Wahrnehmung war das noch gar nicht so sehr Thema und für mich war es einfach nur eine Möglichkeit in die Bundesliga zu wechseln, noch zweite Liga, aber es war immer die Option in die erste Liga, weil Cottbus wirklich oben mitschwimmt und es war Ende April, das heißt, es war wirklich so kurz vor der Entscheidung und dann sind sie tatsächlich aufgestiegen und dann war es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis ich, weil ich saß halt zu Hause und war mir klar, die wollen dich haben, also der Wechsel, wenn ich zusage, funktioniert, war, ähm, vertragbar sein, Holly lief aus, der Wechsel funktioniert und die Daumen gedrückt, oh, du kannst in die erste Liga wechseln und eigentlich 48 Stunden vor dem Fix machen rief mein Berater an und sagte, ich habe heute einen Anruf von Christian Heidel bekommen, 105. Ich sage, oh, sehr interessant. Ja, ähm, die sind sehr interessiert an einer Verpflichtung, aber Jürgen Klopp würde dich gerne vorher noch kennenlernen. Okay, gut. Äh, wie? Ja, äh, die melden sich bei dir und dann klärt ihr das. Und dann rief mich, ich weiß gar nicht, ob Heidel mich anrief oder der, ähm, der, ähm, Teammanager. Axel Schulz. Ich glaube, Axel rief mich an. Axel rief mich an und sagte, du pass auf, Kloppo ist, äh, irgendwie die Tage in Hamburg, weil er fürs ZDF was drehen muss. Er war damals der WM-Experte. WM-Experte. Ähm, musste irgendwie so ein paar Vorbeiträge, Trailer und so ein Kram drehen. Und, äh, triff dich mit ihm bitte am Flughafen. Und dann schrieb Kloppo mir eine SMS, äh, dann und dann, treffen wir uns am Flughafen. So, okay, gut. So, und dann bin ich zum Flughafen gefahren und hab mich da in dem, in dem, in dem Restaurant, ja, vorm Sicherheitsbereich, ist, ist oben ein Restaurant mit, mit Klop getroffen. Und haben uns da eine halbe Stunde hingesetzt und, ähm, einfach unterhalten. So, ganz, ganz normal, ganz trivial, nichts, nichts Spezielles. Er wollte einfach einen persönlichen Eindruck. Sie hatten mich, ähm, das hab ich dann also so im Nachhinein erfahren. Er hat mich über mehrere Monate, ähm, intensiv beobachtet. Da war Piet Kravitz, der jetzt auch in Liverpool seinen, einer seiner Co-Trainer ist, war zu dem Zeitpunkt Chefscout bei Mainz 05. Hatte mich, ähm, häufiger, oder häufig, oft beobachtet. Und ich passte quasi in deren, in deren Profil, weil sie halt einen jungen Innenverteidiger gesucht haben, als Backup für Noweski und Friedrich. Mhm. War halt komplett nervös, weil du triffst jetzt auf Jürgen Klopp. So, und dann, ähm, hallo Herr Klopp und, ja, ja, sag Kloppo zu mir. Und ich bin aber das ganze Gespräch über beim Sie geblieben und hab einfach nur so ganz, wirklich ein ganz cooles, entspanntes Gespräch geführt und bin nach Hause gefahren und eigentlich vom Heimweg, vom Flughafen, vom Flughafen nach Hause, das waren so, damals war die A7 noch frei, in der Haltung so 20, 25 Minuten bis nach Blankenese raus, rief mein Berater an, ja, das geht klar. So, wie jetzt? Ja, Klopp hat halt direkt danach Heidel angerufen, hat gesagt, mach mal. Passt, machen wir. Und der hat halt meinen Berater angerufen und hat auch gesagt, machen wir. Und dann hatten sie halt, das läuft dann so, dann kriegst du, dann sprechen sie halt über die Zahl, dann kriegst du so ein Vertragsangebot zugeschickt und dann, ähm, gibt mein Berater mir die Zahlen durch und dann bin ich erstmal ruhig. Weil halt von der dritten Liga in die erste Liga, das spürst du dann, es ist als absolute Zahl, war es jetzt nichts, äh, übertrieben, übermäßig, jetzt reich, aber in Relation zur dritten Liga war das jetzt so, boah. Und da hat sich wahrscheinlich in den drei Jahren, äh, auf St. Pauli auch nicht so viel entwickelt, oder? Ganz wenig, ganz wenig, ganz wenig. Beim zweiten Vertrag dann, der für die Saison 2, 5, 2, 6, minimal, aber jetzt auch nicht übertrieben viel, das wurde dann erst tatsächlich in der ersten Liga interessant und, äh, ich dann so, fang jetzt aber nicht an zu verhandeln, oder? Sagt er, wieso? Ich sag, reicht, mehr will ich gar nicht, passt schon so, bist du dir sicher? So, ja, also ich war mir wirklich dann, wenn ich die Wahl hatte zwischen Mainz und Cottbus, ich war mir bewusst, ich möchte nach Mainz und, äh, ja, dann war es die Aufgabe meines Beraters halt in Cottbus anzurufen und eigentlich den schon fast fixen Transfer, weil wir waren uns auch über die Zahlen einig, wobei du als Drittligaspieler nicht anfängst zu verhandeln, also wenn der Erstligaklub kommt, dann, äh, fängst du nicht an zu verhandeln, ähm, insofern ging das relativ zügig, aber wir waren uns einig, hatten halt wirklich nur um Bedenkzeit gebeten und in dieser, in dieser Bedenkzeit ist Kloppo halt reingegrätscht und hat das dann quasi für sich entschieden, ja, und dann, äh, Ralf wechselt nach Mainz, ja, und dann, äh, puh, das Abenteuer Erste Liga begann. Aber was habt ihr denn in dieser halben Stunde, ging es da auch um Sportliches? Ja, es ging auch um Sportliches, weil er dann auch, weil er dann auch, ähm, ich werde mich, der eine Satz, ja, ich habe ihm den gut vorgelegt, er hat ihn verwandelt, muss ich sagen, habe ich ihm halt genau das erzählt, sagt er, wie war das denn beim Bayern-Spiel, warum hast du denn links gespielt? Also die wussten wirklich, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich erstaunt, dass sich so jemand mit mir beschäftigt, also das erwartest du halt in der Form nicht und der wusste halt wahnsinnig viel, ja, in dem Spiel war es dann so und in dem Spiel hast du ja das und ich so, wow, hast du mir zugeguckt oder, also nicht gesagt, aber so gedacht so, das erste Mal, ey, du wirst ja wirklich wahrgenommen, das kannte ich halt in der Form nicht. Ja, jetzt heute weiß ich natürlich, wie das mit dem Scouting und so läuft, aber da war ich zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr naiv und unbedarft und dann habe ich ihm nur gesagt, habe ich ihm genau das gesagt, was Andi Bergmann zu mir sagte, ja, ich suche einen, ähm, der Saliamitsche stoppen kann und dann sagt, klopp zu mir, warum haben sie dich genommen? Ja, er ist halt auch nicht auf den Mund gefallen, er ist halt, äh, ist da auch sehr, sehr schlagfertig und, ähm, ja, also, wirklich sportliche Fragen und auch, ähm, hat dann auch von Anfang an aber auch klar kommuniziert, pass auf, ich habe Noweski und Friedrich, beides Nationalspieler zu den Zeitungen, Manu war ja auch deutscher Nationalspieler, Noweski drei Jahre hintereinander, mazedonischer Fußballer des Jahres und, 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 also, schon gestandene Fußballprofis, aber, äh, die hatten Thomas Bordock vorher, ähm, der ist dann, ähm, ich glaube, der hat dann sogar aufgehört und, ja, wir suchen einen Jungen, den wir quasi aufbauen können dahinter. Ich habe gesagt, warum mache ich? Du kannst ja nicht dann in die erste Liga wechseln und so, ich bin jetzt hier, jetzt bin ich der neue Innenverteidiger und, äh, mir gehört die Bundesliga und das war eine Rolle, die ich halt, ähm, angenommen habe und es dauerte auch gar nicht lange, bis ich dann wirklich, ähm, 23? Ja, kurz vorm 23. Also, ich bin quasi immer zum Saisonstart ein Jahr älter geworden, 2. September, irgendwann im August war ja dann, war er Saisonstart, kurz vorm 23. in die Erstliga gewechselt und muss sagen, es ging schon in der Vorbereitung los, dass ich das Gefühl hatte, das schaffst du nie. Warum? Wegen dem Niveau. Ja, das Niveau war einfach, es ging alles doppelt so schnell und doppelt so intensiv und die technischen Ansprüche waren höher und, und, und. Und ich habe wirklich am Anfang richtig, richtig kämpfen müssen, um, ähm, um das mitzugehen, weil es halt eine komplett neue Erfahrung war. Das war halt wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, eine andere Liga. Vom Sprung her nochmal so wie, äh, in Aachen bei der ersten Vorbereitung mit den Profis oder nochmal ein größerer Sprung? Ja, ja, aber halt auf anderer Ebene. Technisch, taktisch und vom Tempo her gar nicht mal so sehr die körperliche Robustheit, also intensive Zweikämpfe gab es in der Regionalliga mehr als alles andere, also mehr als Fußball, aber das Tempo war halt ein ganz anderes und ich, ich erinnere mich an viele Situationen, wo ich zum Beispiel als Innenverteidiger stehe und in einem Trainingsspiel hauen sie drei Bälle über mich drüber und, äh, Michael Turk steht da und schiebt den Ball ein und irgendwann, dann hat Kloppo mich zur Seite genommen und also das muss ich sagen, er war nicht nur einer, der gefordert hat, sondern auch gefördert und sagt, Herr Ralf, du musst auf dem Niveau, musst du die Bälle besser antizipieren. Ich nenne jetzt einfach nur mal ein konkretes Beispiel, er sagt, du siehst doch, wenn der Innenverteidiger oder wenn der Sechser oder so schon andeutet, den langen Ball zu spielen, dann musst du dich schon entsprechend positionieren. Das hat er mir zweimal gesagt und dann habe ich das umgesetzt und dann sind die Bälle halt nicht mehr so leicht über mich drüber geflogen, sondern dann habe ich das Spiel besser gelesen, weißt du, das ging halt, das ging halt einfach schneller. In der Regionalliga hast du dann oftmals noch Zeit gehabt, da zu reagieren. So, wenn Manu Friedrich einen perfekt getimten, langen Ball auf Turk spielt und der dann seinen Fuß hinhält, dann hast du keine Zeit zu reagieren. Entweder du hast es in dem Moment auf dem Schirm oder der Ball ist drin. So, und wenn du die Muvache hinter dir hast und der zwei Dinger kassiert und dich einmal durchschüttelt, dann weißt du, dass du das nächste Mal vielleicht anders reagieren solltest. Und da habe ich sowohl von Klopp wie auch von Manu wie auch von Nicole Marco Rose auf links wirklich viel gelernt, weil ich da auch ihre Unterstützung hatte. Das muss man sagen. Also der Teamgeist, der Spirit innerhalb der Mannschaft, die Stimmung war richtig gut. Und dann kam tatsächlich das erste Bundesligaspiel, weil sich Manuel Friedrich bei einer Länderspielreise verletzte. und dann hieß es in Verteidigung Noweski-Gunisch auch da wieder in Cottbus. Es gibt halt schöne Geschichten in diesem Sport und habe in Cottbus mein erstes Bundesligaspiel gespielt. Ich war so nervös. 0-2 verloren, aber ich war am Anfang oder beim Warmmachen. Ich war so unglaublich nervös. Das könnt ihr euch gar nicht, das war noch nie vorher so extrem der Fall. Als das Spiel dann losging, ging es, war es okay. Aber in der Vorbereitung zum Spiel, das war unglaublich. Und dann auch wieder so eine Sache. Dann ist das Spiel und dann kommt Kloppo am nächsten Tag zu mir und sagt, das war ja dein erstes Bundesligaspiel, ne? Ich so, ja, wieso? Irgendwie vom Gefühl her hast du doch schon 50. Also ich weiß nicht, er sagte einfach, wie du dich dann so auf dem Platz präsentierst und wie du dich gibst. Überhaupt nicht wild und hektisch, und hektisch, sondern eher so jemand so nach dem Motto, ja, der hat schon ein bisschen was erlebt und kann das schon so alles einordnen. Aber es war halt, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie knapp, also etwas über 100 Spiele, wenn ich jetzt auch die Oberliga bei Alemanni Aachen zusammenrechne, im Herrenfußball. Es dürfte irgendwie so 140 oder sowas gewesen sein mit der Regionalliga dazu. Also schon viele Spiele, viele Spiele im Herrenbereich unterwegs gewesen. Aber halt in der Bundesliga. Auch genau dasselbe sagte Otto Addo, der damals in Mainz spielte. Der kam ein bisschen später, weil er mit Ghana noch bei der WM war. Und irgendwann nach zwei Wochen fragte er mich, sag mal, Ralle, wie alt bist du eigentlich? Ich sag, ja, ich bin 22. Er so, wie jetzt? Ich sag, ja, 22, wieso? Ja, du gibst dich hier wie so ein 7-, 28-Jähriger, der schon, weißt du, ich sag, das sind doch schöne Komplimente. Ja, es war halt nicht so, nicht so, nicht wild und ich mach jetzt einfach, sondern immer versucht so ein bisschen bedacht an die Sache heranzugehen. Er sagte, hey, ich hab das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ja dein erstes Bundesligaspiel war. Ich sag, doch, Klopp, das war mein erstes Bundesligaspiel. Ja, aber das nur als kleine Randnotiz. Wie war es denn so unter Jürgen Klopp? Ich meine, jetzt natürlich wissen wir alle, was aus ihm wurde. Ja, ein wahnsinnig authentischer Typ. Also ist genauso, wie ihr ihn wahrscheinlich jetzt beschreiben würdet, wie ihr ihn wahrnehmt über die Presse und über das, was ihr seht im Stadion und im Fernsehen. Genauso ist er wirklich auch in der tagtäglichen Trainingsarbeit unheimlich versessen, sehr, sehr motivierend, aber er wird fuchsteufelswild, wenn du es halt nicht so machst, wie er es vorgibt. Also er gibt dir einen Plan mit und verlangt, dass du diesen Plan halt auch zu 100% umsetzt, weil ansonsten wird er fuchsig. Was ich von ihm aber auch neben den ganzen fußballerischen Komponenten gelernt habe, er ist, die Einstellung finde ich sehr, sehr gut, weil er auch nach Niederlagen natürlich sehr beärgert ist und auch keine gute Laune hat in dem Moment, aber in der Besprechung, ich habe auch Trainer gehabt, die unausstehlich werden, wenn sie verloren haben. Er jemand ist, der sagt, pass auf, wir haben ein Spiel verloren, wir analysieren das jetzt und nehmen das mit, was uns das Spiel mitgibt, aber wir lassen uns nicht schon fürs nächste Spiel dadurch negativ beeinflussen, weil sonst bestrafen wir uns doppelt. Wir sind bestraft durch die Niederlage und wenn wir uns jetzt auch noch zu lange damit beschäftigen, uns davon runterziehen lassen, bestraft ist uns doppelt, weil wir dann auch mit einem schlechten Gefühl ins nächste Spiel reingehen und das machen wir nicht. Und das war eine Sache, die ich halt von ihm gelernt habe, da Schlüsse draus zu ziehen aus Niederlagen, die richtigen Schlüsse, aber sich nicht doppelt davon bestrafen zu lassen, weil die Niederlage an sich ist schon schlimm genug, dann brauchst du nicht das auch noch ins nächste Spiel mitnehmen. Er war sehr schnell jemand, der den Turn ins Positive bekommen hat, der dich direkt wieder positiv aufs nächste Spiel vorbereitet hat, einfach um auch da wieder mit Spaß an die Sache heranzugehen. Wie hat sich die Trainingsarbeit unterschieden, jetzt so bei all deinen Stationen bisher und dann landest du bei Klopp, war das auch mit der ersten Liga insgesamt was anderes als noch vorher in der Regionalliga oder hing das immer eher mit der Trainerpersönlichkeit zusammen, die du hattest? Insgesamt die Trainingsbedingungen sind natürlich deutlich professioneller dann geworden. Ich hätte jetzt fast gesagt, meinen ersten Athletiktrainer hatte ich also in Mainz, das stimmt nicht ganz, bei St. Pauli hatten wir in den letzten Monaten auch mit Pedro González halt einen Trainer, der rein für die Athletik verantwortlich war. Da habe ich auch das erste Mal an einer Koordinationsleiter trainiert, 2006, Anfang 2006, aber so wirklich konzeptionell, dass es für verschiedenste Bereiche verschiedene Trainer gibt, das war dann erst in Mainz der Fall. Wir hatten bei St. Pauli einen Physiotherapeuten, irgendwann mal ab und zu einen zweiten in Mainz fest drei plus Arzt, der zweimal die Woche vor Ort war. Wir hatten einen großen Physioraum, hinten der Whirlpool, also nicht Whirlpool, ja schon Whirlpool, aber als Entmüdungsbecken und und und. Ja, das kannte ich bis dahin alles gar nicht. Es war alles neu, aber angenehm. Ja gut, klar. Es war halt, das war dann so mein, vorher das Stabilisieren, das Fußfassen im Profifußball und das war so, dass ich das erste Mal den Eindruck gewonnen habe, wie das denn laufen kann. Und jetzt war das bei Mainz zu dem Zeitpunkt noch nicht das Beste, was es in der Bundesliga gibt, aber es war, es war durchaus ordentlich. Das ist ja die bittere Ironie, dass ihr hinter Cottbus gelandet seid. Ja, das, ja, ja gut, okay, das, das war dann natürlich, ja, der Abstieg war nicht schön oder die ganze Saison, das Ergebnis der Saison war nicht so schön. Die Hinrunde lief für mich persönlich ehrlich gesagt besser. Ich hatte es angesprochen, Manuel hatte sich dann verletzt. Vielleicht noch eine Lust, eine kleine Geschichte. Ich durfte in der Vorbereitung dann gegen den FC Liverpool ran. Wir hatten unser letztes Vorbereitungsspiel vor Bundesliga-Start, war das letzte Testspiel halt, da sucht man sich ja dann immer noch einen starken Gegner und die Liverpooler kamen gerade aus dem Trainingslager zurück. Wir haben einen Zwischenhalt dann in Mainz gemacht und sind dann weitergeflogen und wir haben gegen Liverpool gespielt freitagsabends und Noweski hat sich nach 15 Minuten oder so das Nasenbein gebrochen und dann durfte ich aufs Feld und ihr könnt euch vorstellen, wie nervös ich war, weil Liverpool war halt auch mit allem angereist. Also wirklich Peter Crouch, Gerard, Alonso, Carragher und 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 die haben alle gespielt und Peter Crouch war halt mein Gegenspieler und ich habe halt in diesen 75 oder 70 Minuten, die ich gespielt habe, habe ich halt kein einziges beschissenes Kopfball-Duell gewonnen. Weil der Typ ist nicht nur groß, der kann auch springen oder konnte zu dem Zeitpunkt auch noch springen, bis die Mowache irgendwann zu mir kam bei so einer Unterbrechung und gesagt, Ralf, nicht hochgehen, lass den Ball zwei Meter dahinter und wenn er dann irgendwas macht, dann kannst du draufgehen, aber du gewinnst sowieso kein Kopfball-Duell. Aber man steht halt da und denkt sich, oh komm, dich schaffe ich auch noch. So und in dem Spiel, es gibt zwei Momente in meinem Leben, den zweiten erzähle ich später, es gibt zwei Momente in meinem Fußballerischen Leben, wo ich gemerkt habe, also es gab mehrere Momente, aber das sind so zwei ganz einprägsame, warum es gewisse Fußballer weiterschaffen als andere. Gerard hat auch in diesem Spiel, ist jeden Zweikampf angegangen, als wäre es der Letzte seines Lebens. Das hat geknallt an allen Ecken und Enden. Der ist jeden Zweikampf, jeden einzelnen, völlig egal wo auf dem Platz, mit 100%iger Intensität ist er den angegangen. Also es war wirklich so auffällig, dass es beeindruckend war und das kriegst du auf dem Feld nochmal ganz anders mit, als im Stadion oder auf, oder vorm Fernseher. Es war brutal, wie intensiv der selbst so ein Spiel angeht. Eigentlich hätte er, mein Gott, die waren alle müde, wir haben am Ende 5-0 gewonnen, die waren kaputt, die hatten ein hartes Trainingslager hinter sich. Das Ergebnis darfst du ja nicht als Maßstab nehmen. Eigentlich hätte er auch sagen können, lass mich hier die Halbzeit zu Ende spielen und dann lass mich auswechseln. Er hätte ja sowieso gespielt, also ich glaube an der Position von Gerard hätte es nichts geändert. Aber der hat die 60 Minuten oder wie lange er gespielt hat, hat er zu 100% durchgezogen, dass du als Gegenspieler einfach sagst, Respekt. So läuft das also. Das Zweite, da kommen wir dann im Jahr 2010 drauf. Ja, und dann das erste Bundesligaspiel, dann kam das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Die Bremer vorher freitagsabends, du lachst schon, weil du das Ergebnis ja wahrscheinlich siehst. zwei Wochen vorher gegen den VfL Bochum 7-2 gewonnen. Das erste Jahr von Diego gewesen. Kannst du bitte nochmal die Aufstellung raussuchen? Und dann geht das Spiel los und dann geht es stets nach, hilf mir kurz. Ich werde das Endergebnis noch nicht spoilern. Nach 21 Minuten. Nach 21 Minuten steht es 0-3. So können wir mal die Aufstellung kurz durchgehen. Fritz, Mertesacker, Aldo, Vomé, Baumann, Frings, Diego, Vranjes, Hand, Klose. Ist jetzt nicht so das Allerschlechteste. Gerade Mittelfeld, obwohl mit Per und Naldo hast du schon mal ganz gute Innenverteidiger. Vomé links, Fritz rechts, Baumann, Frings, Mittelfeld, Diego davor mit Vranjes, Hand und Klose. Ja. Und wenn ich gesagt habe, das schaffe ich nie in der Vorbereitung habe ich mich gegen Bremen. Ich glaube, das, das, so fühlt man sich, wenn man einfach nur überfordert ist. Ich habe Rechtsverteidiger gespielt. Ich war, habe ich Innenverteidiger. Warte mal, zeigen wir mal kurz, auf unserer Seite. Nee, Rechtsverteidiger. Manu und die Kolscher haben gespielt. Völlig, völlig überfordert mit der Situation. Ich erinnere mich an Situationen im Mittelfeld, wo ich auf Diego draufgehe und ich einfach nicht weiß, wo der Ball ist, weil es zu schnell geht. Die haben die Kugel da laufen lassen. Das war halt ein gutes Jahr von Werder. Wie schon gesagt, zwei Wochen vorher in Bochum, 7-2 gewonnen. Die haben den Ball laufen lassen, dass du, dass du gar nicht wusstest, wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn der Ball? So, und die Ironie an der ganzen Geschichte ist, dass Klopp nach dem Spiel zu mir kommt und sagt, du warst heute bei uns der beste Mann auf dem Platz. So, das hat nach hinten halbwegs vernünftig funktioniert und habe nach vorne viele Aktionen zumindest angeschoben. Also es war jetzt, die Leistung mal isoliert vom Ergebnis war wirklich nicht schlecht, nur bringt dir das halt nicht so viel, wenn du sechs Stück kassierst. Da war nach dem 3-0, macht Mimun Azua, glaube ich, das 3-1 mit einem Freistoß. Oder stand schon 74. Genau, der 74. Und dann hat es aber leider gleich wieder nachgelegt. Chris, im Gegenzug, Chris, im Gegenzug Chris, 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 gleich nochmal noch ein Viertes und Fünftes und Sechstes. Das war ein spannendes, ein spannendes Heimspiel. Aber eben keine ganz so erfolgreiche Saison. Insgesamt nein. Es war natürlich mit dem Abstieg dann nicht gut, gar nicht gut. Für mich persönlich lief es in der Hinrunde auch deutlich besser als in der Rückrunde. Da habe ich kaum noch gespielt, war zum Teil gar nicht im Kader die ersten Wochen, hatte mich in der Wintervorbereitung auch noch verletzt. Lief nicht so optimal und dann kam nochmal so ein kleines persönliches Highlight mit dem Spiel gegen den HSV. Dass wir 2-2 gespielt haben. Für mich persönlich ein ganz besonderes Spiel, einfach, ja, muss ich euch nicht... In Hamburg. Wie lange dauert das denn, bis man diese Rivalität zum HSV antizipiert als St. Pauli-Spieler? Also bei dir wissen wir ja alle, alle, die den Rasen oder andere Formate hören, die wissen das schon, dass sich da so... Oder müssen einfach nur bei Twitter folgen, ich glaube, das kommt unmissverständlich raus. Gutes. Aber du hast ja eigentlich mit der Rivalität nichts zu tun gehabt. Nein, aber ich habe das bei St. Pauli relativ schnell angenommen. Durch die Fan-Nähe auch? Durch die Fan-Nähe, dadurch, dass ich halt auch selber weiß, wie es als Fan ist. Plus, dann gibt es da noch ein Erlebnis und da gehen wir nochmal kurz zwei Jahre zurück. Da haben wir mit St. Pauli beim HSV gespielt in der Arena gegen die zweite Mannschaft und dann hing ein riesengroßes Plakat über den Nord oder Ost, ich weiß nicht, welches in dem Stadion da die Heimdings ist, die Heimkurve und ein ganz großes Plakat, das war ein Samstag Nachmittag und tut uns leid, sind gerade Bundesliga gucken. Ist halt nicht schlecht, weil das gibt natürlich dem Stadtrivalen voll eine mit, aber relativ kreativ. Ja. Also ich finde es jetzt gar nicht so. Ja, aber war für uns, ich will nicht sagen demütigend, aber es war schon, es hat uns getroffen. Ein Stachel. Ja, und da haben wir uns halt auch gesagt, wenn wir hier irgendwann mal in diesem Laden spielen und der ist voll, dann werden wir gewinnen. Das war damals schon, uns hat das gepusht. In dem Moment natürlich extrem bitter, aber uns hat es gepusht. Und da haben wir auch vor dem Derby genau darüber gesprochen mit den Jungs, die damals dabei waren. So, und deswegen, ich hatte das relativ schnell angenommen und deswegen für mich ein besonderes Spiel. Die Hamburger zu der Zeit eigentlich mit einem ganz ordentlichen Kader hatte gut zu tun mit Van der... Kader war nie das Problem bei mir. Hatte relativ gut zu tun mit Van der Vaart und Co. Hab in der Innenverteidigung gespielt und muss sagen, ich war gut. Das kann ich, das muss ich so sagen, ich hab mich wirklich richtig, richtig gut gefühlt und das war auch Aussage Jürgen Klopp, mein bestes Spiel. Er hat gesagt, damit hast du da auch nochmal nochmal ein Zeichen gesetzt, weil die Wochen davor lief es halt nicht so, aber da anscheinend überzeugt und die Woche drauf war ich aber trotzdem nicht im Kader. Hat er das auch begründet? Nein, nein, da überhaupt nicht. Insgesamt waren es neun Spiele in der Saison. Neun Spiele, wahrscheinlich 25 Mal oder so im Kader. Neun Spiele. Und warum ging es dann nicht bei Mainz weiter, denn du warst ja auch als Aufbauspieler geplant, also es hatte jetzt ja niemand von dir erwartet, dass du 20 Spiele möchtest. Richtig. Es war aber auch so, dass sie im Winter Neven Subotic geholt haben. Ja, richtig. 18-Jährig. Stimmt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon 18 war. Stand zumindest. Achso, okay, dann gerade 18, kam aus der USA, hatte vorher irgendwie nur auf dem College ein bisschen Fußball gespielt, hatte damals schon physisch unglaubliche Voraussetzungen, also der war auf wirklich physisch top vorbereitet für Profifußball. Es fehlte natürlich ein bisschen die Erfahrung, aber das war dann, wenn wir jetzt schon einen Schritt weiter gehen, war wahrscheinlich auch ein Grund, warum man mich hat gehen lassen, weil sie Neven hatten, plus St. Pauli war parallel aufgestiegen und Stani hat mich, der dann in der Zwischenzeit Trainer war, also so oft wie in den Tagen habe ich mit ihm noch nie telefoniert und gesprochen, der also täglich dreimal ist noch untertrieben. Der wollte mich halt um jeden Preis wiederhaben und ich hatte das Gespräch mit dem Verein gesucht beziehungsweise mit Kloppo, war aber nicht so wirklich zustande gekommen. Das Gespräch schon? Das Gespräch schon, ja. Und das war für mich dann so, kann sein, dass ich es vielleicht damals verzerrt wahrgenommen habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, dass so weit gehe ich nicht. aber irgendwie hatte ich das Gefühl, man will mich nicht zwingend halten. Also so nach dem Motto, es ist okay, dass er da ist, aber wenn der jetzt geht, dann ist das auch okay. Und auf der anderen Seite halt bei Stani und bei St. Pauli genau das Gefühl, wir wollen dich unbedingt und du musst zurück und wir brauchen dich und und und. Sodass wir halt diesen Wechsel angestrebt haben und ich bin Christian Heidel heute auch noch froh und dankbar. dass sie mir da keine großen Steine in den Weg gelegt haben, sondern wir das ganz, ganz sauber und korrekt über die Bühne gebracht haben. Auflösungsvereinbarung, da gab es auch keinen Streit mit irgendeiner, weiß ich nicht, dadurch, dass ja noch ein Zwei-Jahres-Vertrag aufgelöst wird, könnte man ja noch über Abfindungen und so weiter nachdenken. Jetzt werden wahrscheinlich einige schimpfen, ja, aber du wolltest doch wechseln, aber glaub mir, in dem Geschäft gibt es durchaus auch sowas. Aber das war auch nicht unser Bestreben, es ging wirklich darum, diesen Transfer sauber über die Bühne zu bringen und das haben wir mit beiden Parteien ganz ordentlich hinbekommen. Ich bin generell froh, dass all meine Wechsel, es waren Gott sei Dank nicht so viele, aber die Wechsel alle ganz korrekt und sauber immer über die Bühne ging. Ich bin da keiner, der Theater will und habe auch Verhandlungen nie öffentlich geführt. Und dann war halt der Wechsel, weil sie hatten dann auf der Position sowieso schon wen hatten sie noch verpflichtet? Hilf mir kurz. Muss ich selber Roman Neustädter? Nee, Roman kam aus der U21 hoch. Also das ist der Kader? Das ist der Kader, nee, das ist ja drauf, wie heißt er denn? Der dann später bei Hochland, genau, Tim Hochland. Tim Hochland hatten sie noch geholt. insofern waren sie dann in der Defensive entsprechend besetzt und ja, dann war für mich auch nicht klar, aber das war für mich ein weiteres Zeichen, okay gut, dann streben wir diesen Wechsel an und der hat dann funktioniert. Trotzdem habe ich sehr, sehr viel in diesem Jahr gelernt und mitgenommen, weil es einfach die Erfahrung, Erste Liga, ja, die nimmt die alt keiner. So und dann wieder St. Pauli, den Aufstieg dann ja leider nicht miterlebt, aber jetzt folgt so die längste Zeit für insgesamt dann jetzt 108 Spiele und auch Tore geschossen, unter anderem das im Intro gehörte. Tore habe ich auch in der Regionalliga geschossen, Max, die habe ich auch gegen Arminia Bielefeld und gegen, damals hießen sie KFC Oeding, war ja dann, oder heißen sie ja dann auch heute noch. Kriegst du noch alle Gegner bei deinen sechs Toren zusammen? Boah, welche sechs, ich habe, hilf mir kurz. Die sechs Tore, die mir hier angezeigt werden. Also ich war genau, bei St. Pauli, ja genau, jeweils drei in den beiden Zeiten bei St. Pauli. Jeweils drei? Ansonsten mit Eigentoren oder was? Also in der ersten Zeit war es Oedingen, Bielefeld und Braunschweig, das waren die ersten drei Tore, nicht chronologische Reihenfolge, aber das waren die ersten drei Tore. Braunschweig übrigens damals von Heuzer verpfiffen, allein darüber könnte ich jetzt noch was, aber das lassen wir dann mal, der hat uns in zwei Spielen damals beschissen, also die drei und dann habe ich in der zweiten Zeit, habe ich dann auch drei Tore, ich habe gegen Hoffenheim getroffen, das haben wir ja im Intro, ich habe ein Eigentor beim FSV Frankfurt, ich habe ein Eigentor bei Borussia Dortmund, ich habe 80.000 Menschen glücklich gemacht, ich war jetzt nicht so glücklich, aber die waren glücklich, aber selber war der Fan in dir, selber getroffen in meiner zweiten Zeit bei St. Ja, wahrscheinlich haben die wirklich die Eigentore noch, ich habe hier noch, achso ne, Uerdingen hattest du schon genannt, ja, dann haben die wohl die Eigentore dazu gezählt, ein bisschen zynisch, liebe es, muss bei Daten.de. habe Mainz zweite Mannschaft ein wunderschönes Tor, Max, wirklich ein wunderschönes Tor, schade, dass es davon keine Aufnahme gibt. Und ich dir jetzt einfach glauben muss, wie schön warst du? Es war wirklich schön, ich habe den Ball am eigenen 16er gewonnen und bin durchgelaufen und habe ihn reingeschossen. Am eigenen 16er den Ball gewonnen, Sicher, dass wir nicht vom Hasscup reden? Nein, wir reden tatsächlich von einem Spiel in der zweiten Mannschaft, Mainz 05, am eigenen Ball den 16er gewonnen, bin losgelaufen, das war ein Konter und hatte nur noch zwei Abwehrspieler vor mir und zwei Stürmer, also meine zwei Stürmer und zwei Abwehrspieler. Und hat sie natürlich nicht abgegeben? Natürlich nicht, die haben das clever gemacht, die sind beide nach außen raus, haben ihre Abwehrspieler mitgezogen und ich bin in der Mitte durch und habe ihn reingeschossen. Stark. Transfermarkt.de sagt auch nur Eintreffer Fußballdaten, hat die beiden Eigentore noch dazu gezählt? Na, wenigstens, ich habe sie ja schließlich selber erzielt, wenn auch ins falsche Tor. Ja, dann kam die Saison, die erste Zweitligasaison, in der wir auch sehr, sehr viel lernen mussten. Wir mussten nämlich lernen, dass es in der Zweitliga anders zugeht. Es ging los mit einem Auftaktspiel gegen den 1. FC Köln, wo wir eigentlich nicht die schlechtere Mannschaft waren, aber Köln hatte Patrick Helmes. Ach, ja. Und wir angerannt und gemacht und getan und Köln hat die Tore geschossen, ganz entspannt. Wir haben uns machen lassen und so war es übrigens ein Jahr später, als Union Berlin aufgestiegen ist. Die sind zu uns ans Millern-Tor gekommen und haben ein überragendes Spiel gemacht und wir haben die Tore gemacht. So richtig, lasst die Jungs mal austoben und wir schießen die Tore. Davor habt ihr übrigens die erste Runde vom DFB-Pokal gegen Leverkusen gewonnen. Richtig, gegen Bayer Leverkusen 1 zu 0 in der 85. 86. Minute, ja. Ziemlich spät. da durfte ich gegen Manuel Friedrich spielen. Fabian, Fabian. Sorry. Den, die du aus Mainz dann noch kanntest. Den ich aus Mainz kannte, der zu dem Zeitpunkt tatsächlich einer meiner engsten und besten Freunde war. Wir haben auch heute noch einen ordentlichen Draht, einen guten, nicht mehr so intensiv wie zu der Zeit, aber damals waren wir wirklich sehr, sehr eng befreundet, waren fast jeden Tag Essen. Ich konnte nur bei, mit seiner Golfleidenschaft konnte ich nicht mithalten. Das war nie so meins. Aber gut, das war Manuel. Ähm, sehr spannende Saison, viele Aufs und Abs und wir mussten halt wirklich schnell lernen, was zweite Liga bedeutet, dass das halt nochmal was anderes ist. Und, ähm, haben dann nach hinten raus den Klassenerhalt mit einem 4 zu 2 gegen Erzgebirge Aue klar gemacht. Eigentlich eine relativ unspektakuläre Saison ansonsten, ähm, wir waren nie wirklich in Abstiegsgefahr. Mhm. Aber, es hat trotzdem gebraucht, bis wir es dann rechnerisch klar gemacht haben, es müsste irgendwas seit dem 9. eingeladen. Ja, irgendwas 29. 30. Spieltag oder sowas. Ja, 30. Und, sind dann am letzten Spieltag nach Mainz gefahren, ist die Saison gewesen, oder? Das ist die Saison gewesen, ja. Und dann in Mainz gespielt, und wir hatten halt schon vorher die Flüge nach Mallorca gebucht, sind dann von Frankfurt ausgeflogen und ich war verletzt, ähm, hatte mir im Spiel davor, keine Ahnung, was ich mir geholt hatte, und bin halt privat runtergefahren und auf einmal Mainz musste halt gewinnen für den Aufstieg, haben es dann nicht geschafft, aber haben dann halt fünf Stück kassiert, das war keine schöne Kabinenansprache nach dem Spiel, wobei Standi da relativ ruhig geblieben ist, er hat gesagt, Leute, ich hab euch versprochen, dass ihr das, ne, dass ihr das dürft und so, aber er hat dann so ein bisschen so nach dem Motto, aber, Leute, wenn ich euch was verspreche, dann muss von euch auch ein bisschen was kommen, so, und die Leistung war halt, es war nicht schön, aber vielleicht so als Erklärung, du hast das ganze Jahr hast du Spannung, dann fällt das alles von dir ab und beim anderen geht es noch um Aufstieg und natürlich musst du dich nicht zwingend, musst du dir nicht zwingend fünf Dinge einschenken lassen, aber, ja, Gott sei Dank, das Ergebnis hat auch relativ schnell dann auch keinen mehr interessiert, weil alle einfach froh waren, dass die Saison ist vorbei, wir spielen ein weiteres Jahr Zweite Liga und jetzt geht es weiter. Und dann schön auf Malle und gefeiert, das ist ja ein Standardritual bei sehr vielen Vereinen, ich habe schon mittlerweile tatsächlich nicht mehr, das hat sich sehr gewandelt, das war vor vielen Jahren noch ganz, ganz anders, also zu der Zeit kannst du sagen, dass zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn Zweitligisten waren auf Mallorca, heute kannst du sie an einer Hand setzen. Zehn, zwölf, dreizehn, das heißt ja alle, die nicht abgestiegen sind. Im Prinzip war es so, Wahnsinn, ja. Im Prinzip war es so, dass sich die komplette zweite Liga und ab und zu auch mal ein bisschen was aus der ersten Liga auf Malle getroffen hat und das hat sich heute komplett verschoben. Es ist heute noch eine Handvoll und wenn du zu der Zeit mit 15, 18, 20, 25, wir sind zum Teil mit über 30 dahin geflogen, inklusive Betreuerstab, Staff und und und, ohne Trainer, sind das heute fünf bis zehn pro Mannschaft. Und wo feiern die Mannschaften dann heute? Macht man es bloß nicht mehr auf Malle, weil halt jeder ein Smartphone hat und ein Foto macht? Entweder gar nicht mehr. Ja, das kann doch nicht sein. Doch, 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 das ist, der Part hat sich schon ein Stück weit verschoben, dass man dann nach der Saison auseinander geht quasi. Die Kölner fliegen nach Las Vegas, auch ganz okay. Da hast du vor allem halt deine Ruhe. Du willst ja vor allem in Ruhe fallen. Andere fliegen nach Ibiza, also das, ja, aber so dieses klassische Ballermann-Ding, hat sich verändert, verschoben. Interessant. Und wie war, wie ist denn eigentlich so das Profileben jetzt dann? Wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon darüber, dass du auch dann Bundesliga gespielt hast, zweite Liga. Wie ist es denn als Bundesliga-Profi? Das macht man eigentlich die ganze Zeit. Trainieren? Trainieren. Autos tunen. Larsen. Nein, das war ja mit 18 so. Das habe ich ja dann später tatsächlich nicht mehr gemacht. Das waren dann immer Autos, die, ich habe ja, ich habe ja immer wenig, ich habe meinen A3 ja immer noch. Der wird auch bei mir bleiben, bis er auseinanderfällt. Aber ich habe dann natürlich, was heißt natürlich, aber ich habe dann auch immer noch andere Autos quasi dazu gehabt, die ich meistens dann eher mehr gefahren bin als meinen A3. da habe ich als aktueller Bundesliga-Profi hast du über das Audi VIP-Programm die Möglichkeit, die Fahrzeuge so acht bis zehn Monate zu fahren und dann kannst du dir ein neues bestellen. Und da habe ich wirklich modelltechnisch mal ein bisschen durchprobiert. Aber das waren dann halt, auf deine Frage einzugehen, das waren dann Autos, die musst du halt dann nicht mehr wirklich tunen. Also da nimmst du halt, ich hatte Q7, A5. Das heißt, du bist dann viel gecruised oder was? Oder, das habe ich mich vorhin schon gefragt, als du von deinem getunten Golf erzählt hast, sowas will man dann ja auch zeigen. Bei mir in der Heimat hat das bedeutet, man stellt sich an die Schälle. An die Tankstelle? Nein. Ja, nein, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Was ich tatsächlich, weil du jetzt das Cruisen ansprichst, was mich wahnsinnig entspannt und das mache ich heute auch noch gerne, ist gerade an schönen Sommerabenden über die Autobahn mit 180. Na, nicht, das kommt vor, Autobahnen, dann sind es aber nicht 180, aber einfach über die Dörfer fahren, beziehungsweise über die Landstraßen. Gute Musik, Klimaanlage aus, Fenster auf, auch nicht aufdrehen, damit du alle Nachbarn wach machst, sondern wirklich einfach nur, dass du mit guter Musik abends eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde durch die Gegend fährst, nicht durch die Stadt, sondern wirklich über die Landstraßen, Bundesstraßen und einfach nur, ja, einfach nur cruised. Das habe ich in Hamburg auch oft gemacht. Das war so, ja, ich kann dabei wahnsinnig gut einfach auch abschalten und entspannen. Okay, und daher kommt ja auch der Felgenralle. Ich meine, das wissen natürlich alle, die dir auf Twitter folgen, aber wir haben ja Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht tun. Das kam, es geht ganz schnell, als ich zu St. Pauli gewechselt bin, das erste Mal, habe ich über meine Leidenschaft für Autos erzählt und die, es gibt Presseerzeugnisse, die arbeiten gerne mit Schlagzeilen und dann hatte ich den Namen weg mit Pressesprecher und dem ein oder anderen Spieler, die sich Gedanken drüber gemacht haben, habe ich akzeptiert, angenommen und irgendwann zur Marke gemacht. zur kleinen Marke gemacht, genau. Was war das damals für eine Mannschaft, in der du dabei St. Pauli gespielt hast in der zweiten Phase? Gibt es so wichtige Bezugspersonen, mit denen du damals viel zu tun hattest und die auch wichtig für die Mannschaft waren? Extrem wichtig für die Mannschaft waren Holger Stanislavski und Andri Trulsen als Trainer und Co-Trainer. Das war eine ganz, ganz besondere Konstellation, einfach auch, weil Stani dann im zweiten Jahr seine Lizenz machen musste. und deswegen Trulsen offiziell der Cheftrainer war, aber gehört haben wir auf Stani. Also natürlich haben wir auch auf Truller gehört, aber Truller, also ja, Spitzname Truller, Andri Trulsen, natürlich haben wir auch auf Andri Trulsen gehört, aber für uns war klar, dass Stani der Chef ist, aber Trulsen war bei den PKs, weil er halt auf dem Papier der Chef war. Er hatte den Fußballlehrer schon und es war aber auch ein schwieriges Jahr, weil Stani halt von, er war nicht da, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Da war glaube ich damals so eine Reihe an Trainern, das hat mit Stani angefangen. Fünf Stück, die quasi einen Job im bezahlten Fußball hatten und ihre Trainerlizenz angefangen haben und Stani war der Einzige, der seinen Job behalten hat. Alle anderen, die anderen vier haben im Laufe der Saison ihren Job verloren, weil es wirklich schwer ist. Wenn der Chef nicht vor Ort ist, ist das extrem schwer und das muss man auch sagen, da war es wichtig, dass wir keine Arschlochtruppe hatten, sondern eine Mannschaft, die das zu 100 Prozent angenommen hat und die versucht hat, das so gut wie möglich zu lösen und aufzufangen, weil der Verein hat jetzt nicht irgendwie noch einen zusätzlichen Co eingestellt. Wir hatten Truller und wir hatten KP, also Klaus-Peter Nehmet, den Torwarttrainer, der dann so ein bisschen mit den Co gemacht hat und ansonsten war das auch Selbstcoaching. Fabian Boll, Bruns, Ebbers, Morena, meine Wenigkeit, Carsten Rotenbach, das haben wir alle irgendwie so zusammen geile Truppe aufgefangen, um da nicht, ja, um da keine Probleme entstehen zu lassen und Stani hat seine Lizenz auch oftmals aufs Spiel gesetzt, weil er nach Niederlagen zum Beispiel gesagt hat, ich kann jetzt, wenn wir sonntags gespielt haben, ich kann jetzt nicht von meiner Mannschaft weg und war dann Montagmorgen noch beim Training, hat entsprechend dann auch, oder bei der Besprechung und hat entsprechend, natürlich, weil du musst montags morgens um 8 Uhr wieder in Köln sein bei den Vorlesungen und was weiß ich, was die da alles haben beim Unterricht und das hat er alles sausen lassen und die haben da natürlich auch ihm quasi zugearbeitet und vielleicht auch mal ein Auge zugedrückt, was sie bei einem anderen, der jetzt keinen Job hat, nicht tun würden, aber die sind ja auch bedacht, dass ihre Leute natürlich die Jobs behalten und das war für ihn ein riesiger Aufwand, der da, da ist wirklich ganz, ja, ganz krasser zeitlicher Aufwand, auch physisch und das haben wir alle zusammen dann hingekriegt. Das ging ja gut. Eine Frage habe ich vorhin noch vergessen, beim zweiten Wechsel zu St. Pauli, laut Autogrammkarte bist du beim Wechsel von Mainz zu St. Pauli ein Zentimeter gewachsen, aber auch fünf Kilo schwerer geworden, was war denn da los? Ja, also das mit die Gewichtsangabe auf den Autogrammkarten und auch im Internet, das ist ewig auf 76, 77 stehen geblieben und ich hatte dann halt irgendwann meine 83 Kilo so und, ja, irgendwann dann angepasst. Okay, das finde ich jetzt etwas unspektakulär. Ja, es ist nichts Wildes, also ich bin tatsächlich, als ich, als ich 2003 hatte ich wirklich, war ich noch unter 80 Kilo und das ist dann erst so mit der Zeit auf Kampfgewicht war irgendwas zwischen 83 und 86, das ist, es ist halt so eine Schwankung gewesen, also, wenn es nicht mehr als 86 waren und das sind es heute auch nicht, wobei heute Morgen waren es 86,2, aber, ähm, ansonsten, ja, du lachst, ich stehe jeden Morgen auf der Waage. Das hat sich halt nicht verändert. Ist es denn eine smarte Waage? Ja. Ja, alles andere hätte mich jetzt untertäuscht, Du hast mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau wo, ich habe so viel über dich gelesen, dein technisch bester Mit- und Gegenspieler auf die Frage hast du geantwortet beim Gegenspieler mit Raoul? Ja. Wann hast du gegen den gespielt? Ja, das war dann, ähm, 2010 im Bundesliga-Jahr. Ja, okay, genau, Sinn gegen Schalke dann und bester Mitspieler David Heulet. David, ja, David Heulet, ja, oder Heulet, der es dann auch in die Premier League geschafft hat, ähm, ein überragender Fußballer, also was seine Fähigkeiten angeht, so ein kleiner Dribbler, großartig am Ball, die Aachen-Fans werden heute noch, werden heute noch schimpfen, wir haben das letzte Spiel am Tivoli, ähm, ich glaube 3-1 gewonnen und Timo Achenbach, ich glaube, der sucht heute noch den Weg aus dem Stadion raus, wenn mich nicht alles täuscht, der hat den so eingedreht, also wirklich, ähm, der hat den so eingedreht, dass Achenbach von seinen eigenen Mitspielern in der Woche drauf aufgezogen wurde, mit dem Spiel. Matze Lehmann hat uns das erzählt, der dann zu uns wechselte, das war, das war so ein geiles Spiel, ich habe jedes Mal, wenn ich einen Ball gewonnen habe, habe ich, ich habe nur David gesucht, weil ich wusste heute, macht der Junge alles und der war halt der direkte Gegenspieler von Timo Achenbach, er ist so ein bisschen über rechts gekommen und Timo spielt ja hinten links, der hat den wirklich schwindelig gespielt, wie schon gesagt, ich glaube, der läuft heute noch auf dem Gelände des alten Tivolis rum und sucht den Ausgang irgendwie auf die, auf die Straße. 2007 bis 2010 kann man sagen, bei St. Pauli, erstmal die ersten beiden Jahre waren so super stabil, was das Sportliche angeht, oder? Ja. Beide Jahre komplett im Mittelfeld verbracht. Das war auch nichts anderes, war das Saisonziel, im zweiten Jahr, das dürfen wir jetzt natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, das Spiel gegen Hoffenheim. mit dem, mit dem wichtigsten Treffer war, so erzählen es sich die Geschichtsforscher, das 3 zu 1 kurz vor Schluss. Nein, also die ganze Saison war eigentlich ordentlich und vielleicht auch da eine Anekdote, warum, warum das mit Stani halt so gut funktionierte zu dem Zeitpunkt. Der hat immer unseren Ton getroffen, immer unseren Ton gefunden und das, was ich, was ich den Jungs auch sagen muss, Stani und Trulla haben Trainingseinheiten, da kriegst du es kalte Kotzen und da würdest du am liebsten ihn dir schnappen und vor die Wand hauen, weil... Inwiefern? Eklig. Eklig intensiv. Seien es jetzt die 10.000 Meter Läufe, die 1.000 Meter Läufe, halt 11 Stück oder die 800 Meter Läufe oder die Konditionseinheiten mit dem Medizinball, nicht viele, also es war schon ein sehr moderner Ansatz, aber ich finde und das sage ich auch heute noch, ab und zu darfst du das auch mal einstreuen, damit die Jungs auch mal lernen, über den Punkt hinaus zu gehen. Das Trainingswissenschaftlich vielleicht würde jetzt ein Sportprofessor, der dann anfängt, den Laktat zu messen, der würde dann sagen, oh, jetzt kommen wir in einen gefährlichen Bereich, wo ich aber sage, natürlich, aber die Jungs müssen auch mal lernen, richtig zu kotzen und mal über den Punkt hinweg zu gehen, weil sie, wenn du immer kapitulierst vor dem inneren Schweinehund, so nach dem Motto, ja bis hierhin und nicht weiter, es ist eine Willensschulung. Und das haben wir nicht oft gemacht, nicht viel, aber wir wussten, es kommen die 1.000 Meter Läufe, es kommen die 800 Meter Läufe und es kommen die 200 Meter Läufe. Das waren so drei ganz, ganz wichtige Einheiten, auch für Stani. Natürlich hätten wir konditionell, hat uns diese eine Einheit, wird dich jetzt nicht auf ein neues Level katapultieren, aber einfach auch für den Mannschaftsgeist enorm wichtig, weil du dich da auch gemeinsam durchquälst, gemeinsam durchquälst, durchquälen ist das richtige Wort, also an die Läufer unter uns, also die 1.000 Meter unter 3, 15, unter 3, 20, das Ganze 10 bis 12 Mal hintereinander mit maximal 2 Minuten Pause, danach weißt du, was du getan hast. Die Einheit geht nur 45 Minuten, aber die sind knackig. So und das Ganze auch mit 800 Metern nochmal veränderte Zeiten und die 200 Meter Läufe, das war eine Geschichte, die Einheit ging 25 Minuten maximal, aber danach warst du halt, du warst durch. Wir sind an, haben wir oft im Trainingslager gemacht, das war so eine ganz normale, die 400 Meter Bahn, die Runde, kennen wir alle, so zwei Mann zusammen und dann stellt sich einer an die Mittellinie und einer an die, auf der anderen Seite an der Mittellinie. Dann läuft der Erste los, Vollgas, meistens die 200 Meter in so 26, 27 Sekunden, das ist, oder 26 bis 28, das ist annähernd Sprint, also annähernd Vollsprint. Die schnellsten Bundesligaspieler, Aubameyang und Co, laufen die 100, ich würde sagen unter 11, 10, 10, 8, 10, 9, dann bist du schon ganz weit vorne von Bundesligaspielern, ansonsten bewegst du dich irgendwo bei 11,5 bis 12, auch wenn wir 100 nicht messen, aber das ist so grob der Bereich. So und dann rechnet das mal hoch, das heißt wir sind bei 13, 13,5, 14 Sekunden auf 100, das Ganze zweimal und dann klatschst du ab, dann läuft dein Partner los und in der Zeit musst du aber wieder quasi auf die andere Seite, weil der läuft ja die dann die 200 Meter Runde und kompletiert die Runde und schlägt dann ab. Du hast zwar dann auch 28 Sekunden Erholung, Entschuldigung, zum Schluss waren es wahrscheinlich 30 Sekunden auf die 200, aber so, hast du zwar die Möglichkeit, dich zu erholen, aber du musst trotzdem, das sind, das dürften vielleicht 80 Meter sein, also mit Gehen ist da halt wenig, mit Gehen ist da halt relativ wenig, sondern du musst auch im guten Trabtempo rüber, weil dann kommt der. So und das Ganze machst du siebenmal und das Ganze machst du zweimal oder sogar dreimal. Dann nach den 200 Meter Läufen weißt du halt genau, was du getan hast und dadurch, dass du ja in der Gruppe losläufst, du willst ja auch nicht, er hat keine Zeit, er hat nie eine Zeitvorgabe gemacht, aber wehe du bist der Meinung, du könntest hier, du könntest hier ganz entspannt mal gar nichts machen. Ja, das heißt, das Training mit Stani war durchaus, hat es in sich. Es hat es in sich. Nicht immer, aber wenn er, wenn er die harten Einheiten aufgerufen hat. Ja, das war schon, es war intensiv, aber das musste auch mal sein und da habe ich zum Beispiel auch, dann weiß ich noch genau, Fabian Boll ist danach hingegangen, hat seine Uhr ausgezogen und hat sie ihm wirklich vor die Füße geworfen und hat nur gesagt, deinen Scheiß, kannst du alleine machen und ist reingegangen und Stani stand da nur und hat ihn ausgelacht. So, aber dann war eine halbe Stunde später, war auch alles wieder gut. Also, wenn sich ein Spieler über sowas nicht aufregt, weiß ich nicht, Punkt zu, nein, aber das war ja, genau das wollte er ja. Genau das wollte er ja. und andersrum, wenn ein Trainer dann anfängt, beleidigt zu sein, weil ein Spieler mal sowas macht, dann sage ich auch, Junge, dann hast du kein Gespür für das Ganze. Der soll das ja bitte nicht in einem normalen Training machen oder in einer normalen Besprechung, aber nach so einer Geschichte, das war, er stand da wirklich nur so Arme verschränkt und lachte ihn einfach nur aus. Und ich glaube, wenn du Boller gelotzen hättest, hätte er ihm eine Aufweige gegeben und der hat sich dann halt selbst zusammengerissen und ist einfach nur, einfach nur reingegangen. So, und da sage ich, da, da merkst du dann, ob so eine Verbindung zwischen Trainer und Mannschaft auch funktioniert und das war immer gegeben. Es waren alles Läufe, alles Einheiten und das meine ich auch, sie haben die, sie haben, das hat gepasst, sie haben auch den Ton der Mannschaft getroffen. Es war immer so, dass ich gesagt habe, alter Schwede, ich habe das jetzt geschafft, aber ich könnte keinen Lauf mehr. Also im Prinzip genau, genau richtig, dass du schon vorher eigentlich sagtest, ich kann nicht mehr diese 1000 Meter Läufe, 10 Stück oder 11 Stück. Die ersten beiden sind hart, weil du ins Tempo reinkommen musst. Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, läufst du durch, du bist drin im Rhythmus, du hast die körperliche Konstitution dafür, so aber dann beim 8.9., dann fängt es schon an, weh zu tun, weil natürlich die körperliche Ermüdung dazu kommt, dann gibt es nochmal eine halbe Minute Pause, was vielleicht gut, eine halbe Minute mehr Pause, was vielleicht gut klingt, aber wenn du einmal halbwegs runterkommst und dich dann wieder antreiben musst, dann, also das kennt jeder wahrscheinlich unserer Hörer und Hörerinnen, die ähnliches mal gemacht haben, aber sie haben dann immer diesen Punkt getroffen, dass du sagst, das habe ich jetzt geschafft, ich bin in der Zeit geblieben, boah, reicht jetzt wirklich auch. Das ist aber gut. So, dann haben wir ein Spiel in Oberhausen gehabt, freitagsabends. Ein, ein, Oberhausen im Oktober oder November, ich weiß es nicht mehr. wo du echt weißt, Stadion, boah, ich muss mal jetzt drüber streiten, ob einem solche Stadien gefallen. So, Platz, nicht gut. Mannschaft, unangenehm. Wetter, scheiße. Und dementsprechend war auch die Stimmung in der ganzen Woche vorher. Und dann kommt der morgens zum Training, am Montag oder Dienstag. Und es war halt der klassische Hamburger Sommertag im Oktober, November mit Regen und 5 bis 7 Grad und kalt und dunkel und grau und überhaupt. Und dann sitzen wir, wir saßen immer, bevor wir rausgegangen sind, im Besprechungsraum, zwei, drei Worte gesagt und dann in den Schuhraum, Schuhe anziehen, raus. Und dann kam er in Zivil rein. Und wir wussten, wenn der Trainer in Zivil in die Kabine kommt, ist immer irgendwas. Meistens waren es keine guten Sachen. Aber man steht, der in Zivil vor uns. Steht er so da vor uns, guckt uns an und sagt so, Jungs, ich bin heute Morgen aufgewacht. Habt ihr auch keinen Bock? Und wir gucken alle nur und es traut sich nicht. Ich meine, keiner hat sich getraut, irgendwas zu sagen und war Ebbe so einer der Ersten, der so, ja, naja, ist jetzt nicht unbedingt so das beste Wetter. Wisst ihr, was wir machen? Ihr geht jetzt raus, spielt eine halbe Stunde Kreis. In der Zwischenzeit gehe ich rüber. Da war, direkt am Trainingsgelände war so eine Pommesbude. Gehe ich rüber, hole uns eine Schüssel Pommes und ein Blech Currywurst und dann essen wir Currywurst und dann machen wir morgen früh weiter. Und du hast so, bei jedem war von jetzt auf gleich von, boah, heute ist aber auch nicht so mein bester Tag zu. Er läuft. Läuft. Könnte schöner sein, ja. Ja, aber so hat er immer, immer wunderbar in die Mannschaft reinfühlen können, was sie gerade brauchen. Und für uns war das halt so ein Moment, wo wir, wo uns das wirklich gut getan hat. Und zwar besser als jede taktische Trainingseinheit, die wir je hätten machen können. Und du hast jetzt, glaube ich, 3-1 gewonnen. Genau. Hast jetzt gerade nachgeschaut, sind nach Oberhausen gefahren, hast du das Datum parat? Ja, 16.10. So, 16.10. Und er sagt auch, Leute, das Spiel ist auf Scheiße aufgebaut. Das Wetter wird scheiße, der Platz ist scheiße, der Gegner ist scheiße, also scheiße im Sinne von total unangenehm. Wir bereiten uns jetzt diese Tage entsprechend drauf vor und dann fahren wir da hin und gewinnen. Und genau so war es auch. Dann haben wir diese Trainingseinheit, das war ja keine Trainingseinheit, wir haben ein bisschen 5 gegen 2, 6 gegen 2 gespielt und danach zusammen Currywurst gegessen mit Pommes, aber am nächsten Tag wussten wir dann, ey, pass auf, das kam jetzt vom Trainer, jetzt sind wir dran. So, und haben ganz konzentriert, ganz fokussiert gearbeitet und es gab nie eine Diskussion, wer dieses Spiel gewinnt, in diesen 90 Minuten. Gut, in der zweiten Halbzeit 0-1 gedreht, aber trotzdem am Ende. Ja, aber das meine ich mit, wir hatten ein Bewusstsein auf dem Platz und das erinnert dich an das Ding gegen Hertha und das war das Bewusstsein. Scheißegal, was heute passiert. Scheißegal, was heute passiert, wir gewinnen dieses Ding. Currywurst mit Pommes, wäre das im heutigen Fußball noch möglich oder war das auch schon damals eine krasse Ausnahme? Es ist nicht nach außen gedrungen. Ja. Ob das heute möglich wäre, schwierig. Oder wie hast du dich denn damals ernährt, war das für dich auch eine krasse Ausnahme oder konnte man sowas zwischendurch schon immer einschieben? Ich meine, heute lesen wir von Spielern, die sich laktosefrei ernähren, die ganz bestimmte Dinge, Glutamat weglassen zum Beispiel. Heute sind aber ja auch die Tests von Seiten des Clubs viel extremer wahrscheinlich und die Vorgaben. Ja, es ist natürlich alles viel, viel verwissenschaftlicher. Ja. Wie habe ich mich ernährt? Also ganz generell habe ich von Fast Food und darunter fällt jetzt für mich die ganzen, dürfen wir Namen nennen? Klar. Burger King, McDonald's, Subways und Co. habe ich schon, weiß ich nicht, 2005 abgeschworen. Schmeckt mir einfach, also gibt mir nichts, gibt mir wirklich keine Energie. Das habe ich am eigenen Körper gespürt. Finde ich geschmackstechnisch auch total uninteressant und deswegen findest du mich auch nicht in diesen Läden. Von daher war das nie Teil meiner, also ab da nie Teil meiner Ernährung. Meine Sünde ist halt Pizza, aber auch da Anfang der Woche ja, aber sobald es dann zum Spiel hingeht, wurde es quasi immer, immer vorbildlicher. Weil es energetisch sonst auch schwierig wird? Auch, ja. Das spürst du einfach, wenn du körperlich in dem hohen Maße gefordert bist, spürst du ganz, ganz schnell, was deinem Körper gut tut und was eher nicht. Ist das schon der Zeitpunkt, an dem wir über die Nutella-Pizza reden müssen? Das können wir ja ganz kurz abhandeln. Wie kam es denn dazu eigentlich? Genau, wie kommt man auf die Idee, eine Salami-Pizza mit Nutella zusammen zu essen? Also ich glaube, es kommt aus meiner Kindheit, dass ich da irgendwann mal ein Nutella-Brot mit... Was ist das für eine Kindheit? Eine sehr glückliche. Ein Nutella-Brot, ein Nutella hat mir schon immer geschmeckt, dass ich irgendwann mal Salami draufgepackt habe. Ich glaube, es war wirklich einfach nur ein Experiment. Und jeder, der es mal probiert hat, und Max, ich habe schon unfassbar viel... Ja, süß und salzig, klar, es ergibt schon Sinn, aber... So, und im ersten Moment klingt das vielleicht nicht so, aber es schmeckt halt so. Und die Pizza-Geschichte ist dann quasi die Weiterentwicklung, weil ich dann gesagt habe, warte mal, was auf einem normalen Brot schmeckt. Schmeckt mit Käse überbacken und heiß noch besser. Das ist eine einfache Grundregel des Lebens. Richtig. So, und habe einfach mal zu... Eigentlich nur Bacon. ...zu einer Pizza habe ich mir ein Glas Nutella daneben gestellt und habe mal ein bisschen quasi als Dip, also es ist jetzt nicht komplett bestrichen, sondern steht halt als Dip daneben und dann nimmst du mit dem Messer so ein bisschen was und dann machst du es auf das abgeschnittene Stück Pizza drauf und es schmeckt. Genauso auch wie Balsamico-Creme. Ich kann... Also das finde ich jetzt den Vergleich mit Balsamico-Creme, die habe ich jetzt gerade auf... Wir fragen jetzt gerade zu Nutella oder... Nein, nein, dann auf die Pizza, ja. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Es ist nur nicht das, was ich so erwartet hätte bei einem Profisport. Ich würde es deinen Zwillingen einfach mal anbieten. Ja, du meine Zwillinge, die nehmen... Da kann ich hier diesen Tisch mit Nutella bestreichen und die Zwillinge sagen, es ist mega lecker. Das ist jetzt nicht das Thema, ehrlich gesagt. Kann man sich vielleicht halt auch erlauben, wenn man viel Sport macht und dann verbrennt man die Kalorien. Also, ich weiß zum Beispiel im Trainingslager, da laufe ich den ganzen Tag halt mit so einer Pulsuhr rum und dann verbrennst du in den zwei Einheiten verbrennst du auch mal ganz entspannt. Also über den Tag von morgens acht bis abends null Uhr, das waren inklusive Trainingseinheiten, das sind schon, geht an vier, viereinhalb, fünftausend Kalorien. Also da kann man einiges essen. Und also nur mal auch ein Vergleich, damit man da mal so einen Richtwert hat. Ich habe mal... Wir mussten... Oder wir haben uns jeden Morgen gewogen. Das war schon zu Ingolstädter Zeit. Und in der Sommervorbereitung hatten wir einen extrem warmen Sommer in Ingolstadt. Das war unter Marco Kurz und habe mich, klar, morgens auf die Waage gestellt, habe mitnotiert, mitgerechnet, was ich in der Vormittagseinheit trinke, wie viel. Und habe mich nach dem Training auch wieder nur in meiner Sporthose, also nicht, dass jetzt irgendwie Klamotten noch das, sondern wirklich nur die Sporthose, barfuß auf die Waage gestellt und habe halt den Vergleich gehabt und habe dreieinhalb Kilo, äh, dreieinhalb Liter Wasser getrunken während dieser Trainingseinheit. Ich habe sieben dieser 0,5er Flaschen getrunken und habe trotzdem ein Kilo weniger gehabt nach dem Training als vor dem Training. Kass. Also nur, um mal den Vergleich zu haben, was wir in einer Trainingseinheit, die ging relativ lang, zweieinhalb Stunden, für einen Umsatz haben. Ja, das ist jetzt zum allergrößten Teil Flüssigkeit, aber wenn du halt dann dann Nachmittag nochmal so eine Einheit machst, dann kommst du halt auf einen ganz ziemlich hohen Kalorienumsatz. Wie verändert sich das Verhältnis zu deinem Körper über die Zeit hinweg? Also du musstest ihn ja gerade beim Sprung von Jugend in den Profibereich und dann auch von der Regionalliga in die Bundesliga musst du ja jeweils immer nochmal ein neues Level erreichen. Ja. Es verändert sich sehr. Bei Handballern ist es ja so, ich glaube, Gretschmer hat das mal irgendwann erzählt, dass er quasi nur noch danach geht, welcher Körperteil ihm am wenigsten wehtut. Wie ist das als Fußballer? Naja, am Anfang mit 20, 21, wenn wir freitagsabends am Millern-Tor gespielt haben, war ich halt bis 4 Uhr auf dem Kiez oder bis 5, dann habe ich 3 Stunden geschlafen und dann war ich um 10 Uhr fit beim Training. Die Schlusszeit mit 29, 30 gespielt, brauche ich 2 Tage. Und zwar ohne Feiern, sondern wirklich nach dem Spiel nach Hause und entsprechende Ernährung und trotzdem spürst du es 2 Tage. Das merkt der Körper schon. Dieser Prozess wird natürlich durch die hohe Belastung über einen längeren Zeitraum ein Stück weit beschleunigt. Ich glaube, bei euch ist es nicht anders. Mit 20 kannst du auch 3 Nächte durchfeiern und heute spürst du, wenn du mal nicht vor 23 Uhr ins Bett gehst. Ich könnte jetzt hier sofort einsetzen. Das hat aber auch mit diesen beiden Triptraffs hier zu tun, die jetzt gerade umbesitzt hier stehen. Und das ist bei uns nicht anders. Also was ich dann früher konnte, das würde heute nicht funktionieren. Ich habe es ja zum Schluss gemerkt, wenn ich 19 Minuten gespielt habe, habe ich 2 Tage das noch gespürt und da am nächsten Tag noch ein Spiel spielen können. Dementsprechend entwickelst du natürlich ein ganz anderes Bewusstsein dafür, wie du mit deinem Körper umgehst. Und dazu gehört auch Ernährung, dazu gehören aber auch Dinge wie Schlaf, dazu gehören Dinge wie Krafttraining, Dinge wie Vorbereitung, wie Nachbereitung. Whirlpool und so ein Kram, das war nie Thema und dann irgendwann mit 4, 25 saß ich eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Spiel noch in dem Ding, weil ich einfach wusste, es tut mir gut und ich komme da wunderbar runter und es hilft mir mich noch schneller, also im Rahmen des Möglichen noch schneller zu erholen. Also das Gefühl oder das Körpergefühl verändert sich enorm, einfach aber auch, weil du natürlich, da ist Ernährung ein sehr gutes Beispiel, spürst, was tut dir gut und was ist eher hinderlich. Wie hat sich denn da der Fußball verändert? Ich war erstaunt, dass ich irgendwann, aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber irgendwann war das eine Meldung, dass quasi noch in der Kabine Pasta gereicht wird nach dem Spiel, damit die Spieler sofort wieder Kalorien zuführen und so weiter, so wie man es bei der Tour de France ehrlich gesagt schon früher mitbekommen hat. Wie hat sich das denn entwickelt in der Zeit, in der du Profi warst? Ganz, 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 ganz extrem. Also wie schon gesagt, es ist viel, viel wissenschaftlicher geworden, und es ist viel, viel individueller, viel, viel überwachter, viel gesteuerter. Inwiefern überwachter? Es wird halt genau geguckt, wer was ist. Du wirst jeden Morgen gewogen, es gibt regelmäßige Körperfettanalysen, es gibt regelmäßige Blutbilder, es gibt regelmäßige Leistungstests, es gibt es gibt eine mittlerweile eine tägliche Trainingskontrolle, die trainieren jetzt alle mit diesen mit diesen Westen, also nicht nur ein Pulsgurt, sondern diese Westen, die halt wirklich alles in Echtzeit messen, der Trainer kann theoretisch am Spielfeldrand stehen oder der Athletiktrainer und sagt, oh, das passt heute bei dem gar nicht, den nehmen wir jetzt mal raus. Du siehst live Herzfrequenz, Tempo, negative Beschleunigung, also es sind alles Parameter, die sind genauso wichtig wie unwichtig. Und sprechen wir da von allen Bundesligisten oder ist das jetzt nur irgendwie das Topniveau? Nee, nee, das geht schon durch die Bundesliga durch. Das ist mittlerweile einfach der Standard, dass da eine unheimlich hohe Überwachung stattfindet und dass nur die Gewichtung ist eine andere. Es gibt Trainer, die lassen es zu und es gibt Trainer, die fordern es aktiv und beziehen das in ihre Aufstellung auch mit ein. Okay, ja gut, das ist wie der Leistungsfall bei Pro Evolution Soccer, das kann ich wieder sehr gut nachvollziehen. Aber das ist dann auch immer schwierig, du musst das dann immer in Relation setzen, weil ich kenne genug Spieler, das sind die totalen Trainingsweltmeister. Auf dem Trainingsplatz denkst du dir, Wahnsinn und sobald das Bundesligaspiel losgeht, fragst du dich halt, wieso hast du jetzt deinen kleinen Bruder geschickt? Ja, genau. Ganz, ganz prominentes Beispiel, das weiß er aber auch, Colin Kwaner. Der Junge spielt jetzt Premier League, ich freue mich unglaublich für ihn, weil er eine geile Entwicklung genommen hat. Aber als ich mit ihm in Ingolstadt zusammengespielt habe, auf dem Trainingsplatz, habe ich mir gedacht, es ist ja Wahnsinn, den hast du nicht eingefangen, der ist halt brutal schnell, das ist seine Stärke. Aber der hat das in einem von zehn Bundesligaspielen nur gezeigt und ansonsten wirklich abgetaucht. Das hat er dann bei Union, hat er da einen großen Schritt gemacht und jetzt der Wechsel zu Huddersfield und Aufstieg und Premier League, alles wunderbar und ich freue mich total für ihn. Aber das war für mich so ein Beispiel, wo das, was auf dem Training oder im Training zu sehen war, nicht zu dem passte, was er auf dem Platz gezeigt hat. Das wusste er selber, ich erzähle jetzt hier kein Geheimnis oder ich erzähle jetzt hier nichts Schlechtes über jemanden. Aber das war zu dem Zeitpunkt sein großes Problem. Nicht, dass er es nicht kann, sondern dass er es halt dann in der Dings nicht gezeigt hat und das meine ich mit den Relationssätzen. Die Frage ist natürlich, was für Wert hat einer, wie macht einer dies, das, aber es zählt auch der Eindruck auf dem Spielfeld. Ja und ja, der Kopf, das ist ja gleich so das nächste Thema. Es hilft dir ja nichts, wenn du den perfekt gebauten Körper hast. Du musst es irgendwie ja doch immer noch auf den Platz bringen. Das stimmt. Hat sich denn da auch was verändert? Also man weiß ja von Trainern, dass allein kognitive Übungen gemacht werden zum Teil, dass du da deine Koordinationsfähigkeit, deine Antizipation, deine Reaktionsschnelligkeit, vor allem bei Torhütern, wird das jetzt inzwischen gezielt trainiert? Wie hat sich das verändert? Auch enorm. Wobei ich sagen muss, ich glaube immer noch nicht, dass das so den Stellenwert hat, den es haben könnte oder vielleicht auch haben sollte. Das vermag ich nicht zu beurteilen, weil ich selber damit noch nicht so viel zu tun hatte in meiner aktiven Zeit. In dem Bereich habe ich eigentlich kaum mit irgendwelchen Leuten mal gearbeitet. Klopp hat damals zwei, sechs, zwei, sieben zur Rückrunde zwei Mentaltrainer quasi ins Boot geholt. Aber das war auch mehr so ein Ja, da ging es aber nur um den Kopf, ums Reden, um Metallcoaching. Was haben die dann gemacht? Ja, vier, sechs Augengespräche. Das war es aber auch. Aber wirklich jetzt klassisches Training in dem Bereich so gut wie gar nicht. Ich jetzt. Es mag sich verändert haben. Es wird sich sicherlich auch noch weiter verändern, aber da gab es bis jetzt relativ wenig. halte ich für durchaus sinnvoll, weil das noch ein Bereich ist, in dem halt noch nicht so viel gemacht wurde. Wie schon gesagt, im physischen Bereich sind wir glaube ich mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es, wo die Steigerungsfähigkeit nicht mehr so groß ist, wo nicht mehr so viel Potenzial ist, wie jetzt, wenn du den Vergleich, ich sag mal 2000 zu 2010, das ist ein unfassbar großer Sprung, aber ich glaube der Sprung von 10 zu 20 ist nicht mehr so groß. Das allgemeine Tempo wird oder ist jetzt schon auf einem Level, wo ich sag, also wenn wir jetzt noch mehr schnelle Spieler haben, dann können wir auch parallel noch eine 100-Meter-Meisterschaft ausspielen, weil dann hast du ganz, ganz viele Sprinter-Typen auf dem Feld, aber halt der mentale Bereich, der Bereich im Kopf und der ist halt wirklich, der ist auch entscheidend. So und ganz kurz noch ein Beispiel, um das vielleicht mal einzuordnen. Was glaubst du, wenn ich den Namen Inzaghi nenne? Wenn wir den, wenn wir jetzt die Trainingswerte nehmen oder die Laufwerte, dann fällt der bestimmt nicht auf, weil er der Fleißigste und Beste und allen vorne wegläuft. Aber trotzdem musst du einen Inzaghi vorne immer im Sturm stehen haben, weil der weiß halt, wohin er laufen muss. Absolut. Und ist ja auch schon das perfekte Beispiel, weil gerade Milan ja mit dem Milan Lab in dem Bereich schon sehr früh unterwegs war. Wie ist denn so ein Aufstieg? Schön. Sehr schön. Der Aufstieg, der erste, der erste Aufstieg in die erste Liga mit dem FC St. Pauli. Oh, das war, das war ein wildes Jahr. Das war ein wildes Jahr. Für mich ging es scheiße los. Ich habe die ersten Spiele nicht gespielt. Wir haben zu Hause gegen, das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, das ist ein interessantes Jahr, da können wir ein bisschen drüber sprechen. Es ging los mit Ahlen zu Hause, 3-2. Da wird ein Spieler eingewechselt in der 86. Der hat danach keine Sekunde mehr gespielt. Und trotzdem sage ich, der hat eine der wichtigsten Figuren, eine der zentralsten Rollen in unserer Mannschaft in dem Jahr gehabt. Nils Pichino. Zeig mir, wann er eingewechselt wurde. Wann wurde er eingewechselt? Ich habe noch nicht die richtige Saison. Er hat auf jeden Fall 13 Minuten. Ja, dann war es die 78. 77. 78. Nils Pichino wird eingewechselt halt zum Schluss als Stürmer gegen Ahlen. 77. 77. Wird eingewechselt und schießt halt in der 90 plus 1 oder so. Helft mir bitte. 90. Ja. Schießt er das 3 zu 2. 2 zu 1 aber. Stimmt, 2 zu 1. Entschuldigung, 3 zu 2 war 2 zu 1. Initialzündung. Der hat danach keine Sekunde mehr gespielt. Aber dieses Tor, sein Auftritt, war mitentscheidend für unseren Aufstieg, weil du einfach geil in die Saison kommst. So, dann fährst du zum KSC. Richtig? Aachen. Stimmt, Aachen. Genau, Aachen und dann KSC. Fährst nach Aachen, Eröffnung Tivoli. Die haben sich mit nichts anderem beschäftigt als der Tivoli Eröffnung. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, ja. Und kriegen 5 Buden. Und kriegen 5 Buden und nach dem 3-0 sitzen wir auf der Bank, Timo Schulz, Florian Lechner neben mir, Eger auch, gucken uns an, siehste? und genau deswegen sitzen wir hier und die auf dem Platz. Völlig ohne Neid. Völlig ohne negative Stimmung. Einfach nur, Jungs, deswegen stehen die gerade auf dem Platz. Und das war für uns in dem Moment auch in Ordnung. Also das war die Stimmung halt innerhalb der Mannschaft. Das haben die Trainer hinbekommen, dass wir, natürlich saßen wir da nicht gerne, da müssen wir ja nicht drüber sprechen, aber wir haben die Rolle akzeptiert. Und gleichzeitig wussten wir, hey, irgendwann sind wir dann dran. So, dann haben wir das Heimspiel gegen Duisburg. Das war ein 2-2 und dann fährst du Freitagabend zum KSC. Erstes Auswärtsspiel 5-0 gewonnen, zweites Auswärtsspiel 4-0 gewonnen. Und bis da. Geil. Das läuft. So. Und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, was dann das nächste Spiel war, aber, ähm, dann ging's halt los, dann hatte sich Fabio Morena schwer erkrankt, hatte eine Hirnhautentzündung und das war dann quasi mein Moment, wo ich dann gebraucht wurde und dann kam halt das Spiel beim FSV Frankfurt, wo ich, äh, Matze Hain, das Ding unhaltbar in den Winkel, äh, schieße und wir dann aber trotzdem das Spiel noch gewinnen. Dann hat Stani mich erstmal wieder rausgenommen, weil es halt ein ziemlich bescheidener Auftritt oder ein unglücklicher Auftritt von mir war in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war okay, aber die erste Halbzeit war gar nicht gut. Mein Gegenspieler hat mich auch doof aussehen lassen beim ersten Tor und dann das zweite mach ich selber, also, war ziemlich scheiße. Hab dann auf der Bank gesessen gegen Lautern. Gegen Lautern, ja, wir waren im Rhythmus drin und das war auch wichtig, dass wir das erste Spiel gewonnen haben und dann fährst du nach Koblenz und, also zunächst mal muss ich, über das Aachen-Spiel können wir nicht sprechen, ohne auch das zu erwähnen, das war dann natürlich, hatten wir diesen, ähm, sehr, sehr unglücklichen Zwischenfall mit dem einen Fan, der von der Tribüne gefallen ist. Das war das Spiel, ähm, wo natürlich im Prinzip die, die Freude darüber auch schon kommt, also getrübt, ist untertrieben. Es war alles weg, weil, weil das sah, ziemlich scheiß aus, ich stand direkt da, als er runtergefallen ist und, ähm, bin dann schnell reingelaufen, weil ich halt wusste, dass der Hohtrainer, der Aachener Christian Schmidt, mit dem ich ja selbst noch zusammengespielt habe, der hat damals schon Medizin studiert und ich wusste, dass er jetzt fertiger Arzt ist und bin halt sofort rein und hatte ihn rausgeholt und dann kam auch noch die Sanitäter, also die haben sich dann um alles gekümmert, aber, ähm, das war halt der, der äußerst negative Umstand, ähm, bei dem Spiel, glücklicherweise, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es da keine allzu schweren Folgeschäden für, für den jungen Mann, also der hat das dann irgendwie noch Glück im Unglück gehabt und, ja, zurück zum Sportlichen, dann, dann waren wir aber rein sportlich total in diesem, in diesem Flow drin, das lief einfach so, und dann fährst du nach Koblenz, sechs oder sieben, was haben wir? Sechs? Fünf eins. Fünf eins. Fünf eins, nee, im Rückspiel waren es sieben. Fünf eins in Koblenz, ähm, wo auch, wo du dann mit einer Selbstverständlichkeit einfach auf dem Platz stehst, heute passiert sowieso nichts. So, ja, dann schießen die alten Tore, dann schießen wir zwei, ist doch egal. Und diese, diese Selbstverständlichkeit, dieses Selbstvertrauen, dieses sehr, sehr positive Gefühl, das hat uns wirklich über die ganze Saison getragen und, ähm, Ihr habt schon auf viele Spiele klar gewonnen. Zuhause gegen FCA 3-0, in Fürth 4-1. Ja gut, das war zum Schluss dann? Das war dann zum Schluss, aber insgesamt haben wir einen Haufen so hergegeben. das war, das war das entscheidende Spiel, weil es war permanent, wir und der FCA waren so auf, äh, zwei und drei, das war das erste Jahr der Relegation, waren, waren so, okay, ein Punkt vor, ein Punkt zurück, Punkt gleich, also es gab selten, dass wir, dass sich eine Mannschaft deutlich abgesetzt hat. War das das Jahr, als der FCA die Relegation gegen Nürnberg verloren hat, ne? Und dann kam das Heimspiel gegen Augsburg, 30. 29. Was war das? 30. 30. Und das war ein klares 3-0. So, da haben, da hat, äh, ich hab da nicht mehr gespielt, weil ich hatte mir gegen Oberhausen einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und dann gewinnen wir dieses Spiel aber wirklich klar und deutlich, die Augsburger keinen Stich gemacht, überhaupt keinen Stich und da war, da war uns klar, alles klar. Jetzt, jetzt bringen wir das Ding zu Ende, jetzt passiert da nichts mehr. So, und dann war halt das, das Ding in Fürth und das war ganz groß. Das war auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz groß. Äh, wir haben uns mit, mit der ganzen Mannschaft oder mit den Jungs, die halt nicht im Kader waren, hatten wir uns dann so einen Bus gemietet und sind morgens um sieben in Hamburg losgefahren. Ich als Fahrer, weil die anderen relativ schnell, äh, nicht mehr hätten fahren dürfen, sagen wir es mal so. und mit, äh, mit einem Rast an vielen Tankstellen und, ähm, Fastfood-Buden und dann gibt's ein, eine, eine Fastfood-Kette, da kann man sich so, so Pappkronen mitnehmen und dann war, ein Teil des Busses war besetzt mit, äh, mit Königen. Ein ganz großer Spaß, das erste Sixpack, ich glaub, wir waren noch nicht mal auf der Autobahn, da war das schon leer und wir mussten das Spiel halt nur gewinnen, so und dann wären wir, waren wir aufgestiegen beziehungsweise wir waren drei Punkte vor Augsburger, da hatten wir 18 Tore besser, also nach normalen Maßstäben aufgestiegen und, ähm, ja, das war eine sehr, sehr amüsante Fahrt und wir haben halt Witze gemacht, so nach dem Motto, weil unser dritter Torwart, Patrick Borger, saß auch im, im Bus, wir haben Witze drüber gemacht, so nach dem Motto, jetzt müsste nur der Anruf von Starni kommen, weil er wusste, dass wir halt auch kommen, äh, hier Matze Hain oder Bene ist über Nacht krank geworden, du musst dich auf die Bank setzen, muss dazu sagen, Patrick Borger, der konnte nicht mal mehr sitzen, so, und dann kommen wir in Fürth an und dann verletzt sich Matze Hain tatsächlich, aber während des Spiels, also, da war dann kein Wechsel möglich, aber es war halt, wenn das jetzt beim Warmmachen passiert wäre und es hätte geheißen, Palli, du musst mal runter von der Tribüne, den hätten wir mit zwei Mann stützen müssen, also, da war nichts mit, mit, mit Fußballspielen und auch die Fans bei uns im Block, wir waren halt im, im Fanblock und da kam die auch so, was ist denn, hat der schon, ich sag, ja, kann sein, dass der schon den Cola getrunken hat, ich weiß es nicht genau, ähm, also wir haben uns da einfach, ne, dazwischen gemischt, es war, es war wirklich großartig, also die Fahrt war einfach, war einfach Wahnsinn und dann kommen wir da an und dann, äh, läuft auf einmal David Hasselhoff in der Kabine, was ist denn hier los, völlig Banane, Looking for Freedom, Aufklärung war die, dass Ebbe nicht mehr schlafen konnte mittags und hat dann die komplette Mannschaft geweckt, weil Ebbe war der DJ, Marius Ebers und hat sein, hat unsere Musikanlage auf den Flur gestellt und hat Looking for Freedom auf voller Lautstärke laufen lassen und das Lied war dann irgendwie so unser Aufstiegslied. Das ist ein lässiger Move, wenn man selber nicht schlafen kann, erstmal alle anderen wecken, das ist ehrlich gesagt so, wie es meine Kinder auch machen. Und vor allem mit dem schlimmsten Lied. Ach, naja, ja, zumindest nicht mit dem Besten. Wir können jetzt darüber streiten, aber ich finde das Lied, ich finde das Lied gut, vielleicht auch, weil ich natürlich jetzt ganz viele positive Dinge damit verbinde, aber das lief dann auf allen Aufstiegsfeiern, das lief das Wochenende drauf gegen Paderborn im Stadion und das ist tatsächlich unser Aufstiegslied. Und jetzt Hand aufs Herz, hast du auch da dann keinen Tropfen Alkohol getrunken? Keinen Tropfen. Seit Mai 2003 habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Bei keiner der Aufstiegsfeiern? Keine Aufstiegsfeier, kein Silvester, kein Geburtstag, keine Hochzeit, kein gar nichts, irgendwas. Dieser eine Abend, kurz zur Erklärung, es war ein Abend, an dem ich es aber so dermaßen völlig unfassbar übertrieben habe, dass mich das wahrscheinlich auf ewig geheilt hat. Ja, geil, eigentlich. Ist total gut, weil man kriegt ja alles perfekt mit. Richtig. Ich kann mich auch noch an einen Geburtstag erinnern, wo alle dachten, ich trinke Cuba Libre, was mein Lieblingscocktail ist, aber es ist einfach nur Cola mit Limetten, das war der beste Tricks meines Lebens. Und ich konnte dabei zugucken, wie alle, auf einmal haben sie immer lauter gesprochen, irgendwann haben die sich immer so angebrüllt und haben mitten im Satz das Thema gewechselt und das war sehr, sehr lustig, mal zu gucken, wie das so ist. Ich kann sich dir vorstellen, wie ich mich fühle und warum die meisten Partys für mich irgendwann zwischen eins und zwei einfach auch zu Ende sind. Ja, das kann ich sehr gut verstehen, aber man kann ja dann in einer Fahrgemeinschaft mit Fahrern Urlaub bilden, das ist dann ja auch nicht das Schlechteste. Wie wird dann so ein Aufstieg, wo wurde der Aufstieg dann gefeiert, wenn es sonst schon immer an den Ballermann ging? Erstmal in Fürth. Okay, unsere Zuhörer aus Nürnberg und Fürth werden jetzt wahrscheinlich lachen. War das nicht total schlimm, dass diejenigen, die mit dem Bus angereist sind, dann schon ordentlich einen im Tee hatten? Die hatten ja eine Aufsprung. Kannst du mir glauben, die anderen haben das sehr, sehr schnell aufguckt. Sehr schnell aufguckt. Ja gut, nach 90 Minuten Profifußball reicht ja wahrscheinlich auch eine kleine Apfesschorle, die ein bisschen zu lang in der Sonne stand. Wollte ich gerade sagen, wenn du 90 Minuten Fußball hinter dir hast, geht das auch sehr, sehr schnell. Und ja, es ging in der Kabine weiter, dann im Hotel und dann haben wir irgendwas in der Altstadt gesucht und hatten dann so eine Bar oder so ein, weiß ich, gar nicht mehr gefunden und dann kam noch Billiskoff dazu, der zu dem Zeitpunkt in Fürth spielte und ja, ja, und dann haben wir halt ein bisschen Aufstieg gefeiert. Für die es ja auch um nichts mehr ging, also die sind im goldenen Mittelfeld der Tabelle gelandet, das heißt, da konnte man da ein bisschen... Fürth zu der Zeit, ja, und im Prinzip durchgemacht bis zum nächsten Morgen und eigentlich wollten wir ja mit dem Bus, ich hatte den Bus für hin und zurück gemietet und habe mir nur gedacht, ey, wenn ich jetzt hier die ganze Nacht durchfeiere, ich kann morgen früh nicht auch noch 700 Kilometer zurückfahren und hatte halt einen privaten Kontakt zum damaligen Autovermieter und habe ihm nur geschrieben, ich sage, sag mal, kann ich das Ding nicht hier irgendwo am Flughafen abstellen und dann lass uns mal den Vertrag quasi umschreiben auf Oneway und dann buchen wir für uns alle auch noch, weil auf der Maschine war noch Platz, klar, stell hin und dann könnt ihr da zurückfliegen, weil ich habe keinen Bock, nicht geschlafen und dann musst du nochmal 700 Kilometer fahren, also musste nicht sein, sondern zurückgeflogen und dann sind wir in Hamburg empfangen worden bei klassischem Hamburger Sommer, sprich Regen und haben frei bekommen bis Donnerstag. Sollten Donnerstag wieder alle fit sein. Ja. Das Problem war nur, dass am Donnerstag eine große Party in Hamburg war und viele der Jungs halt Donnerstag auch nochmal feiern waren. So, wir haben am Montag haben wir im Olympischen Feuer da, unserem Strammen Restaurant, haben wir die die Glasfront zugeklebt und gefeiert inklusive, weiß ich nicht, auf dem Tischen, auf dem Tresen, also wirklich den Laden einmal auf links gedreht, Dienstag dann ein bisschen ruhiger, so ein bisschen, Mittwoch war dann schon, hat sich das ein bisschen zerstreut, Donnerstag sind nur noch die ganz harten Feiern gewesen und dann hatten wir am Samstag schon das, hatten wir Samstag oder Sonntag, weiß ich gar nicht mehr. Letzter Spieltag ist immer Sonntag. Sonntag. Haben wir am Sonntag dann gegen Paderborn zu Hause gespielt, haben auch, sind auch in Führung gegangen, aber irgendwie zeigte sich dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Müdigkeit, dass das nicht unbedingt die professionellste Vorbereitung der Saison war auf dieses Spiel. Eigentlich schade, weil die Schale beziehungsweise die Meisterfelge wäre halt greifbar gewesen, weil Lautern parallel gegen Augsburg gespielt hat und ja, ich glaube unentschieden und wir mit einem Sieg quasi hätten Meister werden können. Ja, genau. Haben es dann aber halt verpasst gegen Paderborn zu gewinnen und haben dann im Stadion weiter gefeiert. So und dann haben wir im Stadion gefeiert und dann sind wir mit dem Doppeldeckerbus auf den Kiez gefahren und das war unglaublich. Also das war wirklich Wahnsinn auf der Reeperbahn, weiß ich nicht, die Polizei sprach von irgendwas über 100.000 Menschen, ich kann das schwer einschätzen, wie viel das dann wirklich waren. Auf jeden Fall Reeperbahn oben und unten gesperrt und alles voller Menschen. Spielbudenplatz, drumherum, die ganzen Seitenstraßen, alles war voll. Unglaubliche Bilder, unglaubliche Empfindungen, wenn du dann auf diesen Balkon des Theaters kommst und schaust raus und siehst gar kein Ende der Menschenmassen. Das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich sage, dafür machst du das Ganze also. Sehr, sehr schöne Empfindung einfach, aber viel interessanter war einfach dieses Gefühl, dass du jetzt Bundesliga spielst, Erste Liga mit diesem Verein. Und hat sich ja für dich ja wahrscheinlich auch ganz anders angefühlt, weil zum einen dieser Verein und zum anderen du hast die ja quasi mit nach da oben gebracht. Ja, ich hatte schon dann, helft mir kurz, wie viele Spiele habe ich gemacht? 22, 20, 21, 21. Hab also da auch so meinen kleinen Teil dazu beigetragen, dann tut so ein Aufstieg einfach sehr, sehr gut und ja, das war insgesamt einfach ein tolles Gefühl und dann startete das Unternehmen Erste Bundesliga. Wie war das dann jetzt nochmal zurück zu sein in der Ersten Liga? Was hatte sich da verändert im Vergleich zur Mainzer Zeit? Eigentlich nicht so viel. Ich war halt einer der wenigen, die schon mal ansatzweise wussten, wie es in der Ersten Liga abgeht. Ebbe hatte gespielt, gut, dann kam Asamoah noch dazu, aber ansonsten war es relativ überschaubar, was an Jungs, die die Erste Liga schon kennen. Es war alles nochmal eine Stufe größer, weil das mediale Ding halt nochmal größer war als 2006. Aber ansonsten, ja, wir wussten halt, dass wir jetzt natürlich deutlich mehr im Fokus stehen und dass es nicht leichter wird. Auch für mich persönlich. War es ja dann auch. Richtig. Ja, hinten raus dann auf dem 18. Tabellenplatz gelandet, aber eigentlich sehr vielversprechend gestartet, eine gute Hinrunde und dann in der Rückrunde, was? Mehrere Dinge, die da zum Tragen kommen. Erstmal allgemein oder sollen wir erstmal über meine Situation sprechen? Machen wir erstmal allgemein. Ja, genau. Erzähl mal auch so ein bisschen, was man vielleicht darüber, über den Abstiegskampf auch lernen kann. Denn das hat mir ja häufiger, dass Mannschaften in so einen Negativstrudel reingeraten und dann, und in der ersten, in der Hinrunde noch gerade als Aufsteiger über den Erwartungen spielen und dann aber irgendwann in der Rückrunde geht was verloren oder. Am Anfang wirst du ja nicht, ich will nicht sagen nicht ernst genommen, aber du bist halt der Neue, du bist der Neuling und man kennt dich noch nicht so und und und. Wir haben tatsächlich gut angefangen. Ich habe die ersten Spiele auch, war ich noch nicht mal im Kader. Und dann haben wir uns so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, wir haben ordentliche Ergebnisse geliefert. Nach hinten raus, dann auch nochmal mit Niederlagen gegen Mainz und den FC Bayern aus der Hinrunde verabschiedet und dann kam eigentlich der beste Rückrundenstart. Wir waren vor dem Spiel beim BVB waren wir die beste Rückrundenmannschaft. Wir haben aus fünf Spielen elf Punkte geholt, also drei Siege, zwei Unentschieden. Wir haben Köln, Gladbach und wen haben wir noch besiegt? Köln, Gladbach, Hoffenheim, Unentschieden, Köln, 3-0, Gladbach, 3-1, HSV. Achso, natürlich, natürlich. Das überlege ich denn da. Ich wollte es eigentlich nur von euch hören. Und dann den HSV besiegt. Das war auch geil, dass das Ding verlegt werden musste, weil die ihren Rollrasen nicht zeitnah oder rechtzeitig verlegt haben und der Hamburger Sommer hat dem dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, deswegen musste es verlegt werden. Also da eine geile Phase gehabt und dann sind wir nach Dortmund gefahren, wo ich ja ein Tor erzielt habe für die falsche Mannschaft. Und da ging es dann eigentlich los und das war aber losgelöst, bleibe ich dabei, das war losgelöst vom Derby. So viele Leute sagen, das Derby war der Auslöser. Nein, das hat damit nichts zu tun und dann viele Leute erzählen, ja und das mit Stani, weil es war nicht klar, ob er bleibt. Es war so ein bisschen Hickhack über mehrere Wochen und dann, ja ich gehe nach Hoffenheim und nein, das hat er überhaupt nicht reingespielt und wenn dann nur unwesentlich, weil wenn man sich das Ganze mal sportlich anschaut, wir haben in diesen Wochen haben wir in Dortmund Bastian Utschipka verloren, Knöchelbruch. Wir haben in Nürnberg Carlos Zambrano verloren mit seinem Sehnenabriss im Oberschenkel. An fünf Boden das kam erschwerend hinzu, aber du hast, solange die Viererkette stand und wir waren eingespielt, das waren Carlos und ich im Zentrum, das war auf der rechten Seite Markus Thorant, es war nicht seine Lieblingsposition, aber er hat sie, in dem Konstrukt hat er sie richtig gut gespielt und wir haben links Bastian Utschipka gehabt, der damals schon wahnsinnig viel Potenzial hatte, mit unseren Sechsern davor, Matze Lehmann und Boller, das stand. Wir haben da wirklich sehr, sehr gut gespielt und jetzt brechen die halt immer wieder Spieler weg, die schon die beiden Langzeitverletzten und dann selbst die, die dann reingekommen sind, dann hat Tore sich verletzt, also Markus Thorant hatte sich verletzt, dann musstest du die ganze Zeit hin und her schieben. Der FC Bayern und wahrscheinlich sieben, acht, neun andere Bundesliga-Vereine zehn, elf fangen das auf, dass sie zumindest nicht unten reinrutschen und nur noch verlieren. So, aber wenn du einen Umstand brauchst, dass alles zu hundert Prozent passt, wie es bei uns halt der Fall war, die Namen mögen jetzt sogar, behaupte ich, fast austauschbar sein, also ob ich da jetzt über einen längeren Zeitraum spiele oder vielleicht Tore im Zentrum und ein anderer rechts, mir geht es jetzt gar nicht nur um die Namen, aber wir hatten eine Kombination gefunden, die funktioniert hat und dann fällt die komplett auseinander. So zwei fallen ganz raus und das, was dann quasi ersetzend reinkommt, bricht auch immer wieder weg. Wir haben es nicht mehr geschafft, eine Viererkette über zwei Spiele zu retten, weil wir die ganze Zeit wechseln mussten. Das ist einfach ein Umstand, der dir so viel Qualität kostet, dass eine Mannschaft wie wir das halt nicht auffangen kann. und dann kommst du halt auch in diesem Rathner zu einem Unentschieden in Wolfsburg. 2-2 war es, glaube ich. Und das war für mich einer der Hauptgründe, einer der entscheidenden Gründe, warum wir nach hinten raus einfach nichts mehr geholt haben, weil aus sportlicher Sicht, weil es da dann einfach nicht mehr gepasst hat, weil wir haben den Laden nicht mehr dicht bekommen und als FC St. Pauli in der ersten Liga, ja, es muss halt wirklich nahezu alles optimal laufen und gerade im Defensivverbund war es das nicht mehr, weil mit Carlos und Basti zwei Säulen uns komplett weggebrochen sind und alles andere war dann immer wieder so ein, die Jungs hatten auch keine Möglichkeit in den Rhythmus zu kommen. Wie schon gesagt, dann war Markus Thorand noch weg, dann kommt Kalle Rotenbach aus einer Verletzung raus, dann kommt Jan Philipp Kalle aus einer Verletzung raus, dann verletzen sie sich wieder, dann müssen sie auf Positionen spielen, die vielleicht nicht ihre hundertprozentige Optimalposition ist und 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 dann war ich der einer derjenigen, die halt konstant gesprungen sind. War vor dem letzten Spiel, das letzte Erstligaspiel war in Mainz, das letzte Spiel am Bruchweg, kommt Stani zu mir und sagt, Ralf, ich hab mal nachgeguckt, rechter Verteidiger fehlt dir noch bei uns. Also ich hab links, ich hab halb links und halb rechts. Ich sag, richtig. Da weißt du was, das spielst du heute. Ja, stark. Weil ich brauch dich auf rechts, weil wir keinen Rechtsverteidiger an dem Nachmittag und so lief das dann wirklich über einen längeren Zeitraum, so nach dem Motto, okay, warte, wir haben heute Mittwoch oder Donnerstag. Jetzt müssen wir mal gucken, wen haben wir denn fit zur Verfügung und wie basteln wir daraus eine Defensive? Und das funktioniert halt auf dem Niveau für einen Verein wie den FC St. Pauli sehr schwierig. Kann man das denn dann eigentlich noch genießen, erste Liga zu spielen? Oder ist das so ein bisschen vergiftet durch den Abstieg dann? Weil du bist ja in den Stadien, in denen du eigentlich spielen willst. Ich meine, du jetzt schon zum zweiten Mal, aber viele aus der Mannschaft ja zum ersten Mal und du hast ja auch mit einem sehr, sehr guten Aufstieg das geschafft. Es war ja nicht irgendwie glücklich reingerutscht, sondern mega gute Offensive gehabt. Ihr hättet noch Meister werden können, hast du ja alles erzählt. Ja, was heißt genießen? Also grundsätzlich haben wir schon jedes Spiel genossen, aber wenn ich nur an das Spiel beim FC Bayern denke, wo nach fünf Minuten müssen wir eigentlich führen, weil wir eine riesengroße Chance haben, so und aber dann führen nicht wir, weil Finn Bartels in dem Fall den Ball übers Tor schießt und dann haut Altin Top das Ding aus 22 Meter in den Winkel und du fragst dich, weil das Spiel war dann schon eher auf Augenhöhe. Natürlich hatte der FC Bayern die besseren Fußballer, aber das waren halt andere Voraussetzungen als noch fünf Jahre vorher im DFB-Pokal und es klappt halt trotzdem nicht aus verschiedensten Gründen. Weißt du, dann kriegst du noch eine beschissene rote Karte. Gut, Thomas Kessler, es war halt wirklich eine Notbremse und dann machen sie es 2-0 und es 3-0 und du ärgerst dich einfach, weil du weißt, ey, mit ein bisschen mehr Glück wäre hier halt mehr drin gewesen und ja, genießen. Natürlich habe ich es genossen, dann keine Ahnung, unten auf Schalke im Tunnel zu stehen oder im Tunnel in Dortmund zu stehen und gehst halt raus und blickst nach links und siehst halt diese gelbe Wand und spielst gegen Dortmund und da hat Klopp seine Mannschaft halt auch ganz clever eingestellt, weil er wusste natürlich, dass wir unter der Woche gegen den HSV gewonnen haben. Du hast halt wirklich gemerkt, es geht darum, uns nicht ins Spiel kommen zu lassen. Leute, die haben unter der Woche gespielt, die sind Euphorie HSV, die kennen das nicht, geht von Anfang an drauf und ich habe auch das jetzt eine Anekdote, eine Geschichte aus der Zeit. Ich bin nach dem Spiel oder vor dem Spiel, nach dem HSV-Spiel, vor dem Dortmund-Spiel bin ich zu Assa gegangen, also Gerald Asamoah. Ich sage, wir brauchen dich am Samstag, weil es war nicht ganz klar, ob er fit wird oder nicht. Ich sage, ich brauche dich davon, ich brauche diesen Anspieler, der aber auch Spieler bindet. Wenn Asamoah da steht mit seinem Kreuz, dann weiß ich, dass Subotic und Hummels zu tun haben. Den spiele ich an, der stellt den Körper zwischen, der verschafft uns mal Luft. Er konnte nicht, also seine Verletzung hat es nicht zugelassen und dann hat Richie Sukuta Paso gespielt. Auch jemand mit viel Potenzial zu dem Zeitpunkt, aber halt noch einfach sehr jung. Keine Erfahrung. Und den haben, muss man halt so sagen, da haben Nevin und Mats ihn aufgefressen. Und dann hast du ihn angespielt und der Ball kam. Das war ja auch die Meistersaison. Das kommt noch dazu, das wollte ich auch noch erwähnen. Und dann kam der Ball postwenden zurück. Das war im Hinspiel genauso. Mein Hinspiel war mein erstes Spiel dann für St. Pauli in der Bundesliga. Ey, die haben ein Vollgasfußball gespielt. Ich habe gedacht, wir wären drei Mann weniger. Und dann kommt, weiß ich nicht, wer auf dich zukommt. Kagawa kommt mit dem Ball auf dich zu und Götze hinterläuft und in deinem Rücken verschwindet Barrios und du weißt jetzt, ja, was mache ich denn jetzt? A, B oder C, weil eigentlich alles drei, der Zonk. Gegen Mainz auch. Das war auch da das Tucheljahr, die wir gefühlt hatten, die drei Mann mehr. Dann fährst du nach München, dann verliert irgendeiner das direkte Duell und dann läuft Ribéry mit Vollgas auf dich zu und Müller läuft im Rücken weg und links bietet sich Schweinsteiger an und du stehst da und guckst so deinen Innenverteidiger-Kollegen an, so nach dem Motto, wie lösen wir das jetzt? Was machen wir jetzt? Also, ja, du kannst es natürlich genießen und es war auch schön, es war auch toll, dann, du hast eben Raul angesprochen, kannte ich aus dem Fernsehen, der Junge hat, der Junge sag ich schon, der Typ hat, was ist er, 75 Champions League-Tore oder sowas? Real Madrid erzielt. Wie viel? Ja. Du spielst gegen Van Nistelrooy, auch wenn er im falschen Trikot gespielt hat, aber du spielst gegen Van Nistelrooy. Alles, jetzt im Nachhinein sind das tolle Momente, die du mitgemacht hast, in dem Moment ist es einfach knallharter Job. Es ist knallharter Job und wo wir jetzt gerade über das Bayern-Spiel gesprochen haben, bevor wir zum Derby kommen, das willst du ja bestimmt auch ansprechen, da war die andere Szene, wo ich gemerkt habe, warum es gewisse Spieler dann doch weiter schaffen als andere. Und zwar geht es um Bastian Schweinsteiger. Basti kenne ich noch aus der Jugend und wir haben in der, keine Ahnung, 86, 87. ein Zweikampf an unserer Eckfahne mit ihm. Steht 3-0, ein Mann weniger, wir hatten ja die rote Karte von Kessler, ein Mann weniger und ich habe einen direkten Zweikampf mit ihm an der Eckfahne und der Ball geht ins Aus und der Linienrichter entscheidet oder der Assistent entscheidet, ein Wurf St. Pauli und der regt sich auf, als hätte ihm gerade ein glasklares Tor geklaut und so im Vorbeigehen sage ich, ey Basti, jetzt mach mal halblang, zwei Minuten vor Schluss und ihr führt 3-0 mit einem Mann mehr, ist auch mal gut und dann dreht er sich um und schreit mich an, das ist mir scheißegal, ich will diesen Dreckseinwurf. Wo ich sage, okay gut, wir können jetzt darüber streiten, ob dieser Einwurf jetzt zwingend wichtig ist, aber es geht um die Denke dahinter, dass jede einzelne Situation und das ist das, was ich auch auf Stephen Gerard eben meinte und erzählt habe, jede einzelne Situation zu 100% durchziehen. Und das ist halt der Grund, warum Basti vielleicht zwei, drei Schritte weitergekommen ist als viele andere. Und wenn du es vorher schon tausendmal gemacht hast, dann schaffst du es nämlich auch im WM-Finale 2014. Ja, genau. Vielleicht möchtest du noch über die Derbys sprechen, ich habe da so den Eindruck, du würdest gerne noch sprechen, dass ihr gegen den HSV umgeschlagen wart in eurer Bundesliga-Saison. Ja, im Hinspiel haben wir, das war das Heimspiel, haben wir, habe ich nicht gespielt, war ich auch nicht im Kader. Da war das Millern-Tor, die paar Minuten, die wir geführt haben, das war absolut Wahnsinn. Wirklich. So in dieser, in dieser Dauer, so laut habe ich das Millern-Tor, glaube ich. Wo warst du da dann? Ich habe unten im Innenraum gesessen mit all den Jungs, die halt auch nicht im Kader waren und das waren leider auch die, die damals bei dem Spiel, wir sind jetzt Bundesliga gucken, auch dabei waren. Also da hat Standi noch keine Rücksicht darauf genommen und wir waren nicht dabei und haben uns das angeschaut und das war einfach, die paar Minuten war es unglaublich und dann kam halt einer der besten Fußballer, den der HSV in den letzten Jahren hatte, das muss man klar sagen, Petric, mit dem Ausgleichstreffer. Aber ja, das Rückspiel war natürlich groß. Das war ziemlich groß. Die ersten Minuten war es für mich gefühlt Kopfballtraining, weil der HSV viel mit langen Bällen gespielt hat. Hatte ich mit Carlos zusammen, hatten wir mit Van Nistelrooy gut zu tun. Erstaunlicherweise, ich bin jemand eigentlich, der sehr, sehr schnell Handschuhe anzieht, weil ich, gerade was meine Finger angeht, bin ich da sehr empfindlich. Wenn ich mal kalte Finger habe, kannst du mich auswechseln, weil dann bewege ich mich aus Prinzip nicht mehr. Aber in dem Spiel, es war kalt, es war wirklich kalt, es war mir alles egal. Ich war wirklich vom, ich ziehe jetzt meine Fußballschuhe an und gehe raus, war ich komplett im Film. Also nicht nur ich, wir waren alle einfach im Film, weil es halt für uns mehr war als ein Bundesligaspiel. Und das hat, glaube ich, auch den Unterschied ausgemacht. Wir wussten, auf der anderen Seite stehen maximal drei Spieler, die es annähernd auch verstehen. Frank Rost im Tor, weil er einfach Profi durch und durch und von Ehrgeiz zerfressen. Ich sage es nicht gerne, David Jarulim, weil er auch durch und durch HSVer ist und durch und durch Profi. und vorne van Nistelrooy, weil voll gut Profi. Der kennt das Klassico, aber der weiß halt, der weiß einfach was, also ohne, dass ich das jetzt mit dem Klassico vergleichen möchte, aber der weiß, was ein Derby bedeutet. So, aber ansonsten war uns durchaus klar, für die anderen ist das ein normales Bundesligaspiel. Was ich auch keinem zum Vorwurf mache. Überhaupt nicht. Weil es geht um drei Punkte. War aber unsere Chance. Und ihr habt ja genutzt. Auch das war nicht schön. Also auch da wieder, das war nicht schön, was wir gespielt haben. Aber wir haben uns in alles reingeworfen. Wir haben mit wahnsinnig viel Energie gespielt. Ich glaube, das Tor von Assa ist auch so ein bisschen ein Sinnbild für das ganze Spiel, wie er da seinen Körper reinwuchtet und weiß gar nicht mehr wen, quasi mit, Zeruberto war es, quasi mit ins Tor reinwuchtet. Das kann man auch so ein bisschen als Sinnbild für das Ganze nehmen. Und in den letzten Minuten kam auch bei mir wieder dieses, und das habe ich Carlos auch gesagt, und er war halt genauso drauf wie ich, Kommt halt. Kommt. Spielt die Bälle alle hoch rein. Wir köpfen sie alle raus. Und das hat dann auch gut funktioniert. Alle Bälle rausgeköpft. Immer war ein Fuß zwischen Benen. Überragendes Spiel als Torwart gemacht. Ja, und dann gewinnst du so ein Ding 1-0. Wie schließt man denn so eine Saison ab? Also irgendwie ist man ja, egal wie eine Saison läuft, erstmal ist man ja froh, dass es vorbei ist. Ja, nach den Wochen, die dann folgten, mit nur einem Punkt aus 10 Spielen, willst du wirklich irgendwann, dass es nur noch vorbei ist? Wie schließt du es ab? Keine Ahnung. Ich habe, ungelogen, ich bin nach Hause gefahren, habe mich auf die Couch gelegt und habe vier Stunden die weiße Wand angeguckt. Das war... Also leer. Ja, komplett leer. Komplett leer durch den Abstieg, durch... Aber das war nach dem Bayern-Spiel, weil dann sind wir ja noch mal nach Mainz gefahren, aber nach dem Bayern-Spiel war es ja dann auch rechnerisch fix. 1 zu 8, also das war ja richtig... Das kam halt noch dazu. Ich wollte gerade sagen, wie wirkt da die Höhe noch rein, aber wenn es dann... Kaum noch. Kaum noch. Kaum noch. Das spielt mit rein, aber eher aus dem Aspekt, dass du natürlich für Stani da dir einen anderen Abschied gewünscht hast zu Hause. Aber den Bayern tat es ja fast leid. Also haben sich die Spieler nach dem Spiel fast schon entschuldigt. Ich kann mich an die Szenen nach dem Spiel erinnern, ja. Und es war das einzige Spiel in der Rückrunde, in dem ich nicht gespielt habe. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber nach dem 4.5. habe ich auch gesagt, jetzt komm nicht auf die Idee, mich einzuwechseln, weil du kannst in den Momenten kannst du auch nichts mehr richtig machen. Dir tut jeder einzelne Mitspieler leid, weil du die Situation einfach kennst, wie bitter das ist, wie hart, aber du selber kannst da auch nichts mehr retten. Und ja, einfach nach Hause gefahren und wirklich froh, dass es dann rum war, wobei dann halt für mich eine sehr schwere Zeit begann. Ein paar schwere Wochen. Weil? Weil Stani ja den Abschied nach Hoffenheim bekannt gegeben hat und mein Vertrag lief aus. Und dann war halt die Frage, wie geht es denn weiter? Neuer Trainer André Schubert. Helmut Schulte als Sportdirektor konnte, schrägstrich, wollte nicht entscheiden, wie es mit mir weitergeht. Ja, wir müssen gucken und was der neue Trainer sagt und hier und da und ich war jetzt da schon sieben Jahre da. und hin und her und ich bin nach ich bin nach New York geflogen in Urlaub, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Auch telefonisch gab es da ja, wir müssen gucken und wir wissen noch nicht, wir müssen noch planen und 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 ja, dann meldete sich ein anderer Verein, die mich halt haben wollten. Wie sprichst du sie aus? Ah, Raba gegen Audi. Ja, die, die meldeten sich dann. Wo hatten die damals gespielt? Das ist Vierte Liga noch. Vierte Liga, ja. Vierte Liga meldeten sich ja. Wir haben mitbekommen, wie das so bei dir gerade abläuft. Wer hat sich da gemeldet? Ach, das weiß ich nicht mehr. Das ist wirklich schon nicht Ralf Rangnick. Nein, damals war Parkholtrainer irgendeiner seiner Assistenten, Kaderplaner, was weiß ich, was die alles haben. Und ähm, ja. War das überhaupt schon Rangnick? Nein, nein, nein. Nee, nee, war noch bei Salzburg. Ja, und dann, ja, wir haben ja mitbekommen, wie das bei dir ist und wir haben ja dieses Projekt und wir wollen mittelfristig auch in die zweite Liga und dann schnellstmöglich in die erste Liga und mit deiner Erfahrung, ich war kurz vor dem 28. ähm, deine Erfahrung hätten wir gerne hinten drin und Vertrag und dann vielleicht auch Anschlussvertrag bei, du weißt, also quasi dem Unternehmen, das dahinter steht und, ähm. Ich meine gut, vielleicht wussten die natürlich, dass du dich einmal in einer Maibaumnacht mit Energydrinks wachgehalten hast, aber ansonsten, glaubst du, dass die überhaupt auf dem Schirm hatten, dass das vielleicht für dich auch aus nicht sportlichen Gründen gar nicht in Frage käme? Also grundsätzlich, wenn wir bei Fußballverträgen über nicht sportliche Gründe sprechen, sprechen wir wahrscheinlich über das Finanzielle. So, in erster Linie. Das meinte ich jetzt gar nicht, aber in dem Aspekt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine nur, um das vielleicht auch mal zu erklären, ähm, wie, also, wenn ich, mein Bankberater, der würde mich wahrscheinlich schlagen, wenn ich ihm heute erzählen würde, was ich damals abgelehnt habe. Hättest du besser verdient als in der ersten Liga? Ich hätte deutlich besser verdient als in der ersten Liga. so, ähm, also, naja, deutlich ist übertrieben, aber ja, ich hätte besser verdient. Also vor allem für die Relation fährt die erste Liga, ne? Ähm, es ist dann schon, also das, ich muss gestehen, du, du, du sitzt da am, am Telefon und der nennt dir die Zahlen und das ist ohne Verhandlung. Also es ist jetzt nicht so, dass, sondern einfach nur, pass auf, das ist mal so unsere, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es deren, ähm, es war so deren, ähm, fixes Dings für die Liga, so fixes Salary für die Liga, das haben sie dann ihren Top-Leuten in Anführungsstrichen bezahlt und überlegst und denkst, so, warte mal, ich verdiene in der vierten Liga mehr als in der ersten Liga bei St. Pauli. Gut, bei St. Pauli hast du jetzt keine Unsummen verdient, aber trotzdem war es halt erste Liga. Äh, ich verdiene in der vierten Liga mehr als in der ersten, ähm, wie schon gesagt, inklusive Anschlussvertrag für danach und, und, und. Aber erstaunlicherweise bin ich nie ins Grübeln gekommen. Es war für mich zu keinem Zeitpunkt ein ernsthaftes Thema. Ich wurde von der, auf der anderen Seite vom Verein in der Zeit sagen wir mal unglücklich behandelt von St. Pauli, weil halt hingehalten und keiner hatte die Eier eine Entscheidung zu fällen. Äh, vor allem eigentlich waren wir so weit, dass wir gesagt haben, wir verlängern. Nur als Standin dann gesagt hat, er geht nach Hoffenheim, ist alles auf Eis gelegt worden. So, und dann fragst du dich halt schon, jetzt sind halt sieben Jahre, sind die jetzt so, vergisst man die jetzt so schnell, ähm, dass jetzt der Sportdirektor nicht hingehen kann und sagen, pass auf, du bist hier einer der Jungs, die wir halten wollen, du bleibst. und hab dann einen tatsächlichen Bewerbungsgespräch mit André Schubert gehabt, haben wir uns im Mannschaftshotel getroffen und saß zwei Stunden da mit ihm, ähm, wie ich mir denn gewisse Dinge, drei Stunden, wie ich mir denn gewisse Dinge vorstelle, mit der vier Kloppos, ja, äh, gewisse Dinge vorstelle und wie ich, ähm, ähm, wie das denn ist, wenn ich mal auf die Bank muss und, ähm, wie ich denn, das ist ja gesagt, ja klar, finde ich super, auch kein Problem. Ja, aber, und dann, was erwartet er da? Du siehst du dich in fünf Jahren? Ja, in die Richtung ging es halt tatsächlich und, ähm, nochmal, auf der anderen Seite hast du dann ein Angebot da liegen, das, und warum kam es nicht wirklich in Frage? Also, es würde dir nicht mal, ich meine, natürlich kommst du mit St. Pauli von einem Verein, wo einem auch gewisse Werte beigebracht werden und der steht ja auch für eine gewisse Art und Weise, wie man dieses Fußballgeschäft versucht mitzuspielen, ohne sich sämtliche Fingerspitzen schmutzig zu machen. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch eine, eine private Zukunft, für die du vorsorgen musst, ähm, du hast, äh, finanzielle Aspekte und ja auch eine Perspektive, du wächstest ja nicht zu einem Viertligisten, der in der vierten Liga bleibt, sondern es war ja schon damals abzusehen, jetzt nicht unbedingt genau die Geschwindigkeit, aber du wusstest ja auch, naja, zwei Jahre dann, da bin ich vielleicht schon wieder in der zweiten. Ich würde mich als idealistischen Realisten oder als realistischen Idealisten bezeichnen, ähm, und du hast die Werte angesprochen, die du natürlich über eine lange Zeit bei St. Pauli einfach ja nicht nur mitgelebt, sondern auch mitgetragen und mitentwickelt hast. Und deswegen war das, habe ich nicht ernsthaft darüber nachgedacht, dieses Angebot anzunehmen, ähm, aus verschiedenen Aspekten sicherlich dumm, das mag sein, aber ich habe irgendwann für mich entschlossen, dass ich in meiner sportlichen Zeit und vielleicht jetzt auch in der Zeit danach, ähm, ich werde den Leuten nicht in Erinnerung bleiben, weil ich mit ihnen dreimal deutscher Meister, fünfmal die Champions League oder andersrum und gehe mir einfach mal die Titelsammlung von Basti durch, Schweinsteiger. So, das, der bleibt auf ewig in Erinnerung wegen seiner Titel, aber auch wegen seiner Art und Weise. Andere Spieler verbindest du nur mit den Titeln. Mhm. Mir war, und das habe ich bei St. Pauli dann einfach gelernt, wichtig, dass ich natürlich meinen Job als Fußballprofi ausübe und, ähm, in erster Linie ist es ja auch das, was, was ich getan habe, aber darüber hinaus vielleicht auch Dinge bewegt, mitgetragen oder in irgendwelcher Form auch immer Fußstapfen oder Fingerabdrücke auf irgendwas hinterlassen habe, an die man vielleicht auch neben dem Fußball einfach gerne denkt. Und ich glaube, dass ich mir sehr, sehr vieles, wenn nicht sogar alles, was ich in den sieben Jahren und ich will nicht sagen ich, sondern wir alle in dem Bereich aufgebaut haben, umgestoßen hätte. Ich hätte sehr vieles unglaubwürdig gemacht. Ich hätte sehr viele Aussagen, ja, obsolet gemacht. Und hast du auch mit der Begründung bei Leipzig dann abgesagt? Haben die das verstanden? Nein, ich habe einfach nur abgesagt. Ich habe gesagt, dass das für mich kein Thema ist und ich gerne beim FC St. Pauli bleiben würde. Obwohl zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass ich bleiben darf. Was dann aber so kam? Glücklicherweise, ja, nach dem Gespräch mit André Schubert, ähm, ja, wir verlängern um ein Jahr und hatte dann das Jahr verlängert, aber mir war durchaus bewusst, dass es jetzt unter Schubert schwer wird, viel und häufig zu spielen, was ja dann auch der Fall war. Ich habe zwar, boah, helft mir bitte, neun Spiele. Gar nicht hier. Oder waren es sogar zwölf, aber davon irgendwie... Das war dann elf, zwölf, ne? Ja, elf, zwölf, ähm, aber davon waren es auch, weiß ich nicht, fünf Auswechslungen oder sowas, beziehungsweise ein Wechselspiele waren es. Zwölf Spiele und wie oft eingewechselt? Fünf Spiele waren es, ja. Also fünfmal eingewechselt von diesen zwölf. Ähm, es war halt nicht mehr zu vergleichen wie noch die Jahre vorher. Ähm, und dann war es im Winter so, dass ich ein Gespräch wieder mit dem Trainer hatte, im Trainingslager in Valencia oder in der Nähe von Valencia und, ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie das im Sommer aussieht und, also, Perspektivgespräch auch, aber nichts, nichts Halbes, nichts Ganzes. Vielleicht auch, weil sie es nicht konnten. Wir hatten fünf Innenverteidiger und wussten selber nicht, wie es weitergeht, aber zeitgleich erfahre ich dann, dass zu dem Zeitpunkt schon, ähm, Gonter und Mohr zugesagt haben, die dann aus Paderborn gekommen sind, die beiden Innenverteidiger und da war für mich dann klar, gut, dann, also, da brauche ich mir jetzt nicht groß Hoffnung machen, dass mein Vertrag noch verlängert wird und eigentlich ohne, ohne dass wir dann aktiv auf die Suche gegangen sind, also für mich kam ein Vereinswechsel eigentlich nicht in Frage, kam der Anruf von Harald Gärtner, seinerzeit dann Geschäftsführer Sport beim FC Ingolstadt und der kam am 29. Januar, dann ist ja nicht mehr so viel Zeit und dann, ähm, rief mich mein Berater an, beziehungsweise, das war dann Sonntagmorgen nach dem letzten Testspiel gegen, keine Ahnung, irgendeine spanische Mannschaft, haben wir Sonntagmorgen Training gehabt und ich hatte vier oder fünf Anrufe in Abwesenheit von meinem Berater und dann wusste ich, okay, irgendwas, irgendwas ist, ich ihn zurückgerufen, ja, Ingolstadt hat angerufen, die wollen dich. Ich so, jetzt oder im Sommer? Jetzt. Ich so, aufs Datum geguckt, okay, du brauchst jetzt aber nicht jetzt eine Antwort. Naja, halbe Stunde? Ein paar Minuten wäre ganz gut. Ich sag, boah, gute Frage. jetzt überleg mal, siebeneinhalb Jahre mit allen Aufs und Abs, das hat natürlich extrem zusammengeschweißt. Du hast dir viel aufgebaut und musst dann quasi so auf Knopfdruck entscheiden. Ich sag, pass auf, wir legen jetzt auf, ich fahr nach Hause, Fahrzeit roundabout 20 Minuten, gib mir mal ein paar Minuten. Lass mich zumindest die Fahrzeit überlegen. Komm nach Hause, steht meine damalige Freundin in der Haustür und guckt mich schon so an, so, so, batend. Dein Vater hat mich angerufen. Und ich sag, okay, dann weißt du es also. Ja, was machst du? Ich weiß es nicht, ich wusste es, also, was, was willst du, also, so schnell, so eine Entscheidung, das ist ja eine gravierende, das ist eine einschneidende Entscheidung, was willst du in dem Moment machen? Und hab wirklich zu Hause gesessen und, und, ich, ich wusste es einfach nicht. ich hab meinen Vater angerufen, hab dann meinen Berater angerufen, ich sag, pass auf, Trainer soll mich bitte mal anrufen. Ja, damals Thomas Oral Trainer gewesen, ich möchte kurz mit dem Trainer sprechen. Und die hatten ein Festspiel gegen Hoffenheim, ja, der ruft dich danach an. Und dann hab ich 20 Minuten mit Thomas Oral telefoniert und es war halt wirklich eine unglaublich schwere Entscheidung. Es war sehr, sehr schwer für mich, diese Zeit einfach zu beenden. Aber da kommt dann der Realist in mir durch, wo ich dann aber auch weiß, okay, die Zeit ist in einem halben Jahr hier zu Ende. Das wird nicht weitergehen. Also, da muss schon sehr, sehr viel passieren, damit es weitergeht. und du musst das, also, mach das. Es ist, ähm, schwer, aber wer weiß, ob du in einem halben Jahr wieder so eine durchaus interessante, attraktive Möglichkeit bekommst. Ja, Ingolstadt war zu dem Zeitpunkt im, im Abstiegskampf. Aber, ähm, es war halt wieder auch dieses Gefühl, wir wollen dich haben. Mhm. Wir brauchen deine, wir brauchen deine Qualität. Du sollst die Abwehr stabilisieren und, und, und. Also wieder dieses Gefühl gebraucht zu werden, eine wirkliche Aufgabe an die Hand zu bekommen. Und dann, ähm, dem Verein Bescheid gesagt, also St. Pauli. Und dann saß ich mit Schulter am nächsten Morgen, das war ein Montag, zusammen im Büro. Und, so ein bisschen hin und her. Und dann sagt der Ralf, pass auf, du hast dich hier immer, ähm, korrekt verhalten und, wir wollen dir da jetzt auch keine Steine in den Weg legen. Haben halt die Lösung gefunden, das, eine klassische Fallaufhebungsvereinbarung. und, ähm, ja, dann, musste ich schon nach, musste ich schon nach München fliegen. Das war, ähm, jetzt mal auch aus privater Sicht gesprochen, das war halt nicht leicht. Ähm, weil du hast dann, ne, du hast ja dann auch, ähm, du hast eine Freundin zu Hause sitzen, der musst du dann sagen, ich bin jetzt mal von jetzt auf gleich weg. So, ähm, kann halt nicht, äh, es gab keine Möglichkeit, dass sie, dass sie mitkommt. Wann sehen wir uns wieder? Keine Ahnung. Wusstest ja wirklich nicht. Ja, und, äh, wann, weil sie war halt, äh, Polizist oder ist Polizistin, äh, und war halt gerade im Einsatz, ganz normal Tagesstreife, und wann, so, ich fahre jetzt zum Flughafen. Ohne Tschüss zu sagen oder sowas. Ähm, ja gut, sie ist dann, da haben wir uns kurz in der Stadt getroffen, sie halt in ihrer Polizeiuniform, wie willst du dich da groß, also, ja, schön dich zu sehen, und wann sehen wir uns wieder? Mal gucken, wann's passt. So, das nur als, so als kleine private Randnotiz, das spielt da trotzdem alles irgendwie mit rein, ähm, weil die Situation keine leichte ist. Ja, und dann bin ich nach Hause, hab zwei Taschen gepackt, wirklich so, mit, ne, zwei Jeans, ein bisschen Unterwäsche, Socken, T-Shirts, Pullover, Winterjacke, Fußballschuhe eingepackt und nach München geflogen. Und, ähm, war dann in München. Musste dann die Sportmedizinische machen und am nächsten Tag trainiert. Ich hab in den zwei Tagen, hatte ich zweieinhalb Kilo abgenommen, weil es so viel Stress war und auch so viel hin und her, dass das, ähm, ja, das war halt eine, eine krasse Geschichte, aber es ging zu dem Zeitpunkt nicht anders. Wenn ich geblieben wäre, wäre ich ein halbes Jahr später da gestanden und hätte möglicherweise gar nichts gehabt. hat bei der Entscheidung nach Ingolstadt zu gehen die Struktur des Vereins, ähm, auch eine Rolle gespielt. Ich meine, du hattest natürlich viel weniger Zeit und es ist nochmal eine ganz andere Ecke als Leipzig. Ja. Aber es gibt natürlich genügend Fans, die das schon über einen Kamm scheren. Also das Verhältnis von Audi zu, zu Ingolstadt ist ein anderes, ähm, auch Ja. sehr viel reduzierter und der Verein existiert quasi nicht, um, um ein Produkt zu bewerben. Aber hat das, ähm, eine Rolle gespielt bei den Überlegungen? Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, ja, ähm, habe, bin aber genau zu dem Entschluss einfach gekommen, dass ich da schon noch Unterschiede sehe und muss sagen, mir sind auch keine negativen Reaktionen von St. Pauli-Fans bekannt, was den Wechsel angeht. Ich habe natürlich sehr viele Reaktionen über meine sozialen, oder zu dem Zeitpunkt war es nur Facebook, ähm, bekommen, aber da war nichts Negatives im Sinne von, ähm, Söldner oder irgendwas in die Richtung, ähm, insofern glaube ich, dass die allermeisten da schon differenzieren können. Mhm. Ja, das wäre, glaube ich, bei Leipzig definitiv anders gewesen. So, jetzt bist du in Ingolstadt, ich, kaum zu glauben, dass wir jetzt bei deiner letzten Profistation angekommen sind. Wie, wie kannst du die Jahre zusammenfassen, die Zeit da? Also das erste halbe Jahr, das war ja dann die Rückrunde, war, ja, ich wurde geholt, einfach um die Klasse zu halten. Wir haben auch, glaube ich, sechs, sieben, acht Spiele zu null gespielt, also durfte ich, konnte ich meinen, ihr guckt jetzt bitte wieder nach und korrigiert mich. Eine Frage, man sieht das im Saisonverlauf ganz gut, dass es wirklich so ab der Winterpause dann stetig nach oben ging und letztendlich dann so ein, äh, der Druck war enorm, weil ich, wir saßen, wir saßen dann, als ich angekommen bin, abends saßen wir dann beim, im Restaurant und da waren Thomas Oral da und Thomas Linke plus der damalige Chefscout und meine Wenigkeit und mein Berater und Thomas Linke sagte, Ralf, wir brauchen da hinten jemanden, der den Laden zusammenhält mit Billiskopf, der die Jungs heiß macht, der, du hast Erfahrung, kannst du das? Also schon wirklich ganz offensiv mir klar gemacht, was da von mir erwartet wird und das habe ich immer wieder auch gespürt, gar nicht mal im negativen Sinne, aber ich habe es gespürt und ich habe es immer wieder gesagt und gezeigt bekommen, dass da viel verlangt wird und das war nicht leicht, weil die Mannschaft sehr, sehr verunsichert war. Wir haben es dann auch wieder da, nicht mit schönem, aber mit zumindest erfolgreichem Fußball, auch vielen zu Null Ergebnissen geschafft unten, ganz unten rauszukommen und endgültig klar gemacht, haben wir es glaube ich im Heimspiel gegen den KSC und da war allen bewusst, rechnerisch noch nicht, aber hey, wir brauchen noch einen Punkt aus drei Spielen oder irgendwie sowas, war die Konstellation, war es so, dass ich mich nicht freuen konnte. Ich bin nach dem Spiel, ich konnte mich nicht wirklich freuen, ich musste ganz im Gegenteil, ich musste sogar aufpassen, nicht auf dem Platz loszuholen, weil in dem Moment so viel abgefallen ist, sportlich und auch privat, alles was du quasi auf dich genommen hast, das war dann der Moment, wo du sagst, okay, jetzt hat es sich, dafür hat es sich gelohnt, aber du kannst dich nicht freuen, weil da nur Leere da ist, keine Erfüllung, sondern Leere, dass du diesen Ballast abwerfen konntest und ich bin rein in die Kabine und hab mich dann, hab mein Handy genommen und bin unseren Gang komplett nach hinten durch, da war so ein Seitenausgang, da sind wir vorm Spiel, kommst du da mit dem Bus rein und gehst dann in die Kabine und hab mich einfach nur in die Ecke gesetzt und hab mich, glaube ich, eine halbe Stunde nicht bewegt, weil ich einfach runterkommen musste, einfach alleine sein und mit der Situation erstmal klarkommen, weil es für mich schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation war. Hab dann die Saison vernünftig zu Ende gespielt und dann hatten wir den Wechsel zu Marco Kurz. Das war so eine Konstellation, die hatte halt nicht hundertprozentig gepasst aus verschiedenen Gründen. Er hat eine ganz eigene Auffassung, was was das Trainingskonzept angeht, was die Trainingsbelastung, Trainingssteuerung angeht und das ja, es war unglückliche Konstellation, sagen wir es mal so, die muss man dazu auch gar nicht verlieren und ja, dann kam Ralf Hasenhüttl. Obwohl, nee, warte, wir haben jetzt ein Jahr mit Thomas Oral übersprungen. 12-13 war noch, das war so ein bisschen eine durchwachsene Saison. 13-14 war dann nochmal so abstiegsgefährdet, das war unter kurz. Das war unter kurz. Ja, die zweite Saison mit Thomas Oral war keine besondere, war eine ganz normale Saison. Was ich ganz interessant finde, ist, es wirkt ein bisschen so, als ob diese Momente der Leere und die Wand anstarren und dass sich das Ganze eher als Belastung anfühlt, das nimmt ja so ein bisschen jetzt zu in den letzten Jahren. Liegt das nur an den sportlichen Situationen, was da jeweils um Abstieg ging oder ist es auch, dass man, wenn man in einem höheren Alter ist, du weißt ja, deine Karriere wird nicht mehr ewig dauern, so eine gewisse Leichtigkeit ist weg. Gleichzeitig hast du vorhin ja schon beschrieben, dass sich auch das Verhältnis zum Körper da verändert, man steckt nicht mehr alles so leicht weg. Wird die Last einer Profikarriere nach hinten hin schwerer? Ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Wenn du am Anfang nur mitläufst, ist das eine Geschichte oder die andere Geschichte, du trägst das Ganze mit, bist auch mit in der Verantwortung. Führungsfigur und so. Genau. In dem Moment, wo du mit in der Verantwortung bist, hast du ja einen ganz anderen Bezug zur Aufgabe. Und das ist es plus die Erfahrung, die du einfach gesammelt hast, weil du den Grad der Auswirkungen natürlich in beide Richtungen auch sehr gut einschätzen oder besser einschätzen kannst, als jemand, der noch nie abgestiegen ist und dann das mit 19, 20 erlebt und dabei zwei Spiele in der Saison gemacht hat. Für den ist das kein Riesen-Weltuntergang. Das war zum Beispiel der Abstieg aus Mainz. Der tat mir leid. Ich war auch traurig. Aber wenn ich gesehen habe, wie ein Marco Rose oder ein Dimo Wache, die halt schon Jahre das mitgetragen haben und die Erfahrung haben, die hat das viel mehr mitgenommen. Das ist einfach naturgemäß ist das eine Frage von mehreren Komponenten. Und später war es ja dann eher so, dass ich auch eher eine mittragende Figur war. Nicht unbedingt die zentralste, aber eine mittragende, eine wichtige Figur in dem Ganzen und du dementsprechend auch den Druck viel mehr spürst. Und mit dem musst du lernen, umzugehen. Welche Techniken hast du da entwickelt, um damit umzugehen? Was eint alles, was ich erzählt habe, was ich gemacht habe? Alleine sein und Ruhe. Ja, nein. Also ich bin da jemand, der gar nicht groß erzählen und reden muss und ich, es ist auch nicht so, dass ich das in mich reinfresse, aber ich verarbeite es für mich. Mir geht unheimlich viel durch den Kopf und ich, ich lasse einfach, ich lasse den Kopf denken, ich lasse den Kopf arbeiten und das wird dann automatisch, das ist wie so ein, das ist wie so ein ganz hoher Berg mit ganz vielen Bausteinen, wo du, wo du eine Mauer oder, oder ein kleines Häuschen draus basteln musst und das ist ein großer Berg und irgendwo musst du anfangen und dann fängst du an und nimmst das Steinchen und das passt dann dazu und das passt dann dazu und irgendwann wird aus diesem, dieser großen Unordnung wird ein, wird ein, 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 ein systematisches Mäuerchen. Eine Struktur. Eine Struktur, ja. Ähm, ist das auch eine der Sachen, eine der Situationen, in denen du dann Videospiele spielst? Also, nein, nein, also Videospiele, ein großer Freizeit, äh, vertreibt von mir eine, eine große Beschäftigung, aber nicht in solchen Momenten. Ah, okay. Nein. Interessant. Nee, nee, da bin ich wirklich, weil in der Zeit kann ich keine Struktur schaffen, weil da bin ich aufs Spiel fokussiert, das ist vielleicht als Ablenkung, aber ich schaffe es nicht, dann Struktur und Ordnung reinzubringen, sondern da brauche ich dann einfach die Zeit für mich und, ähm, hab das dann immer so gehandhabt. Du hast jetzt vorhin selber schon, ähm, vorwärts geskippt zur Zeit unter Phasenhüttl. Was war da so am einprägsamsten? Er scheint hier, er ist ja auch einer der, ähm, es gibt so ein paar Trainer, die sind der Hot Shit. Ja. Aktuell in der Liga. Ist er es denn zu Recht? Naja, also da habe ich jetzt eher so ein, zwei spaßige Dinge zum Erzählen, um mal wieder ein bisschen humorvoller zu werden. Ähm, zunächst mal, äh, von Anfang an jemand, der, der immer versucht hat, den Spaß am Fußball zu vermitteln, ähm, der auch entwickeln kann, der ist zu uns gekommen und hat gesagt, okay, ich kann jetzt nicht von jetzt auf gleich die ganze Mannschaft auf den Kopf stellen und hier alles verändern, sondern wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt zurück, wir stärken die Defensive, wir sind, wir standen extrem kompakt, es war unheimlich schwer, gegen uns ein Tor zu schießen und von da aus, wir haben die Spiele auch nicht hochgewonnen, aber wir haben sie gewonnen. Wir haben viele 1-0 über die Zeit gerettet, weil es halt schwer war, gegen uns ein Tor zu erzielen und, ähm, das hat er dann sehr, sehr gut geschafft, wollte dann im Jahr drauf, beziehungsweise hat die Mannschaft dann komplett stabilisiert und, ähm, hatte dann auf der Innenverteidigerposition auch ein paar andere Ideen, also ich war, die Anfangszeit haben Marvin und ich, Marvin Matip und ich, die Innenverteidigerposition gebildet, ich war auch zum Teil Kapitän, Marv und ich haben uns das quasi aufgeteilt und ich weiß noch, dass er nach dem zweiten Heimspiel, glaube ich, zu mir kam, ich bin kein Vertreter der Innenverteidiger, die über 10 Kilometer pro Spiel laufen, ganz im Gegenteil, also das, die Strecke war jetzt nie meine große Stärke, da spielt dann natürlich auch die Erfahrung ein Stück weit eine Rolle, ich habe einfach gemerkt, so mit 28, 29, spätestens dann in Ingolstadt, hey, auf dem Platz, mich kannst du da gar nicht mehr nervös machen, weil ich die Situation viel, du bekommst einen ganz anderen Blick auf den Fußball, wenn du mit einer gewissen Ruhe und Erfahrung auf den Platz gehst und Situationen antizipierst, dass du schon sehr, sehr viel im Vorwege quasi vorbereiten kannst, dass du nachher nicht mehr diesen 40 Meter Sprint, sondern jetzt musst du nur noch 15 Meter laufen und spielst den Ball, weil du halt weißt, dass er genau in die Ecke kommt, gehst halt hin und spielst den Ball zu deinem Rechtsverteidiger, weil du ihn abgelaufen hast, also das hat sich auch extrem verändert im Laufe der Zeit, und dann kam er zu mir und sagte, Ralf, warum läufst denn du so wenig? Ich sage, Trainer, nur eine Gegenfrage, haben Sie das Gefühl, dass ich in irgendeiner Situation gefehlt habe? Sagt er, nee, das war auch gar nicht als Vorwurf gemeint, aber ich finde das immer wieder spannend, er sagt, ich habe immer einen Spieler gehabt, der hat das genauso gelöst, das war ein Ahlen Benjamin Hübner, der halt auch nicht unbedingt so das große Laufgenie ist, aber Benni ist halt auch ein unfassbar intelligenter Fußballer, der sehr sehr zweikampfstark ist, sehr sehr kopfballstark, jetzt auch eine geile Entwicklung in Hoffenheim genommen hat, aber der halt auch sehr gut antizipiert, und wenn du das kannst, verbunden mit Erfahrung, dann musst du halt auch nicht neun Kilometer laufen, das war immer sehr interessant zu sehen, meine, wir haben ja immer die Auswertung nach dem Spiel bekommen, wenn ich bei Standards eingeteilt war, bei Ecken und Freistößen nach vorne mitzugehen, war ich immer über neun Kilometer, weil der Wert wird auch gemessen, wenn der Ball auch im Out ist, aus ist, es werden die vollen 90 Minuten gemessen, und wenn du dann von hinten nach vorne läufst, das sind halt mal eben 50, 60 Meter, plus zurück 70 Meter, bist du bei 120, 130, drei Freistöße, vier Ecken, dann bist du auch mal eben bei 800, 700, 800, 900 Meter, und dann kommst du über neun Kilometer, ansonsten war das nicht der Fall, das war das eine, und das andere, großartige Geschichte, ich weiß, dass es keine Absicht war, hat er dann auch später gesagt, ich hab's ihm mal erzählt, wir haben bei Union gespielt, ich saß auf der Bank, und dann hat sich Marvin Martip nach vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten das Schlüsselbein gebrochen, und bei Union ist es so, dass die Ersatzbänke sind so zwei Stufen runter, ähnlich wie in England, und ich, er guckte, drehte sich um, und Michael Henke sagte, mach dich warm, oder mach dich fertig, ich war ja noch warm, vom Warmmachen, vom Skit, mach dich fertig, und ich zieh so, mach so den rechten Fuß auf die obere, auf die, auf den oberen Treppenabsatz, und bind mir die Schuhe, mach den Ski-Manschonerein, und dann dreht sich der Trainer zu mir, Hasenhüttl, und sagt so über meinen Kopf hinweg, aber ich steh halt einen Meter vor ihm, oder knie, da sagt er, das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte, und ich guck ihn an, und ich guck Daniel Acosta an, und er so mit großen Augen, hat er das jetzt wirklich gesagt, ich weiß, wie er es gemeint hat, natürlich ist das komplett beschissen, wenn dein Kapitän und Säule in der Innenverteidigung sich nach vier Minuten das Schlüsselbein bricht, natürlich ist das das Schlimmste, was passieren kann, aber jetzt stehst du vor deinem Innenverteidiger, den du einwechselst, und sagst das laut, mir persönlich mit 30 Jahren war das völlig scheißegal, weil ich natürlich wusste, wie er es meint, und ich auch sehr gut damit umgehen kann, aber jetzt lass da mal einen 20-jährigen Nachwuchsspieler stehen, den brauchst du gar nicht einwechseln, dem schlottern doch komplett die Knie, denn ich sagte selber, Acosta war zu dem Zeitpunkt, weil er hat das zuerst nicht so verstanden, weil er es in meine Richtung gesagt hat, also er hat mich mehr oder weniger angeguckt, und hat das gesagt, denn er hat das so verstanden, als hätte der Trainer mich gemeint, wo ich ihm dann auch gesagt habe, ich sage, Danny, pass auf, bei solchen Aussagen, Trainer während des Spiels nicht ernst nehmen, das passt dann schon, und ich habe es ihm dann ein paar Wochen später, habe ich ihm gesagt, Trainer, wissen Sie eigentlich, was Sie da gesagt haben? Nee, was denn? Ja, so und so, und dann, ja, nee, so war es nicht gemeint, ich sage, ja, ich weiß das, aber wenn da halt ein 19-, 20-Jähriger spielt, der vielleicht noch nicht die Erfahrung hat, das ist nicht die beste Motivation für so ein Bundesligaspiel, für den Jungen, aber ansonsten, zu Hasenüttel und zur Frage, relativ kurz, er schafft es wirklich, die Spieler dahin zu bringen, dass sie am Samstag, am Sonntag, am Freitagabend 100 Prozent abrufen, und erinnert euch an die Spiele der Ingolstädter in unserem Aufstiegsjahr, auch in dem ersten Bundesliga-Jahr, wo man den Klassenerhalt geschafft hat, die Mannschaft hat immer Vollgas gegeben, die Mannschaft hat immer voller Leidenschaft gespielt, und man kann jetzt, wir bleiben jetzt mal beim Sportlichen, das kannst du den Leipziger nicht vorwerfen, dass sie, oder du kannst den Leipziger nicht absprechen, dass sie nicht, dass sie da nicht zu 100 Prozent auf dem Platz stehen, und die Mannschaften zum Teil, die Mannschaften wirklich überrennen. Das ist halt die Frage, ob man es auch mit dem Drei-Tages-Rhythmus schafft, aber das werden wir ja beobachten können. Eben, das ist eine andere Frage, ja. So, jetzt gehen wir ja langsam aufs Karriereende hin, hast du denn, und ich weiß jetzt schon, dass du ja jetzt schon in Richtung Trainer denkst, und so weiter, hast du das schon so am Ende deiner Karriere auch schon, hast du deine Trainer da schon anders beobachtet, bist du anders zum Training gegangen, oder hat sich dieser Gedanke erst danach geformt? Also, der Gedanke, Trainer zu werden, den hatte ich schon was länger, habe zum Schluss aber auch immer versucht, Dinge zu verstehen, im Hinblick auf, ich mache nicht nur die Übung, weil der Trainer mir sagt, wir machen jetzt diese Übung, sondern auch den Sinn dahinter zu sehen, und den Sinn vor allem in einem größeren Kontext zu sehen, weil das baut ja auch alles aufeinander auf, so eine Trainingswoche. Es ist nicht einfach nur, die stehen da morgens nicht, und überlegen, was haben wir denn heute, was machen wir denn morgen, morgen machen wir mal ein bisschen Torschuss, und übermorgen ein bisschen Flanken, und mal schauen, vielleicht kümmern wir uns auch noch um die Abwehr, sondern da steckt ein Prinzip hinter, da steckt eine, ich will nicht sagen, es ist auch eine Wissenschaft, aber da steckt ein Konzept dahinter, und das immer wieder zu erkennen. Dann war es halt so, durch meinen Kreuzbandriss, also zunächst mal, um das kurz zu beleuchten, ich habe mir am 2.4. das Kreuzband gerissen, und auch da wieder realistischer Idealist oder andersrum, ich wusste genau, was es bedeutet. Ich wusste, dass das Ding jetzt durch ist. Und das war das, was mir einfach so wirklich auch wehgetan hat, weil da könnt ihr auch alle Reha-Trainer oder alle, die in der Reha mit mir zu tun haben, fragen, zu keiner Sekunde gab es den Moment, dass ich weniger gemacht habe, oder dass ich nicht zu 100% versucht habe, zurückzukommen. Aber, und das ist der realistische Part, ich bin lang genug im Geschäft gewesen, um zu wissen, was es heißt, mit 32 aus einem Kreuzbandriss rauszukommen. mit auslaufendem Vertrag, mit einer Mannschaft, die sehr wahrscheinlich in die 1. Bundesliga aufsteigen wird. Dafür kenne ich das Geschäft so gut, dafür habe ich zu viel erlebt, im positiven wie auch im negativen Bereich. Insofern war der Moment der Diagnose für mich sportlich mit das Schlimmste, was ich persönlich erlebt habe, weil die Frau, die Radiologin, sie sagte wortwörtlich, Herr Gunnisch, ich habe keine guten Nachrichten für sie, ihr vorderes Kreuzband ist gerissen. Das hat sie wortwörtlich gesagt, für mich hat sie gesagt, ihre Harriere ist vorbei. Und dieser Moment war mit das Schlimmste, was ich im sportlichen, in meinem sportlichen Leben je erlebt habe, weil ich es mir gerne selbst ausgesucht hätte. Und ich hätte gerne auch noch weitergespielt. Trotzdem bin ich sofort hin und habe noch am selben Tag, Abend versucht, die bestmögliche medizinische Betreuung, die bestmögliche Rehabilitationsbetreuung und 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 einfach auf die Beine zu stellen, um nachher sagen zu können, du hast es probiert. Weil da bin ich halt keiner und das siehst du ja auch hier, da bin ich da bin ich halt keiner, der der da aufgibt. Also auf deinem Armband steht Never Quit für alle Hörer. Ja, muss man erklären. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen komisch klingen, weil man sagt, ja, aber wenn du schon mit so einer Einstellung rangehst, dann kann das ja nichts geben. da halte ich persönlich gegen, weil ich mein Naturell kenne und wenn wenn dann Oliver Schmidlein zu dir kommt, der beim FC Bayern gearbeitet hat, der bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gearbeitet hat, der jetzt eine Reha-Praxis in München hat, bei dem ich dann die weiterführende Rehabilitation gemacht habe und sagt, Ralf, das was du hier abgeleistet hast, das habe ich lang nicht mehr von einem Profisportler erlebt, kann das halt nicht so falsch gewesen sein. Ich wollte es auf jeden Fall um jeden Preis versuchen, habe mich aber von Anfang an auch im Kopf darauf vorbereitet, dass es nichts mehr wird. Alles andere wäre auch meiner Meinung nach fahrlässig gewesen. Wenn ich hingegangen wäre, hätte gesagt, ja, also mich nur auf die Reha konzentriert hätte und kriege sowieso einen Verein und hätte einen Berater gehabt, der mir das dann auch noch erzählt hätte und ich finde was und und und, dann wäre ich ziemlich hart gefallen. Und ich glaube nicht, dass das was, also nicht nur, ich glaube nicht, das hätte nichts an meiner Situation verändert. Was mich gerade ein bisschen überrascht hat, du hast gesagt, ich habe dann die bestmögliche Betreuung organisiert. Es ist was, was man in so einem, in so einer Situation als Profispieler deshalb auch selber macht, weil man die bestmögliche Lösung will. Ist das was, was normalerweise der Verein machen würde? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also grundsätzlich wollen ja alle die bestmögliche Lösung für diesen Fall haben. Ich hätte auch von Vereinsseite aus zu Doktor oder Professor, weiß ich gar nicht, Bönisch gehen können in Augsburg, der ja auch kurz vorher Kedira operiert hat. Da gab es auch den Kontakt, aber ich habe gesagt, dass ich in Hamburg operiert werden möchte, weil ich da die Mannschaftsärzte von St. Pauli noch kannte, die ausgewiesene Knie-Experten sind. Da spielt auch einfach das persönliche Gefühl eine Rolle und das war auch abgesprochen mit dem Verein und der Mannschaftsarzt sagte auch, normalerweise entscheiden wir das, aber bei einem Spieler in deinem Alter und mit der Erfahrung, da vertrauen sie halt auch darauf, dass ich auch weiß, was für mich gut ist und die Ärzte sind jetzt keine Wachsalber, sondern sie wissen, also es ist bekannt, dass das gute Ärzte sind, insofern gab es da überhaupt kein Problem. Das Einzige, was halt war, dann die Reha, habe ich die ersten Wochen in Hamburg gemacht, nur als es dann tatsächlich ans Körperliche ging, an die körperliche Arbeit, dann war ich hier in München bei Olli Schmidlein dreimal die Woche und also Montag, Mittwoch, Freitag und Dienstag, Donnerstag, Samstag beim Verein, weil da dann die ganz enge Abstimmung zwischen Verein und Schmidlein war und zwischen dem Athletiktrainer und Oliver Schmidlein und das ist dann nur eine Frage der Koordination. Okay, und dann war es vorbei, es hat sich ja so ein bisschen für dich angekündigt, wir haben vorhin ein O-Ton gehört, das war bei einem Hallenturnier im Winter, glaube ich dann und ich glaube, hast du es nicht bei Bundesliga selbst dann irgendwann verkündet, ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Ja, es war ja so, dass, also an dem 2. April, am 4. April war die OP, aber am 3. April oder am 2. rief abends noch Thomas Linke an und sagte, du mach dir keinen Kopf, dein Vertrag wird auf jeden Fall verlängert. Das ist dann meistens so von Vereinsseite aus, gut, der Verein hat natürlich da kein Risiko, aber lässt den Spieler auch nicht im Stich stehen, äh, im Ring stehen. Kein Risiko bedeutet in dem Fall, wir sind ja nach sechs Wochen sind wir ja dann auch Versicherungsfälle, das heißt, der Verein hat keine Kosten mehr mit uns, erst wenn wir wieder gesund geschrieben werden, kosten wir wieder was. Und, ähm, bin ich, ich bin dem Verein auch dankbar, weil die Versicherung hätte zum Beispiel nicht weiter gezahlt, wenn ich keinen Verein Vertrag gehabt hätte, die zahlen immer nur für die Vertragsdauer. Das heißt, wenn der Verein dann sagt, äh, nee, kriegst keinen Vertrag mehr, wir verlängern trotzdem nicht, bist du ab 30.06. auch von Versicherungsseite aus, nicht die private, sondern von der, von der BG, also von der Berufsgenossenschaft aus, äh, stehst du quasi mit leeren Händen da. Es fängt dann alles die, oder muss die private auffangen, ist halt die Frage, wie man versichert ist. Und, ähm, bin dann im Oktober zurückgekommen, nee, November, Mitte November, hab dann da mein erstes Testspiel gemacht, war dann auch mit der Mannschaft im, im Trainingslager, war die Rückrunde schon noch Teil des Ganzen, aber, ich war nicht einmal im Kader, bis auf den letzten Spieltag und irgendwann im März, glaube ich, haben sie mir dann mitgeteilt, dass der Vertrag nicht verlängert wird und dann ging's schon darum, ob ich nochmal irgendwo einen Verein kriege, aber es war tatsächlich so, dass der zweiten und dritten Liga wirklich, ähm, nur Absagen kam, zu alt. Das war halt die, das war halt die Aussage. Und, ähm, ja, dann geht halt die neue Saison los oder die Vorbereitung geht los und du hast halt keinen Verein und alle spielen und dies und das und du bist wirklich von jetzt auf gleich, interessiert sich einfach keiner mehr dafür. Hilft einem da irgendjemand bei diesem recht harten Cut? Ich meine, du hast ja, du hast ja deine Beschäftigung gesucht, um dich muss man sich ja keine Sorgen machen, also es gibt jetzt auch, glaube ich, ganz viele Themen, auf die werden wir jetzt nicht mehr kommen können, aber wir hatten ja unter anderem die, die Folge zu, zu deiner Tätigkeit bei der Zone, das ist ja schon das letzte Tribünengespräch, ähm, aber du hast ja deine Beschäftigung gesucht, du bist ja, glaube ich, jetzt so dem Anschein nach nicht in ein Loch gefallen, aber gibt es da irgendjemand, der sich bei einem meldet und sagt, ähm, Herr Gunisch, wenn Sie möchten, wollen wir uns mal zusammensetzen und mal ein bisschen gucken, wie es jetzt weitergehen könnte? nö, eigentlich nicht, nein, das gab es gar nicht und, macht ein Berater sowas nicht vielleicht noch? Ja, er hat natürlich gefragt, wo er helfen und unterstützen kann, aber, ähm, war zu dem Zeitpunkt schwierig und ich bin da wirklich, es ist eine schwierige Situation und ich verstehe jeden Fußballer, der große Probleme hat bei der Umstellung, ähm, aber da hilft es mir, dass ich mich halbwegs darauf vorbereitet habe, zumindest mental und, ähm, ich war dann auch ganz normal auf dem Arbeitsamt oder auf dem, Entschuldigung, Agentur für Arbeit, hab mich arbeitssuchend gemeldet, hab aber nach... Was bieten die einem da an? Ja, das war dann, ähm, ja, was haben sie denn? Ich kann Löcher stopfen, wollen sie Klänzner werden. Was haben sie denn, was haben sie denn gelernt? Ich so, ja, ich bin mit 17 Profi geworden. Hm, haben sie eine Ausbildung? Nein. Ja, dann, äh, müssen wir halt mal gucken, dann kriegst du so, ich glaub, das sind so Bewerbungsseminare, wo du lernst, irgendwie Bewerbungen zu machen und dann, ähm, Probearbeiten und Praktika und als die Dame das dann alles gesagt hat, ich weiß halt, dass das, versteht mich da nicht falsch, das ist auch alles gut, dass es das gibt und das, ähm, es sind auch sicherlich zum, teilt, zumindest sinnvolle Angebote, ähm, aber ich behaupte einfach mal so, im, im durchschnittlichen Arbeitsumfeld bin ich da eher eine Außen-, oder komme ich aus einer Ausnahmesituation, im Fußball, in dem Geschäft läuft vieles einfach anders, so, und hab dann, ähm, dann war ich, ich weiß nicht, da war irgendein Termin, wo ich hin musste, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich war nicht da und dann, haben sie mir dann ein paar Euro vom, vom Arbeitslosengeld gestrichen, wo ich dann aber nach der ersten Zahlung gesagt habe, nein, du liegst dem Staat nicht auf der Tasche und hab mich sofort, ähm, selbstständig gemeldet, so, und, ähm, habe dann, durch das selbstständig melden, fällst du ja dann auch raus aus diesem arbeitssuchenden Pool, musst dann auch keine Seminare mehr, et cetera, besuchen, ähm, und hab dann, es hat ein bisschen gedauert, ich will nicht sagen, dass ich in einem Loch war, aber es war keine einfache Zeit und hab dann, ähm, ja, über, im Prinzip, so wie es dann häufig einfach läuft, über, übers Netzwerk, über, 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 Beziehungen, über Leute, die man kennt, äh, das war ein blöder Zufall, wirklich ein ganz blöder Zufall, dass ich irgendwann mal bei den Rocket Beans gelandet bin und, ähm, bei diesem, bei dieser Launchparty zu Black Ops 3 war es damals, auf einmal neben André Schöle vor der Kamera saß und, ähm, mich da nicht so schlecht geschlagen hab, dass die gesagt haben, ey, warte mal, soll das vielleicht öfter kommen, weil das macht hier ziemlich großen Spaß mit dir und die Leute mögen dich. Da bin ich nur hingekommen, weil vorher Christian Görnd, den ich über, über, ähm, also über, übers Internet kennengelernt hab, Online-Gott, Online-Gott, Online-Gott bei Twitter, mich irgendwann mal angeschrieben hat. Er war auch selbst verwundert, dass er noch frei war, aber, äh, mich angeschrieben hat und sagte, Ralf, äh, hier, großer St. Pauli-Fan, bla bla, komm doch mal zu mir in die Sendung. So, und dann war ich bei ihm in der Sendung und dann hat er mich in eine zweite Sendung eingeladen und dann wurde dort Call of Duty gespielt und dann war der damalige Community Manager von Activision, das ist der Publisher des Spiels, auf mich aufmerksam, sind in Kontakt geblieben, und der hat mich dann zu den Rocket Beans gebracht, zu dem, ähm, Black Ops 3 Event und da haben die Rocket Beans gesagt, ey, warte mal, du kannst ruhig mal wiederkommen. Also, ähm, auch da wieder ganz viele Zufälle, die einfach eine Rolle spielen und so hatte ich zumindest eine gewisse Beschäftigung bei den Rocket Beans, ähm, für einen, für einen gewissen Zeitraum, das hat auch großen Spaß gemacht, dass irgendwann hat das dann aus, ähm, ja, aus Gründen einfach nicht mehr, nicht mehr funktioniert, weil, ähm, ja. Allein die Distanz ist ja schon mal, wenn du in München Tätigkeiten hast. Sagen wir es mal so, dieser, dieser Sender oder dieses Projekt ist ein sehr, sehr spannendes Projekt und es hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber, ähm, ich habe halt keinen einzigen Cent verdient, ganz im Gegenteil, ich habe halt eher ganz viele Kosten gehabt, so, und wir haben dann schon irgendwann eine, eine Lösung gehabt, um zumindest die groben Reisekosten abzudecken, aber selbst die waren nicht zu 100% abgedeckt, ähm, so, dass ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich sage, Leute, ich mache das zwar gerne, ähm, aber ich kann jetzt nicht dauerhaft quasi, äh, immer auf Kosten sitzen und es war dann von der anderen Seite halt, was ich verstehen und nachvollziehen kann, wie schon gesagt, die sind, die, die haben halt auch keinen Geldspeicher im Hinterhof, ähm, es war nicht möglich, da, ähm, das zu erhöhen oder das dahingehend zu bringen, dass wir, ähm, kostendeckend arbeiten oder dass ich vielleicht sogar, ein Stück weit für meine Arbeit und meine Mühe auch entlohnt werde und vielleicht auch mal mit ein paar Euro plus aus dem Ganzen rausgehe und, ähm, wir deswegen dann halt sagen mussten, okay, dann lassen wir es jetzt erstmal sein, aber es, es passiert nicht im Streit, das war kein, ähm, kein Problem zwischen uns, sondern es war halt eine, eine, eine vernünftige Entscheidung, weil es für mich irgendwann halt nicht mehr sinnvoll tragbar war, plus hätte ich dann zusätzlich einfach auf Einnahmen verzichten müssen, weil ich dann bei The Zone angefangen habe und ich dann auch Montagsspiele kommentiert habe und dann ist es halt, also auf der einen Seite verzichtest du auf Geld, das du quasi verdienen kannst und musst und musst an der anderen Seite aber auch noch Geld ausgeben und da zu sein und da war es dann halt irgendwann so, dass, ähm, dass ich, oder ich habe dann gesagt, Leute, pass auf, so funktioniert oder so geht das halt wirklich nicht mehr auf Dauer und dann von der anderen Seite, anders geht es von uns aus momentan nicht, okay, das ist schade und dann legen wir das jetzt, ähm, erstmal auf Eis, also das war, war das Einzige, da gab es überhaupt kein, kein, kein Beef, kein Ärger zwischen mir und irgendeinem der Jungs, ich bin heute noch in der, in der WhatsApp-Gruppe drin und wir diskutieren immer noch trefflich über Fußball. Da reinzugucken, da würde ich ja ein paar Euro für zahlen. Ja, gerade am Wochenende. Ralf, was du, ähm, ja, vor allem, wenn jetzt vielleicht gewisse Frankfurter zum HSV wechseln, was du bei The Zone machst, das haben wir ja echt im letzten Tribünengespräch noch unter anderer Kulisse etwas besprochen, deswegen würde ich fast sagen, das skippen wir mal und ich stelle dir die, die einzig wichtige Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Auf der Bank eines Bundesligisten. Das wäre natürlich, das wäre natürlich schön. Ich, ähm, es, also mir macht der Job bei The Zone ganz, ganz großen Spaß, muss ich sagen. Ich, ähm, darf mir zum größten Teil tolle Spiele aus der Premier League anschauen. Premier League ist halt die Liga, die ich am häufigsten mache. ähm, darf meine Expertise dazu abgeben, darf meine Meinung dazu kundtun, möchte aber immer auf dieser Experten-Schiene einfach bleiben. ich, ähm, weil, weil ich parallel jetzt einfach an meinen Trainer-Lizenzen arbeite, ich werde Ende September mit der Jugend-Elite-Lizenz anfangen, das ist die dritthöchste, danach folgt die A-Lizenz und dann der Fußball-Lizenz. Die Jugend-Elite ist die dritthöchste. Ja. Da muss man mit der Benängung, okay, also dann kommt die A-Lizenz und dann kommt der, richtig, Fußball-Lehrer halt. Fußball-Lehrer, Und, ähm, ich, das kannst du natürlich genauso wenig planen wie die Spielerkarriere. Das, das, du kannst nicht sagen, so, ich bin jetzt in fünf Jahren bin ich Trainer. Du kannst als 15-Jähriger nicht sagen, in fünf Jahren bin ich Fußball-Profi. Wie lange dauert die Ausbildung jeweils? Naja, Jugend-Elite geht relativ schnell. Das sind, ähm, zehn Lerneinheiten, also zehn Tage, Montag bis Freitag, Montag bis Freitag und dann ist Montag bis Mittwoch sind Prüfung. Sind die auch in Köln? Nee, die sind in verschiedenen Sportschulen hier in der Ecke in Oberhaching. Ähm, A-Lizenz dauert, glaube ich, sechs Wochen und der Fußball-Lehrer dauert halt elf Monate. Also der ist sehr, sehr intensiv. Ähm, in den Fußball-Lehrer reinzukommen, das dauert auch. Also Jugend-Elite und A-Lizenz, das kann man relativ zeitnah machen. Vor allem, wenn man Ex-Profi ist, dann kannst du über die, über die, äh, nicht BG, über die VDV, über die Spielergewerkschaft da, weil die nochmal so ein paar Plätze geblockt, reserviert haben. Also zusätzliche Plätze, ist nicht so, dass dann irgendwelche rausfallen, sondern die werden einfach zusätzlich geschaffen. Ähm, kommst du da ganz gut rein und mit, mit der A-Lizenz wirst du schon relativ ernst genommen in dem Geschäft. Ähm, sprich, ein Co-Trainer-Job im bezahlten Fußball ist in Aussicht, aber auch da, du musst dann schon irgendwie auch Leute kennen. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist ja, wie kommt man da ran, ne? Es sind viele glückliche, unglückliche Umstände, die da zusammenkommen. Wenn du Florian Bruns nimmst, der war halt mal, der hat dann zum Abschluss bei Bremen U23 gespielt, war dann spielender Co-Trainer und auf einmal wird sein Chef hochgezogen und er zieht ihn mit. Mhm. Und dann ist Florian Bruns Co-Trainer bei Werder Bremen, wird der Vertrag nicht verlängert, aber dadurch, dass Flo jetzt schon so ein bisschen in dem Kosmos unterwegs ist, ruft Christian Streich an und sagt, sag mal, du als alter Freiburger Jung, ähm, komm doch mal und mach hier meinen Co. und jetzt ist er beim SC Freiburg Co-Trainer und ist international unterwegs. Also, wie du siehst, das, äh, Markus Krösche hat unter Schmidt noch in Paderborn gespielt und ist auf einmal Co-Trainer in der Champions League. Und dann fliege ich, fliege ich nach, äh, nach London und schaue mir Leverkusen an und treffe mich vorher mit Markus Krösche, gegen den ich zigmal in der zweiten Liga als Gegenspieler hatte und der ist jetzt Co-Trainer. Also, wenn jetzt nochmal, du machst deinen, deinen A-Trainer-Schein, oder, oder vielleicht machst, machst dann gleich noch deinen Fußballlehrer und dann, und dann ruft nochmal Hasenhüttl an. Ist er dann noch in Leipzig? Ist er dann noch in Leipzig, aber alle wissen schon, in zwei Jahren ist er bei den Bayern. Dann wird es doch schwieriger. Ich, ich habe das schon unter der Woche im, ähm, im Millerton gesagt. Es gibt, es gibt so gewisse Prinzipien und Werte, die man einfach hat. Ähm, es, es, es wird natürlich, je höher du kommst, desto schwieriger wird's. Ähm, ach, also wenn du mir jetzt erzählst, dass er Trainer des HSV wäre, dann kennst du die Antwort, glaube ich. Ne, er hat ja Zukunft. Ja. Ganz ehrlich, das Thema Leipzig habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. So, das ist so, das ist für mich keine, nein, also das habe ich so null auf dem Schirm. Deswegen überrascht du mich jetzt mit dieser Frage ein bisschen. Naja, Hasenhüttl ist halt ein sehr interessanter Trainer. Ich finde, es gibt so eine, aber der hat genug Kurs. Eine, eine neue, neue Generation von Trainern und da du ja zu ihm schon einen persönlichen Bezug hast, Ja, aber ich glaube kaum, dass er mich anrufen wird. Okay. Das glaube ich mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber grundsätzlich ist das eine Schiene, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Kannst du aber, nochmal, natürlich nicht planen. Ich habe, äh, bin jetzt schon dabei, da so ein bisschen vorzuarbeiten. Ich habe das große Vergnügen und da muss ich mich auch nochmal bei Verein und vor allem bei Stefan Leitl bedanken, dass ich noch bei der U21 des FC Ingolstadt tagtäglich mittrainiere. Ähm, positiver Nebeneffekt. Ich bleibe fit und, äh, sportlich, aber es sind gerade dieses Jahr extrem viele junge Leute, die sind alle zwischen 18 und 21, bis auf zwei, drei Ausnahmen, und wollen eigentlich dahin, wo ich 14, 15 Jahre lang war. Und da hilft es, ich glaube, den Jungs hilft es auch, da Erfahrung weiterzugeben. Es hilft Stefan, ihn zu unterstützen. Und, ähm, darüber hinaus kümmere ich mich um die Videoanalysen der kommenden Gegner. So, das heißt, da hat Stefan natürlich noch die Unterstützung von meiner Seite, dass er im Prinzip Anfang der Woche, oder spätestens Anfang der Woche, eine vorgefertigte Analyse bekommt mit Stärkenschwächen des kommenden Gegners und, ähm, dahingehend auch seine Mannschaft einstellen kann. Und das hilft, ist halt auch praktische Übung einfach für, für den Trainerjob, weil das nimmt auch einen ganz großen Teil ein. Mhm. Und das heißt, ich setze mich dann sonntags abends hin und schaue mir Buchbach gegen Memmingen an und analysiere einen der beiden Vereine, ähm, wo man denn angreifen könnte. Mhm. Ja, Buchbach ja nicht allzu unerfolgreich geraten. Ja, ich sehe schon, wir werden, äh, definitiv ein Folgetribünengespräch zu dem hier machen, wenn du dann Bundesligatrainer bist. Versprochen. Das wird dann auch der große Durchbruch des Rasenfunk endlich nach mehreren Jahren dann wahrscheinlich. Deswegen beeil dich bitte mit dem. Ja, ich mach schnell, ja. Mit, mit deiner weiteren Karriere. Versprochen. Auch wenn es schwerfällt nach so vielen Stunden, glaube ich, äh, Frank Reif, wir müssen uns langsam voneinander trennen. Sonst, wir haben über einige Aspekte jetzt nicht reden können, ist kaum zu glauben. Das sage ich am Ende von jedem Tribünengespräch. Aber wir haben definitiv einen guten Eindruck bekommen, ähm, wie deine Karriere verlaufen ist und was für ein Typ du so bist. Wir konnten es vorher schon ahnen, aber jetzt wissen wir es in aller Ausführlichkeit. Ich würde vielleicht zum Abschluss ganz gern nochmal so ein Fazit von dir hören, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Karriere, ähm, Schule mehr oder weniger hart gecuttet. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich weitestgehend erfolgreich verlaufen, darum kann man wahrscheinlich das schlecht bereuen. Ähm, aber so jetzt einfach mal so als persönliches Fazit auf, als Rückblick auf eine Profi-Karriere, wie, wie sich das heute nach Abschluss sozusagen? Also ganz generell, was alle Vereine eint, bei denen ich war, wenn ich zurückkomme oder wenn ich in irgendeiner Form Kontakt mit dem Verein oder mit den Fans habe, gibt es immer ein positives Feedback. Also man freut sich, mich zu sehen. Ähm, ich bin immer positiv in Erinnerung geblieben. Das heißt, das sage ich jetzt mal so, ich kann nicht alles falsch gemacht haben. Ich kann jederzeit am Millern-Tor auflaufen und die Leute würden sich freuen, mich zu sehen. Ich kann jederzeit am Bruchweg, das habe ich auch gemerkt, als ich bei einem Benefit-Spiel vor einigen Monaten da war, ähm, auflaufen und die Leute freuen sich, mich zu sehen. Ähm, dasselbe jetzt auch hier in Ingolstadt und auch, ähm, auch wenn ich in Aachen nicht wirklich, ja, Profifußball gespielt habe, trotzdem mit meinen Spielen dann in Aachen immer freundlich begrüßt worden. Das ist zum einen eine Sache, die mich, die mich sehr freut, ähm, weil, oder, weil es mir natürlich auch wichtig ist, ich habe euch, ja, ihr habt es ja mitbekommen, dass ich da immer auch bedacht war, einen guten Draht zu den Leuten zu haben, nicht nur, um gut dazustehen, sondern einfach auch, oder nicht nur auch, sondern einfach um den Leuten das Gefühl zu geben, dass, äh, dass sie Teil des Ganzen sind. Vielleicht nicht ganz so aktiv wie wir halt auf dem Platz, wir müssen den Ball ins Tor schießen beziehungsweise verhindern, dass er bei uns reingeht, aber, ähm, wir trotzdem immer in dieselbe Richtung arbeiten und, ähm, ich glaube einfach, dass die Leute sowas, äh, honorieren und, ähm, sich sowas vielleicht häufiger wünschen, wobei ich weiß, dass es sehr vielen Spielern so geht, die halt aber vielleicht nicht diesen, diese, diese Intentionen oder diese Aktivität haben, das dann auch aktiv anzugehen. und ansonsten sportlich, also wenn, an alle Nachwuchsfußballer, wenn, wenn Holzfüße wie ich Bundesliga spielen können, dann müsstet ihr das auch hinkriegen. Das geht raus in den TK-Schlant. Na, also, ob es zu mehr gereicht hätte oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich in der oder der Situation, das ist, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich bin froh über jede einzelne Erfahrung, die ich machen durfte, ähm, bin wahnsinnig froh über die allermeisten Mitspieler, die ich hatte, weil ich von vielen sehr viel auch mitnehmen konnte, gerade auch von meinen Trainern. Und, ich möchte mich beileibe nicht über meine Karriere beschweren, denn ich hatte die Möglichkeit, über all die Zeit ein wahnsinnig privilegiertes Leben zu führen, das habe ich mir damit ermöglicht. Und, ähm, bei allem Ehrgeiz und bei allem Streben nach mehr sollte man unterm Strich dann aber auch, und da ist wieder der Realist, ähm, seine Situation vernünftig, sinnvoll und vor allem auch in einem größeren Kontext einordnen können und da habe ich schon verdammt viel Glück gehabt. Das ist ein schönes Schlussfazit, das lässt uns auch, entlässt uns in die, wer hätte das gedacht, in die Nacht, damit hätte ich nicht gerechnet, als wir heute angefangen haben, warum eskalieren diese Tribünengespräche immer so? Nicht mal, wenn ich, diesmal bin ich wenigstens nicht mit 28 Seiten Vorbereitung gekommen und trotzdem. Dafür sind sie doch gemacht. Dafür sind sie gemacht. Ich kann nicht anders, als ihr sehr, sehr herzlich zu danken, Ralf. Das hat echt großen Spaß gemacht, es war sehr interessant, ich hoffe auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, Ralf Gunnisch at Felgenralle auf Twitter, aber dir folgt ja sowieso schon jeder, alle anderen Leute kann ich ja eh nicht ernst nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank auch dir, Frank, und auch vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Ihr könnt uns unterstützen, stützen, auf rasenfunk.de slash unterstützen, könnt ihr dem Rasenfunk-Supporters-Club beitreten, vielleicht können wir dann viel, viel mehr Tribünengespräche dieser Art machen und die dauern ja anscheinend immer fünf Stunden, egal wie viel wir uns vornehmen. Ralf, vielen Dank dir und hoffentlich bis bald irgendwann mal wieder im Rasenfunk. Ganz bestimmt. Und danke auch dir, Frank. Ciao. Danke, ciao. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Das war das .